Kapitel 6. Einstellungen und Verhalten Abschnitt 6.1. Definitionen und Grundlagen Gehen Sie oft ins Theater? Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? Wie denken Sie über die Debatten zur Erderwärmung? Wie stehen Sie unserer aktuellen Bundeskanzlerin gegenüber? Vermutlich können Sie zu den meisten dieser Fragen eine Antwort geben oder haben zumindest eine vage Idee, in welche Richtung diese gehen könnte. Das liegt daran, dass wir in ganz unterschiedlichen Bereichen eine Meinung bzw. Einstellung entwickeln. Mal gelingt uns das sehr schnell und ist uns vielleicht auch gar nicht immer bewusst, in Klammern etwa bei den ersten beiden Fragen, mal sind wir eher zögerlich und unsicher. Obwohl Einstellungen also allgegenwärtig sind, wissen wir meist nicht viel darüber. Ein Grund mehr, diese Thematik im Folgenden etwas näher zu betrachten. Abschnitt 6.1.1 Was versteht man unter Einstellungen? Igli und Schaiken definieren Einstellungen als eine psychologische Tendenz, die durch einen positiven oder negativen Bewertungsprozess gegenüber einer bestimmten Person, Sache oder Situation ausgedrückt wird. Ihre Definition beinhaltet dabei drei wesentliche Komponenten. Erstens die Auffassung als psychologische Tendenz, zweitens den Bewertungsprozess und drittens das Einstellungsobjekt. Mit psychologischer Tendenz ist ein innerer Zustand der Person gemeint, der variieren und von unterschiedlicher Dauer sein kann. Das bedeutet, dass Einstellungen nicht im Sinne einer überdauernden Charaktereigenschaft, in Klammern Disposition zu sehen sind, sondern vielmehr verändert werden können. In Klammern vielleicht erinnern Sie sich mit Schrecken zurück, wie Sie im Jugendalter bestimmte Musikgruppen toll fanden, die Sie jetzt partout nicht mehr hören können. Einstellungen beschreiben daher aktuelle Tendenzen, die in ihrer Stärke variieren und, damit verbunden, entweder langandauernd oder fluktuierend sein können. Ein zweites wesentliches Merkmal von Einstellungen ist der evaluativer bzw. bewertender Charakter. Das heißt, unsere Einstellung ist in unterschiedlichem Ausmaß entweder positiv oder negativ gefärbt. Man kann sich hierzu auch ein Kontinuum vorstellen, das von sehr negativ bis sehr positiv reicht. Doch auf was bezieht sich dieses Kontinuum? Hier kommt nun der dritte Faktor ins Spiel, nämlich das Einstellungsobjekt, gegenüber dem wir eine Haltung entwickeln. Darunter fallen nicht nur konkrete Objekte bzw. Sachen, sondern auch Situationen, Verhaltensweisen oder Ideen. Am psychologisch bedeutsamsten sind Einstellungen gegenüber Personen. Hierbei ist die grundlegendste Einstellung das Selbstwertgefühl bzw. die Einstellung gegenüber der eigenen Person. Manche Einstellungsobjekte sind abstrakter Natur, wie beispielsweise der religiöse Glaube oder bestimmte politische Konzepte, in Klammern zum Beispiel Freiheit. Die Bewertungen und damit auch die jeweiligen Einstellungen können sich auf drei verschiedenen Ebenen manifestieren. Auf kognitiver, affektiver und verhaltensmäßiger Ebene. Kognitive Einstellungen sind reflektierbare, bewusste Bewertungen von Personen, Sachen, Situationen etc. Affektive Einstellungen sind mehr oder weniger positive oder negative Gefühle, die Personen erleben, wenn sie mit dem jeweiligen Einstellungsobjekt konfrontiert werden. Verhaltensmäßige, in Klammern behaviorale Einstellungen beschreiben schließlich das konkrete und nach außen hin sichtbare Verhalten gegenüber einer bestimmten Person oder Sache oder auch in einer bestimmten Situation. Verhaltensmäßige, in Klammern behaviorale Einstellungen beschreiben schließlich das konkrete und nach außen hin sichtbare Verhalten gegenüber einer bestimmten Person oder Sache oder auch in einer bestimmten Situation. Beispiel Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie möchten ein Auto kaufen. Alles, was Sie durch Informationen über dieses Auto wissen, in Klammern zum Beispiel seine Beschleunigung von 0 auf 100, die Pannenhäufigkeit und Versicherungskosten, ist Teil Ihrer kognitiven Einstellungen gegenüber diesem Auto. Ist die Beschleunigung gut, die Pannenhäufigkeit niedrig und sind die Unterhaltskosten überschaubar, dann wird Ihre kognitive Einstellung gegenüber diesem Auto wohl positiv sein. Was die affektive Einstellung gegenüber diesem Auto betrifft, so lässt sich diese weniger gut anhand objektiver Fakten beziehungsweise Informationen beschreiben. Sie ist eher subjektiver Art und manifestiert sich in positiven oder negativen Emotionen, die Sie erleben, wenn Sie das jeweilige Auto sehen oder daran denken. So können Sie beispielsweise die Farbe des Autos besonders ansprechend finden oder angenehme Erinnerungen damit verbinden, was sich dann in einer positiven, affektiven Einstellung gegenüber dem Auto äußert. Schreiten Sie schließlich zur Tat und tätigen den Autokauf bei Ihrem Autohändler, so ist dies Ausdruck Ihrer behavioralen, in Klammern verhaltensbezogenen, Einstellung gegenüber dem Auto. Beispielende. Definition. Als Einstellung wird ein innerer Zustand, in Klammern psychologische Tendenz, bezeichnet, der sich in einer positiven, negativen oder neutralen Bewertung gegenüber einem bestimmten Objekt, in Klammern Person, Gegenstand, Idee, Verhalten etc. ausdrückt. In Klammern Sie hierzu Abbildung 6.1 im gedruckten Buch. Definition Ende. Abschnitt 6.2 Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten Teilen wir uns anderen Menschen nicht mit, so sind unsere kognitiven und affektiven Einstellungen nach außen hin nicht erkennbar. Lediglich unser Verhalten ist von anderen beobachtbar. Gemäß der Theorie der Selbstkategorisierung neigt der Mensch dazu, seine persönliche Welt zu ordnen, bestimmte Muster ausfindig zu machen, Erklärungen zu finden und eben Kategorien zu bilden. Genauso versucht er auch, das Verhalten anderer Menschen, in Klammern oder sein eigenes, einzuordnen und zu erklären bzw. daraus möglicherweise auf die zugrunde liegende Einstellung zu schließen. In unserem Beispiel würden andere Menschen nun vermutlich davon ausgehen, dass sie eine positive Einstellung gegenüber diesem Auto haben. Andernfalls hätten sie es wohl nicht gekauft. In diesem Fall wäre dies korrekt und ihr äußeres Verhalten ließ er auf ihre zugrunde liegende Einstellung schließen. Doch genauso hätten sie dieses Auto auch für eine andere Person kaufen können, ohne dass es ihnen selbst gefällt. Dass Einstellungen und Verhalten einander nicht zwangsläufig entsprechen müssen, lässt sich noch an zahlreichen weiteren Beispielen verdeutlichen, so etwa in Bezug auf den Nikotinkonsum. Obwohl viele Raucher äußern, das Rauchen beenden zu wollen, da es sowohl ungesund als auch teuer ist, hören nur wenige unmittelbar auf. Ebenso beteuern viele Menschen, dass zu viel Fleisch ungesund sei und sie gerne weniger davon essen würden. Allein in Deutschland nimmt seit 1995 der jährliche Fleischkonsum jedoch um 1,6% zu. Weltweit beläuft sich dieser Prozentsatz auf 2,7%. Dies spricht natürlich klar gegen eine solche Einstellung. Wir verhalten uns also häufig genau gegensätzlich zu dem, was wir sagen. Wie lässt sich dies erklären? Wann und wie gut können Einstellungen tatsächlich das Verhalten von Menschen vorhersagen, beziehungsweise sind Rückschlüsse von diesem auf die jeweilige Einstellung möglich? Studie Einstellung und Verhalten Die Studie von LaPierre Eine klassische Studie zur Übereinstimmung von Einstellung und Verhalten stammt von LaPierre in Klammer 1934. LaPierre bereiste in den 30er Jahren zusammen mit einem chinesischen Ehepaar die USA. Aufgrund der damals in den USA vorherrschenden Vorurteile gegenüber Chinesen sorgte sich LaPierre darüber, ob er zusammen mit dem chinesischen Ehepaar überhaupt ein Hotelzimmer bekommen würde. Seine Befürchtungen bestätigten sich jedoch nicht. Nahezu alle Hotels in Klammern 199 von 200 besuchten Hotels vermieteten ein Zimmer an das chinesische Ehepaar. Einstellung in Klammern ethnische Vorurteile und Verhalten in Klammern Zimmervermietung stimmten in diesem Fall also nicht überein. Sechs Monate nachdem der Forscher von der Reise zurückgekehrt war, versendete er an alle der besuchten 200 Hotels Briefe und bat schriftlich darum, einem chinesischen Ehepaar ein Zimmer zu reservieren. 92% der angeschriebenen Hotels verweigerten eine Zimmerreservierung. Dieses Mal war der Befund konsistent mit dem vorherrschenden Vorurteil gegenüber Chinesen. Er stand aber in krassem Widerspruch zum zuvor gezeigten Verhalten der Hotelangestellten. Diese Studie zeigt, dass man nicht einfach von bestimmten Einstellungen auf das Verhalten schließen kann, in Klammern siehe Dawes und Smith aus dem Jahre 1985 für eine kritische Darstellung. Studie Ende Abschnitt 6.2.1 Theorie des geplanten Verhaltens Nach den enttäuschenden Befunden zum Zusammenhang zwischen Einstellungen und darauf bezogenen Verhaltensweisen formulierte Eisen die Theorie des geplanten Verhaltens, in Klammern siehe auch Eisen und Madden aus dem Jahre 1986. Diese sollte die Vorhersagbarkeit von Verhalten auf der Grundlage bestimmter Einstellungen erleichtern. Dann klammern siehe hierzu Abbildung 6.2 im gedruckten Buch. Gemäß dieser Theorie wird tatsächliches Verhalten, über das eine Person nachdenkt, am besten von einer konkreten Verhaltensabsicht vorhergesagt. Vereinfacht gesagt, ist darunter die persönliche Motivation zu verstehen, das jeweilige Verhalten auszuführen. Insofern ist die Verhaltensabsicht ein Indikator dafür, wie sehr eine Person dazu bereit ist, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen bzw. tatsächlich zu versuchen, dieses umzusetzen. Als Daumenregel kann gelten, je stärker die Motivation bzw. Intention, desto wahrscheinlicher ist das Auftreten des entsprechenden Verhaltens. Wenn Sie beispielsweise die Einstellung haben, dass Sport wichtig für Ihre Gesundheit ist, Sie sich aber nur selten sportlich betätigen, ist das Ausmaß Ihre Verhaltensabsicht entscheidend dafür, ob Sie tatsächlich auf Sport umsteigen. Sind Sie zum Beispiel nicht dazu bereit, die Fitnessangebote in Ihrer Umgebung zu lesen, Geld für einen Verein auszugeben, Sportschuhe zu kaufen, früher aus der Arbeit zu gehen oder konkrete Termine mit Freunden zu vereinbaren, so wird es schwer sein, das Vorhaben umzusetzen. Dagegen ist bei hoher Motivation und der Bereitschaft, gewisse Voraussetzungen zu schaffen, die Wahrscheinlichkeit für sportliche Betätigung wesentlich höher. Die Verhaltensintention wird wiederum am besten durch drei Faktoren vorhergesagt, nämlich durch 1. die subjektive Einstellung der Person gegenüber einem bestimmten Verhalten, 2. die subjektive soziale Norm gegenüber einem entsprechenden Verhalten und 3. die subjektiv wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Die Einstellung gegenüber dem Verhalten bezieht sich darauf, welche Gedanken und Emotionen eine Person gegenüber dem jeweiligen Verhalten erlebt. Sind diese positiver Art, so wird auch die Einstellung gegenüber dem Verhalten positiv sein. Als subjektive soziale Norm versteht man die Einstellung persönlich wichtiger anderer Personen, in Klammern zum Beispiel der eigenen Familie, Gruppe, Gesellschaft, gegenüber einem bestimmten eigenen Verhalten. Nimmt man diese Einstellung anderer Personen als positiv wahr, so übt man mit höherer Wahrscheinlichkeit das jeweilige Verhalten aus. Der dritte Faktor, nämlich die wahrgenommene Kontrolle über ein Verhalten, wurde der Theorie erst später hinzugefügt. Mit wahrgenommener Verhaltenskontrolle ist gemeint, dass sich die betreffende Person dazu fähig fühlt, ein bestimmtes Verhalten überhaupt ausführen zu können, dass sie also das erforderliche Wissen, die entsprechenden Kompetenzen und Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Es scheint, dass erlebte Verhaltenskontrolle nicht nur einen indirekten Einfluss auf das Verhalten ausübt, nämlich über die Verhaltensabsicht, sondern das Verhalten auch direkt beeinflussen kann. Wie gut sagt nun aber die Verhaltensintention das tatsächliche Verhalten vorher? Die meisten Studien berichten hierbei von mittleren bis großen Effektstärken, so etwa die Meta-Analysen von Armitage und Connor in Klammern R gleich Punkt 4-7 oder Rendell und Wolf in Klammern R gleich Punkt 4-5. Definition Die Theorie Die Theorie des geplanten Verhaltens von Aizen aus dem Jahr 1985 beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten. Der Theorie zufolge wird ein Verhalten am besten von einer konkreten Verhaltensabsicht vorhergesagt. Als wiederum beste Prädiktoren für diese Verhaltensabsicht gelten die eigene Einstellung gegenüber dem Verhalten, die soziale Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Definition Ende Die Theorie des geplanten Verhaltens soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden. Beispiel Nehmen wir an, eine Person möchte sich gerne in Zukunft vegetarisch ernähren und gibt an, dass sie mittlerweile auch eine positive Einstellung gegenüber vegetarischer Ernährung entwickelt hat. In Klammern das heißt, ihre Gedanken und Emotionen im Zusammenhang mit vegetarischer Ernährung sind positiv. Wie können wir vorhersagen, ob es wahrscheinlich ist, dass diese Person sich sechs Monate später tatsächlich auch vegetarisch ernähren wird? Es ist zunächst erforderlich, uns ihr soziales Umfeld anzusehen und zu prüfen, ob vegetarische Ernährung auch von wichtigen Bezugspersonen wie Familie, Kollegen, Freunden oder der Gesellschaft insgesamt als erstrebenswertes Ziel angesehen wird. Ist dies der Fall, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die betreffende Person die Verhaltensintention entwickelt, sich vegetarisch zu ernähren. Des Weiteren muss beachtet werden, ob das Verhalten in Klammern sich vegetarisch zu ernähren auch unter der direkten Verhaltenskontrolle der Person liegt. Ist die Person beispielsweise nicht in der Lage, auf ihre Lieblingsspeise, sei es nun das Wiener Schnitzel oder die Currywurst, zu verzichten, dann wird es langfristig auch unwahrscheinlich sein, dass sie sich vollständig vegetarisch ernähren wird. Beispielende Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Einstellungen dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in entsprechenden Verhaltensweisen manifestieren, wenn die betreffende Person eine positive Einstellung gegenüber dem Verhalten besitzt, wenn persönlich bedeutende andere Personen dieses Verhalten auch positiv bewerten und wenn die Person das Gefühl hat, das betreffende Verhalten ausführen zu können. In Klammern wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Sind alle drei Komponenten gegeben, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die betreffende Person eine Verhaltensabsicht entwickelt, die wiederum das einstellungsrelevante Verhalten leitet, hoch. Anders formuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass Verhalten und Einstellung übereinstimmen, sinkt, sobald auch nur eine der drei kritischen Komponenten fehlt. Neben dieser reflektierten und rationalen Konstruktion von einstellungskonformen Verhalten besteht auch, wie oben erwähnt, eine impulsivere psychologische Verbindung zwischen persönlicher Verhaltenskontrolle und dem fraglichen Verhalten. Dieser Prozess kann erklären, warum Menschen immer wieder soziale Normen brechen. Stellen Sie sich vor, Sie finden einen Koffer mit Geld an der Bushaltestelle. Sie lehnen Diebstahl kategorisch ab und wissen, dass Ihre Freunde und die Gesellschaft dasselbe tun. Jedoch haben Sie auch eine positive Einstellung zum Wohlstand. Sie ziehen den Reichtum, der Armut vor. Nun finden Sie sich in einer Situation perfekter Verhaltenskontrolle. Sie brauchen den Koffer nur mitzunehmen, es gibt keine Zeugen. In einer derartigen Situation werden einige oder gar viele Menschen die Versuchung der sozialen Norm vorziehen. Die Theorie des geplanten Verhaltens erklärt Ihr Verhalten durch den direkten Wirkungspfad und zeigt auf, warum die Korrelation zwischen expliziten Einstellungen, in Klammern hier, zum Diebstahl und Verhalten nicht perfekt sein kann. In Klammern, siehe hierzu Abbildung 6.2 im gedruckten Buch. Abschnitt 6.2.2 Gemischte Befundlage Analog zu Lapierres und Aidsons Arbeiten ergaben sich aus den vielen Jahrzehnten der Forschung zum Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten jedoch sehr uneinheitliche Befunde, die mal für und mal gegen einen solchen Zusammenhang sprechen. Die große Spannweite der angegebenen Korrelationsmaße spiegelt dies wieder. So berichten Leipe und Elkin in einer Serie von vier Studien sowohl von einem negativen, in Klammern minus Punkt 20 beziehungsweise minus Punkt 0,1 als auch positiven Zusammenhang, in Klammern Punkt 0,8 beziehungsweise Punkt 7,4. Die Autoren hatten variiert, inwieweit die Einstellungsthematik von hoher oder keiner persönlicher Bedeutung ist, beziehungsweise ob darüber im Anschluss der Testung noch diskutiert wurde oder nicht. Auch Doll und Eizen untersuchten den Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten unter verschiedenen Bedingungen und erhielten Korrelationen von Punkt 2,7 bis Punkt 6,7. Damit wird deutlich, dass nicht nur die Stärke des berichteten Zusammenhangs variiert, sondern, damit verbunden, auch die Inhalte der erforschten Einstellungen sowie die methodische Herangehensweise bei der Messung von Einstellung und Verhalten von Studie zu Studie unterschiedlich sind. Eizen vertritt den Standpunkt, dass methodische Unterschiede in der Forschung der Hauptgrund für die Variabilität der Befunde sind. Im Hinblick darauf ist es unter anderem wichtig zu beprüfen, ob sich die Messungen von Einstellung und Verhalten entsprechen. Ist dies der Fall, kann man von einer Einstellung auf entsprechendes Verhalten schließen. Wenn beispielsweise die Messung der Einstellung zur Religiosität durch verschiedene Fragen erfolgt und damit verschiedene Aspekte erfasst, so genügt es bei der Verhaltensmessung nicht, ausschließlich die Anzahl der Kirchenbesuche zu messen. Entscheidend ist also, wie gut Einstellungs- und Verhaltensmessungen korrespondieren. Als weitere Ursache für die Uneinheitlichkeit der Befunde gilt der Einfluss von sogenannten Moderatorvariablen, das heißt Faktoren, die den Effekt von Einstellung auf Verhalten in unterschiedlicher Weise beeinflussen können. Beispielhaft für Moderatorvariablen sind bestimmte Merkmale von Einstellungen, die nachfolgendes Verhalten unterschiedlich gut vorhersagen können. So kann man eher von einer Einstellung auf zukünftiges Verhalten schließen, wenn sich eine Person in ihrer Einstellung sehr sicher ist. Sind sie zum Beispiel voll und ganz von der Wichtigkeit überzeugt, sich politisch zu engagieren, so werden sie auch mit höherer Wahrscheinlichkeit zur nächsten Bundestagswahl gehen, als eine Person, die sich wenig aus Politik macht. Ein weiteres Merkmal betrifft die Entstehung von Einstellungen. Beruht diese auf direkte Erfahrung, so wird auch eher entsprechendes Verhalten gezeigt. War beispielsweise eine Person selbst Opfer einer Umweltkatastrophe und steht dem Umweltschutz daher positiv gegenüber, so wird sie auf diesem Gebiet auch eher aktiv sein als eine Person ohne derartige Erfahrung. Abschnitt 6.2.3 Einflussfaktoren auf den Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten Um diese unterschiedlichen Ergebnisse besser erklären zu können, versuchten die Forscher bislang die jeweiligen Bedingungen ausfindig zu machen, die die Stärke des Zusammenhangs zwischen Einstellung und Verhalten beeinflussen bzw. umkehren. Meta-Analysen zeigen, dass Einstellungen das Verhalten unter den folgenden Bedingungen gut vorhersagen. Wenn sich die Person der eigenen Einstellung sehr sicher ist. Wenn die Einstellung leicht dem Bewusstsein zugänglich und zeitlich stabil ist. Wenn die Einstellung größtenteils auf eigener direkter Erfahrung mit dem Einstellungsgegenstand beruht. Und schließlich ist es auch hilfreich, wenn sich kognitive und emotionale Grundlagen der Einstellung nicht widersprechen. In einer neueren Meta-Analyse fanden Glassman und Albert Agin, dass sich diese Moderatoren teilweise gegenseitig beeinflussen, sodass eine klare Trennung nicht möglich ist. Den Autoren zufolge sind nur zwei dieser Variablen von kritischer Bedeutung. Die Zugänglichkeit der Einstellung und ihre zeitliche Stabilität. Damit bestätigen sie zwei bisherige Forschungslinien, die den Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten zu erklären versuchen. Eine dieser Linien setzt an der Zugänglichkeit von Einstellungen an und postuliert, dass Verhalten umso besser vorhergesagt werden kann, je leichter einstellungsrelevante Informationen abgerufen werden können. Eine aktuelle Studie aus dem Bereich Moral beziehungsweise Ethik verdeutlicht diese Annahme. Bei der Bearbeitung von Matrizenaufgaben, für die die Probanden Geld gewinnen konnten, schummelten diejenigen seltener, die zuvor einen Ehrenkodex unterschrieben und damit bestimmten ethischen Standards zugestimmt hatten. War die Salienz von Moralität also erhöht, beziehungsweise die moralische Einstellung präsent, trat auch entsprechendes moralisches Verhalten häufiger auf. Wiederum hängt die Zugänglichkeit der einstellungsrelevanten Informationen davon ab, wie häufig man über die jeweilige Thematik nachdenkt. Setzt man sich intensiv mit dem Einstellungsobjekt auseinander, erhöht dies natürlich das Wissen darüber, schafft Vertrautheit und damit einen erleichterten Abruf aus dem Gedächtnis. Die Zugänglichkeit der Einstellung wird zum anderen auch durch die Häufigkeit erhöht, mit der die jeweilige Meinung vertreten oder entsprechend dieser gehandelt wird. Die zweite Forschungslinie bezieht sich auf die Stabilität von Einstellungen und setzt dann deren Entstehung an. Zentral für die Einstellungsbildung sind hierbei die jeweiligen Informationen, die zum Zeitpunkt des Verhaltens vorliegen. Sind diese einseitig, in Klammern das heißt, beinhalten sie nur die positiven oder negativen Aspekte des Einstellungsobjektes, nicht jedoch eine ausgewogene Betrachtung. So erhöht dies die Stabilität der Einstellung und damit auch die Wahrscheinlichkeit für entsprechendes Verhalten. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Stabilität und damit auf nachfolgendes Verhalten ist, ob die Einstellung in Zusammenhang mit nachfolgendem Verhalten steht. In Klammern zum Beispiel die Einstellung gegenüber Kirchen besuchen, in Zusammenhang mit der Anzahl tatsächlicher Gottesdienstbesuche. Für eine hohe Vorhersagekraft des Verhaltens aufgrund der Einstellung sollte sich die Einstellung auf das jeweilige Verhalten beziehen und nicht genereller Art sein, etwa die grundsätzliche Einstellung gegenüber Glauben oder Religion. Ebenfalls wichtig ist der Grad der persönlichen Überzeugung davon, dass die eigene Meinung korrekt ist. Je stärker man von deren Richtigkeit überzeugt ist, desto stabiler ist auch die eigene Einstellung und desto eher zeigt man auch entsprechendes Verhalten. Laut Glassman und Albaracin wird die Sicherheit bezüglich der eigenen Meinung wiederum von drei Faktoren begünstigt. Erstens, der Häufigkeit, mit der über die Einstellung nachgedacht wird, in Klammern dies erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Einstellung auf durchdachter und damit zuverlässiger Information beruht. Zweitens, der direkten Erfahrung, in Klammern Einstellungen, die auf Basis eigener Erfahrung gebildet werden, erhöhen die Sicherheit. Und drittens, der einseitigen Informationssuche, in Klammern, diese reduziert Zweifel und erhöht damit die Sicherheit. Abbildung 6.3 im gedruckten Buch stellt die beschriebenen Einflussgrößen in Bezug zueinander. Abschnitt 6.3 Entstehung von Einstellungen Wir wissen nun, dass der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten von verschiedenen Faktoren abhängt. So verzichtet der vermeintliche Vegetarier wohl tatsächlich auf Fleisch, wenn ihm seine Einstellung bewusst ist, sie schon lange besteht, seine Bezugspersonen ebenfalls auf vegetarische Ernährung umgestiegen sind, er viele dafür sprechende Argumente parat hat, etc. Aber wie kommt er überhaupt zu dieser Einstellung? Der soziale Aspekt, in Klammern vergleicht subjektive soziale Norm beziehungsweise der soziale Einfluss spielt hier auch eine wichtige Rolle. Im Folgenden betrachten wir den Bereich der Einstellungsbildung genauer. Abschnitt 6.3.1 Einstellungen durch Kommunikation und Überzeugungen Unter den ersten Forschungsarbeiten zur Entstehung von Einstellungen sind die berühmten Experimente von Hovland, Janice und Kelly, die im Rahmen der Yale Studies in Attitude and Communication durchgeführt wurden. Diese Autoren untersuchten, die Eigenschaften von Kommunikatoren und Kommunikationsinhalten die Entstehung und Veränderung von Einstellungen beeinflussen. Ein wichtiges, wenn auch erst im Nachhinein offensichtliches Ergebnis war, dass Kommunikatoren dann besonderen Einfluss auf Einstellungsänderungsprozesse haben, wenn sie vertrauenswürdig und glaubwürdig erscheinen. Darüber hinaus ist die Art der Kommunikation wichtig. Unterschiedliche Eigenschaften der Kommunikation wirken sich auch verschieden auf die Überzeugungskraft von Argumenten aus. So ist beispielsweise wahrscheinlicher, dass Personen ihre Einstellung ändern, wenn die Kommunikation zweiseitig anstatt einseitig angelegt ist. Eine Kommunikation ist zweiseitig, wenn sie sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente zur Diskussion stellt. Diese balancierte Strategie ist dann besonders wirksam, wenn der Empfänger bereits vor Informationen zu beiden Seiten eine Einstellung hat und wenn er einen hohen Bildungsgrad aufweist. Schließlich wird eine Einstellungsänderung wahrscheinlicher, wenn die Kommunikationsinhalte nur Unsicherheit, jedoch keine starke Angst auslösen. Wenn die Angst zu stark ist, beziehen viele Menschen eine abwehrende Position, was natürlich der Einstellungsänderung im Wege steht. Im Zusammenhang mit Affekt kommt es jedoch nicht nur darauf an, welche Emotionen die Kommunikationsinhalte hervorrufen, auch die aktuelle Stimmung nimmt Einfluss auf unsere Einstellung. Studie Stimmungseinflüsse auf Einstellungen Albaricin und Kumkale konnten zeigen, dass auch die aktuelle Stimmung unsere Einstellung beeinflussen kann, auch wenn diese völlig unabhängig vom Einstellungsobjekt ist. Die Autoren ließen ihre Probanden einen Brief schreiben, in dem sie entweder von einem positiven oder einem negativen persönlichen Erlebnis berichteten. Entsprechend waren die Probanden anschließend positiv oder negativ gestimmt. Bei guter Stimmung ließen sie sich stärker von einer anderen Meinung überzeugen als in negativer Gefühlslage. Und dies, obwohl ihre emotionale Verfassung, in Klammern Affekt, nichts mit dem Inhalt der Einstellung zu tun hatte. Dies traf jedoch nur zu, wenn der eigene Affekt wahrgenommen und nicht als nebensächlich erkannt wurde. In Klammern nebensächlich wäre die eigene Stimmung beispielsweise dann, wenn man hoch motiviert ist, sich mit der Thematik zu beschäftigen, da man selbst davon betroffen ist. Im studentischen Kontext etwa, wenn es um die Einstellung gegenüber Studiengebühren geht, wird der Affekt wahrgenommen und nicht als unwichtig angesehen, so kann er als zusätzliche Informationsquelle dienen und wird für die persönliche Einstellungsbildung mit einbezogen. In Klammern Affekt als Information. Studie Ende Abschnitt 6.3.2 Erlernen von Einstellungen Einstellungen entstehen vor allem durch Lernprozesse, können teilweise aber auch biologische Wurzeln haben. So haben eineiige Zwillinge, in Klammern im Vergleich zu zweieiigen Zwillingen, eine ähnliche politische Einstellung, eine ähnliche Präferenz für das Lesen von Büchern oder Lösen von Kreuzworträtseln, haben einen ähnlichen Musikgeschmack und mögen ähnliche Speisen. Einstellungen sind also vererbbar, obwohl von einem speziellen Einstellungsgen bei der bisherigen Forschungslage noch nicht gesprochen werden kann. Natürlich haben vor allem soziale Lernprozesse und Erfahrungen einen nachhaltigen Einfluss auf die Entstehung von Einstellungen. Hierbei können drei hauptsächliche Typen der Einstellungsbildung unterschieden werden. Erstens, kognitive Prozesse, die Einstellungen durch bewusstes Reflektieren begründen. Zweitens, emotionsabhängige Prozesse des klassischen, kognitive Prozesse des und operanten Konditionierens, die Einstellungen durch Assoziationen schaffen. Drittens, verhaltensbezogene Prozesse bzw. Prozesse der Selbstbeobachtung, die Einstellungen von eigenem Verhalten ableiten. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.4 im gedruckten Buch. Kognitive Einstellungen Kognitive, in Klammern gedankliche Einstellungen, entstehen vorwiegend durch bewusstes Nachdenken, in Klammern Reflexion, über einen bestimmten Einstellungsgegenstand. Steht beispielsweise ein Autokauf an, so überlegen wir uns bewusst die Vor- und Nachteile eines bestimmten Autos und kommen entsprechend zu einer positiven oder auch negativen Einstellung gegenüber diesem Auto. Affektive Einstellungen Affektive, in Klammern gefühlsmäßige Einstellungen, entstehen vorwiegend durch Konditionierungsprozesse, wobei hier die klassische von der operanten Konditionierung zu unterscheiden ist. Eine Einstellung entsteht durch klassische Konditionierung dann, wenn ein positiver, in Klammern angenehmer, oder negativer, in Klammern unangenehmer Reiz, in Klammern Stimulus, zusammen mit einem Einstellungsobjekt auftritt. Je nach Valenz dieses Reizes kann dadurch eine positive oder negative Einstellung entstehen. So wird eine Person, die den Duft von Popcorn liebt, vermutlich eine positive Einstellung zu einem bestimmten Film entwickeln, wenn sie diesen umgeben von Popcorn-essenden Menschen im Kino betrachtet. Dagegen wird die Rezension desselben Films vermutlich schlechter ausfallen, wenn der Nachbar nicht geduscht und das Filmvergnügen daher von einem penetranten Schweißgeruch begleitet ist. Die ursprüngliche Arbeit zur klassischen Konditionierung von Einstellungen stammt von Rasran. Unter dem Begriff Lunch-Technik beschreibt dieser, dass andere Menschen den eigenen Ideen bzw. der eigenen Einstellung stärker zustimmen, wenn man diese den Rezipienten bei einem angenehmen Lunch unterbreitet. In Klammern spätestens an dieser Stelle sollten wir darüber nachdenken, es sich gemütlich zu machen und dieses Kapitel in angenehmer Atmosphäre weiterzulesen. Eine Einstellung entsteht durch operante Konditionierung dann, wenn einstellungsrelevante Verhaltensweisen belohnt oder bestraft werden. Analog der klassischen Konditionierung kann sich auch hier wieder eine positive oder negative Einstellung herausbilden. Der Konsum von Alkohol, Kaffee und Tabak ist beispielsweise anfänglich kein Genuss. Dennoch kann man allmählich durch soziale Belohnungen auf den Geschmack kommen. Das heißt, der Konsum dieser Substanzen wird anfänglich vor allem deshalb wiederholt, weil Freunde oder Kollegen Akzeptanz, Wohlwollen und Ermutigungen ausdrücken. Im Gegenzug kann sich auch eine negative Einstellung gegenüber derartigem Konsum herausbilden. Lehnen Eltern jeglichen Alkoholgenuss vehement ab und verlangen Gleiches von ihrem Kind, indem sie dieses bei einem Regelverstoß bestrafen, so kann das Kind aufgrund der negativen Assoziation eine ähnliche Einstellung entwickeln. Verhaltensbezogene Einstellungen Schließlich können Einstellungen auch aus der Beobachtung und Analyse eigenen Verhaltens entstehen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn dem Bewusstsein keine klar artikulierte Einstellung zugänglich ist. Nehmen wir an, ihnen fällt spontan wenig zu ihrer Haltung gegenüber Tieren ein. Sie können dann aber darüber nachdenken, wie oft sie in der letzten Zeit im Zoo waren, wie viele Haustiere sie schon hatten oder wann sie das letzte Mal Geld für das örtliche Tierheim gespendet haben. Je mehr derartige Aktivitäten in Erinnerung kommen, desto positiver lässt sich die zugrunde liegende Einstellung einschätzen. Abschnitt 6.3.3 Selbstwahrnehmungstheorie Die Selbstwahrnehmungstheorie von Bern postuliert, dass Personen aus der Beobachtung und Analyse ihres Verhaltens auf ihre zugrunde liegende Einstellung schließen. Dies ist vorwiegend der Fall, wenn man sich seiner eigenen Einstellung nicht bewusst ist. Hier ermöglicht die in Klammern Selbstwahrnehmung des eigenen Verhaltens einen Schluss auf die jeweilige Einstellung. Folglich handelt es sich hiermit um eine verhaltensbezogene Einstellung. Die Selbstwahrnehmungstheorie ist gemeinhin als eine behavioristische Theorie bekannt, da das Verhalten in dieser Theorie Vorrang hat. Die subjektive Einstellung ist hierbei nur eine Implikation in Klammernfolge des Verhaltens. Dennoch sieht Bern den selbstwahrnehmenden Menschen als ein kognitives Wesen an, das Einstellungen in quasi wissenschaftlicher Art konstruiert. Wenn eine Person beispielsweise gefragt wird, ob sie ihren Partner noch liebt und sie, das soll vorkommen, nicht sofort mit Ja antworten kann, dann wird sie sich überlegen, wie oft sie mit ihrem Partner in der letzten Zeit ausgegangen ist, wie oft sie ihn üblicherweise anruft oder wie sexuell anziehend sie ihn nach wie vor findet. Beantwortet sie diese Fragen positiv, so wird sie wohl zu dem Schluss kommen, dass sie immer noch verliebt ist und somit eine sehr positive Einstellung gegenüber ihrem Partner hat. Im Musical Anna Tevka ist diese Situation dramaturgisch nachgestellt. Milchmann Tevje fragt seine Frau Golde, ob sie ihn nach all den Jahren noch liebt. Golde antwortet, indem sie ihren Mann all die Dinge aufzählt, die sie Tag für Tag für ihn tut. In diesem Fall vermutet man jedoch, dass ihr behaviorales Argument nicht nur ein Akt der Selbstwahrnehmung ist, sondern auch eine Mahnung an den Gatten, keine dummen Fragen zu stellen. Die Einstellungsbildung durch Selbstwahrnehmung ist also ein nützliches Instrument der Selbsterfahrung. Allerdings können dieselben psychologischen Mechanismen, die Selbsterfahrung möglich machen, auch für manipulative Zwecke eingesetzt werden. Eine interessante und subtile Methode ist die Foot-in-the-door-Technik. Ihr Prinzip ist einfach. Das Ziel des Manipulators ist es, eine Zusage auf die eine Bitte zu gewinnen, die unter normalen Umständen abgeschlagen würde. Das Vorgehen ist dabei so, dass er zunächst um einen kleinen Gefallen bittet, der mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt wird. Sobald dann der Fuß in der Tür ist, wird die eigentliche Forderung gestellt, die nun meist erfüllt wird. In Friedman und Frazers Originalstudie waren nur wenige Hausfrauen im kalifornischen Palo Alto dazu geneigt, ein Forschungsteam eine komplette Bestandsaufnahme ihrer Kücheneinrichtung machen zu lassen, in Klammern eigentliche Forderung. Allerdings war ihre Kooperationsbereitschaft weitaus größer, wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal gebeten worden waren, einige einfache Fragen über Haushaltsprodukte zu beantworten, in Klammern kleine Bitte. Die Selbstwahrnehmungstheorie erklärt das so. Wenn die größere Anfrage gestellt wird, erinnert man sich an das eigene Verhalten bei der kleineren Anfrage. Im vorgestellten Experiment schlossen die Frauen aus ihrer Kooperationsbereitschaft bei der kleinen Frage, dass sie generell kooperationsbereit sind. Schließlich hatten sie ihr freiwillig zugestimmt. Diese vom ursprünglichen Verhalten abgeleitete Einstellung dominierte dann die Reaktion auf die größere Anfrage. Praktika der Verkaufspsychologie sind an dieser Technik sehr interessiert, aber auch Kinder wenden sie geschickt im Umgang mit ihren Eltern an. Ein weiteres typisches Beispiel, das ihnen in der Fußgängerzone häufig begegnet, ist das Werben bestimmter Stände oder Organisationen. Meist wird einem eine einfache Frage gestellt, die man meist eindeutig in der gewünschten Richtung beantwortet. In Klammern zum Beispiel, sind sie gegen Tierversuche? Sind sie prosozial eingestellt? Hätten sie ganz kurz Zeit, um an einer Umfrage teilzunehmen? Oft beantwortet man derartige Fragen oder nimmt an einer kleinen Umfrage teil, da dies zunächst nicht mit Aufwand oder Kosten verbunden zu sein scheint. Doch hat man erst einmal seine Abneigung gegenüber Tierversuchen oder seine Prosozialität bekundet, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, auch bei einer Petition gegen Tierversuche zu unterschreiben oder Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.5 im gedruckten Buch. Definition Gemäß der Selbstwahrnehmungstheorie können Einstellungen aus dem eigenen Verhalten abgeleitet werden. Ist man sich bei seiner Einstellung gegenüber einem bestimmten Einstellungsobjekt unsicher, so kann die Analyse des Verhaltens zeigen, ob man sich eher konform oder gegenteilig zu einer bestimmten Einstellung verhalten hat. Überwiegt ersteres, so wird man vermutlich diese Einstellung annehmen, anderenfalls würde man eher die Gegenposition beziehen. Definition Ende Abschnitt 6.4 Veränderung von Einstellungen Bisher haben wir uns damit beschäftigt, wie Einstellungen definiert sind, wie sie gebildet werden und wie sie unser Verhalten beeinflussen können. Doch wie wir wissen, muss eine einmal erworbene Einstellung nicht ewig fortbestehen, sondern ist im Sinne einer psychologischen Tendenz veränderbar. Der einst radikale Vegetarier stellt für sich selbst fest, dass Fleisch auch Vorteile haben kann. Das gekaufte Auto ist wieder erwartend ungeeignet und die anfängliche Verliebtheit zerfällt in Desinteresse. Wie kann es dazu kommen? Lassen sich aus dem Einzelfall allgemeine Muster ableiten, die die Änderung von Einstellungen erklären können? Abschnitt 6.4.1 Einstellungsänderung als Rationalisierung von Verhalten Eine einflussreiche sozialpsychologische Theorie zur Erklärung von Einstellungsänderungen ist die Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger. Wie wir aus Kapitel 2 wissen, ist der Kern der Dissonanztheorie die Annahme, dass einander widersprechende Kognitionen, in Klammern Gedanken, Einstellungen, Absichten etc., Dissonanz auslösen, also einen unangenehmen motivationalen Zustand, den die Person bestrebt ist, zu reduzieren. Dabei kann Dissonanz auch dann entstehen, wenn Kognitionen, in Klammern Einstellungen und bestimmte Verhaltensweisen nicht zusammenpassen, was Festinger und Carl Smith in ihrem 20-Dollar-Experiment zeigen konnten. Die Tatsache, dass die Probanden bei empfundener Dissonanz ihre Einstellung an das zuvor ausgeübte Verhalten anpassten, lässt darauf schließen, dass Einstellungsänderung auch als ein Dissonanzreduktionsmechanismus auftreten kann. Aus dieser theoretischen Perspektive heraus ist der Mensch kein rationales, sondern ein rationalisierendes Wesen. Er ist permanent bestrebt, seine Verhaltensweisen durch Anpassung der eigenen Einstellung zu rechtfertigen. Rational wäre dagegen, wenn Einstellungen und Verhalten einander stets entsprechen würden. Ein einfaches Beispiel kann diesen Sachverhalt verdeutlichen. Beispiel Anpassung von Einstellungen Bringt man einen Atomgegner dazu, eine öffentliche Rede über die Vorteile von Kernenergie zu halten, so führt das bei der Person dazu, dass deren ursprüngliche Einstellung zur Kernenergie nun weniger negativ ausfällt. Die Person muss ihr einstellungsdiskrepantes Verhalten und kann man halten einer Rede pro Kernenergie rechtfertigen, was am einfachsten gelingt, indem die Atomenergie teilweise aufgewertet wird. Der gleiche Prozess kann natürlich auch in die andere Richtung laufen. Ist eine Person davon überzeugt, sie sei besonders intelligent, schneidet in einem Intelligenztest aber sehr schlecht ab, so ist es wahrscheinlich, dass diese Person das psychologische Konstrukt der Intelligenz und die damit zusammenhängenden Intelligenztests verstärkt abwerten wird. Beispiel Ende Neuere Ergebnisse sprechen dafür, dass Einstellungsänderungen durch Dissonanzreduktionen dauerhaft sein können und damit nicht lediglich auf eine konkrete Situation bezogen bleiben. So stellten Sinemont und Sommar noch einen Monat nach dem Schreiben eines einstellungsdiskrepanten Aufsatzes eine veränderte Einstellung bei den Versuchspersonen fest. Abschnitt 6.4.2 Zwei Prozessmodelle Elaboration-Likelihood-Modell Das Elaboration-Likelihood-Modell ist ein klassisches Zwei-Prozess-Modell und leistet einen besonders wichtigen Beitrag zum Verständnis und zur Vorhersage von Einstellungsänderungen, vor allem im Hinblick darauf, unter welchen Umständen sich Menschen in ihren Einstellungen beeinflussen lassen. In Klammern Persuasion Das ELM unterscheidet zwei verschiedene Wege der Überzeugung, den zentralen und den peripheren Weg. Dabei bestimmen die Motivation und die Fähigkeit, die zur Überredung oder Überzeugung dargebotene Information zu verarbeiten, ob der zentrale oder der periphere Weg eines Einstellungs-Veränderungsversuchs erfolgreich sein wird. Wenn Personen sowohl willens als auch dazu in der Lage sind, Informationen sorgfältig zu verarbeiten, in Klammern zum Beispiel, wenn sie genügend Zeit haben und nicht durch eine andere Aufgabe abgelenkt sind, dann ist es zielführend, wenn Informationen ausführlich und qualitativ hochwertig sind, in Klammern zentraler Weg. Sind Personen dagegen entweder nicht motiviert oder unfähig, in Klammern oder beides, Informationen tief zu verarbeiten, in Klammern zum Beispiel aufgrund von Zeitdruck oder Ablenkung durch andere Aufgabe, dann wird der Einstellungsänderungsversuch eher erfolgreich sein, wenn die Information mit situativen oder emotionalen Hinweisreizen versehen ist, in Klammern peripherer Weg. Personen verarbeiten hier Informationen also eher oberflächlich und verlassen sich auf Heuristiken, in Klammern Daumenregeln, zum Beispiel Experten haben immer recht. Situative Hinweisreize, die nichts mit der Güte der Information selbst zu tun haben, gewinnen hier an Einfluss. Klammern sie hierzu Abbildung 6.6 im gedruckten Buch. Für die Praxis Möglichkeiten der Einstellungsänderung durch Werbung Die periphere Route zur Einstellungsänderung wird aus guten Gründen von der Markt- und Werbepsychologie bevorzugt. Wo Menschen in Eile sind, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Flughäfen, ist es wenig sinnvoll, Werbung zu platzieren, die über den zentralen Weg versucht, die potenziellen Kunden zum Kauf eines Produktes zu bewegen. An Bahnhöfen haben Menschen normalerweise wenig Zeit und hetzen nur von einem Zug zum nächsten. In dieser Situation sind sie also nicht motiviert bzw. dazu in der Lage, Informationen tief zu verarbeiten. Werbung an Bahnhöfen muss deshalb stark mit situativen Hinweisreizen arbeiten, wie zum Beispiel attraktive und leicht bekleidete Menschen, die für ein Auto werben. Im Gegensatz dazu sind in Fachzeitschriften eher Persuasionsversuche, in Klammern Überzeugungsversuche, angebracht, über den zentralen Weg einer Einstellungsänderung erreichen möchten. Es werden beispielsweise in Autofachzeitschriften ausführliche Leistungsvergleiche und technische Merkmale verschiedener Autos präsentiert, dass sich Menschen dann eher von der Qualität der Argumente beeinflussen lassen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.6 im gedruckten Buch. Für die Praxis Ende. Des Weiteren wissen wir, dass positive Stimmung eher eine oberflächliche Verarbeitung begünstigt, in Klammern peripherer Weg, während negative Stimmung eher zu einer tiefen Informationsverarbeitung führt, in Klammern zentraler Weg. Heuristisch-Systematisches Modell, in Klammern HSM Ein weiteres Modell zur Vorhersage von Einstellungsänderungen ist das Heuristic Systematic Model, in Klammern HSM. Es stellt ebenfalls ein duales Prozessmodell dar, da es, analog zur zentralen und peripheren Route des ELM, zwischen einem systematischen und einem heuristischen Verarbeitungsprozess unterscheidet. Während das ELM in Bezug auf Motivation jedoch recht undifferenziert ist, es ist nur in Unterschieden im Ego-Involvement interessiert, unterscheidet das HSM drei Grundmotive. Das Motiv der Verteidigung, in Klammern Defense Motivation, zielt darauf ab, dass Personen bestrebt sind, ihre Einstellungen, Entscheidungen, Standpunkte etc. zu rechtfertigen und vor Herausforderungen zu schützen. Selbstwertrelevante Standpunkte werden hierbei besonders hartnäckig verteidigt, was zu systematischen Verzerrungen der Realität führen kann, in Klammern zum Beispiel selektive Informationssuche, Überbewertung der Qualität eigener Einstellungen, Verteidigungsreaktionen. Sind Personen dagegen eher vom Wahrheitsmotiv, in Klammern Accuracy Motivation, geleitet, das heißt, sind sie bestrebt, eine möglichst gute Entscheidung bzw. Einstellung zu haben, so wird ihre einstellungsrelevante Informationsverarbeitung eher ausgewogen sein, in Klammern das heißt, sie werden Informationen suchen, die sowohl für als auch gegen ihre Einstellung sprechen und werden diese eher objektiv bewerten. Schließlich bezieht sich das Motiv des sozialen Eindrucks, in Klammern Impression Motivation, auf das Bestreben, dass die eigene Einstellung bzw. Haltung auch im sozialen Kontext akzeptiert wird. Hierbei hängt es vom jeweiligen sozialen Ziel ab, ob einstellungsrelevante Informationen ausgewogen oder einseitig und damit verzerrt verarbeitet werden. Besteht das soziale Ziel z.B. darin, möglichst verständnisvoll, fair und tolerant zu sein, so werden einstellungsrelevante Informationen eher ausgewogen verarbeitet. Verfolgt man jedoch das soziale Ziel, sich als sehr sicher zu präsentieren, um den Eindruck zu erwecken, man stehe fest hinter seinen Einstellungen und Überzeugungen, so wird die Verarbeitung einstellungsrelevanter Informationen eher verzerrt bzw. die eigenen Einstellungen bestätigend in Klammern konfirmatorisch ausfallen. Abschnitt 6.5 Abschließende Bemerkungen Sie haben es geschafft und dieses Kapitel vollständig gelesen. Können wir nun von Ihrem Verhalten auf Ihre Einstellung schließen? Sofern Sie davor noch nicht genau wussten, wie Sie zur Sozialpsychologie stehen, so müssten Sie, in Klammern gemäß der Selbstwahrnehmungstheorie, eigentlich jetzt eine positive Einstellung zu diesem Fach haben. Schließlich haben Sie es ja auf sich genommen, dieses Kapitel zu lesen und die entsprechende Zeit zu investieren. Waren Sie stattdessen eher abgeneigt und sozialpsychologisch wenig interessiert, in Klammern, was wir natürlich nicht hoffen möchten, haben sich aber trotzdem durch das Kapitel gequält, ohne dass eine Klausur in Aussicht stand, so müsste jetzt das gleiche Ergebnis zu beobachten sein. Ihre negative Einstellung müsste sich nun reduziert haben, denn wie können Sie es, in Klammern gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanz, sonst rechtfertigen, das Kapitel trotz Desinteresse gelesen zu haben? Möglicherweise haben wir Sie aber auch über die zentrale Route, in Klammern Elaboration Likelihood Modell überzeugt, indem wir Ihnen ausführliche und qualitativ hochwertige Informationen geboten haben? Nun, da Sie über die Natur von Einstellungen und Einstellungsänderungen Bescheid wissen, können Sie sich diese Frage selbst beantworten. Um den Humor beiseite zu schieben, es sei natürlich angemerkt, dass dieses Kapitel keinesfalls einen Überzeugungsversuch unsererseits darstellt, um Ihre Einstellung... Kapitel 7 Stereotype, Vorurteile und Rassismus Abschnitt 7.1 Vorbemerkungen In Verbindung mit Ihrer Studienwahl werden Ihnen bestimmt Aussagen wie, die Psychologen haben doch alle selbst eine Macke oder Achtung, ein Psychologe, jetzt muss ich aufpassen, sonst werde ich analysiert untergekommen sein. Umgekehrt haben möglicherweise auch Sie gegenüber anderen Fachrichtungen gewisse Annahmen. So würden Sie den naturliebenden Vegetarier möglicherweise eher dem Fach Biologie zuordnen, die kühl wirkende und stets perfekt gestylte Frau im Wirtschafts- und Managementbereich unterbringen und es wäre keine Überraschung für Sie, wenn der sozial engagierte Studentensprecher, der für jeden ein offenes Ohr hat, nicht Jura, sondern Sozialpädagogik studiert. Womit haben wir es hier zu tun? Mit humoristischen Beschreibungen oder tatsächlichen Persönlichkeitsunterschieden zwischen Gruppen? Mit unsachlichen und unfairen Unterstellungen? Mit Vorurteilen? In diesem Kapitel nehmen wir uns dieser Frage an und widmen uns dabei einem wichtigen Thema innerhalb des Forschungsbereichs der sozialen Kognition und sozialen Wahrnehmung, Stereotypen und Vorurteilen. Abschnitt 7.1.1 Begriffsbestimmung Vermutlich ist Ihnen der Begriff Stereotyp geläufig und Sie verwenden ihn auch selbst. Doch was genau versteht man darunter? Von einem Stereotyp spricht man dann, wenn man über eine Gruppe von Menschen hinweg Verallgemeinerungen trifft und damit allen Mitgliedern dieser Gruppe dieselben Eigenschaften und Merkmale zuschreibt, ohne zu beachten, dass zwischen den Mitgliedern Unterschiede bestehen können. Dies trifft auf unser Eingangsbeispiel zu. Etwa wenn wir denken, dass alle Biologen Umweltschützer oder alle Psychologen stets verständnisvoll und hilfsbereit sind. Dies trifft natürlich nicht immer zu. Vermutlich reißt auch Ihnen mal der Geduldsfaden oder Sie empfinden die stets freundliche und zuvorkommende Art Ihres Kommilitonen bzw. Ihrer Kommilitonin sogar als anstrengend? Obwohl derartige Verallgemeinerungen meist nicht korrekt sind, gibt es sie. Der Grund dafür liegt häufig darin, dass wir bestrebt sind, unsere komplexe Umwelt möglichst einfach zu strukturieren. Die Zuordnung von Personen zu bestimmten Gruppen mit entsprechender Merkmalszuschreibung dient daher als Vereinfachung und als soziale Orientierungshilfe. So können wir das Verhalten und die Einstellungen von Mitgliedern dieser Personengruppen zumindest subjektiv besser beschreiben und vorhersagen. Besonders in Situationen, in denen wenige Ressourcen zur Verfügung stehen, etwa unter starker kognitiver Beanspruchung, können Stereotype von großem Nutzen sein. Stereotype sind vorwiegend kognitiver in Klammern gedanklicher Natur. Das heißt, sie beziehen sich darauf, was wir über andere Menschen auf Grundlage deren Gruppenmitgliedschaft denken. Es handelt sich dabei also um subjektive Annahmen bzw. Eigenschaftszuschreibungen. Diese können sowohl negativer als auch neutraler bzw. positiver valent sein. Insofern ist ein Stereotyp nicht zwangsläufig mit feindseligen Gefühlen oder negativen Verhalten verbunden. Definition. Ein Stereotyp, in Klammern alle Italiener lieben Espresso und Eis, ist die verallgemeinernde Zuschreibung bestimmter Eigenschaften und Merkmale auf alle Mitglieder einer Gruppe. In Klammern sie hierzu Abbildung 7.1 im gedruckten Buch. Dabei bleiben Unterschiede zwischen den Gruppenmitgliedern unberücksichtigt. Definition Ende. Mit dem Vorurteil ist es etwas anders. Dieses ist definiert als eine negative Bewertung oder Haltung gegenüber anderen Menschen aufgrund deren Mitgliedschaft in einer bestimmten Gruppe. Im Gegensatz zum Stereotyp ist beim Vorurteil der negative emotionale Aspekt bei der Definition stärker ausschlaggebend. In seiner klassischen Konzeption des Vorurteils betonte schon Alport diese emotionale Dimension. Charakteristisch für das Vorurteil sei die negative, gar feindselige Haltung gegenüber bestimmten Gruppen und deren Mitgliedern. Die emotionale Abwertung ist zwar eng mit entsprechenden kognitiven Bewertungsprozessen verbunden, doch diese sind definitorisch nicht gleichermaßen bedeutsam. Von einem Vorurteil würde man beispielsweise dann sprechen, wenn ich andere nur deshalb nicht mag, weil sie Fan einer rivalisierenden Fußballmannschaft sind oder eine mir unliebsame politische Gesinnung haben. Allein die Gruppenzugehörigkeit ist hierbei für die negative Bewertung oder die feindseligen Gefühle entscheidend. Im Gegensatz zum Stereotyp ist das Vorurteil stets negativ, in Klammern oder zumindest wenig positiv gefärbt. So würde eine vorurteilsbehaftete Personen beispielsweise nicht nur denken, dass alle Golfspieler reich und oberflächlich seien, sondern diese auch negativ bewerten bzw. eine ablehnende Haltung gegenüber ihnen einnehmen. Dabei richtet sich das Vorurteil, wie auch das Stereotyp, entweder gegen ein einzelnes Individuum aufgrund dessen Gruppenmitgliedschaft oder gegen die gesamte Gruppe. Aufgrund seiner stärkeren negativen Valenz ist das Vorurteil jedoch richtungsweisend, während ein Stereotyp auch neutral sein kann. Gemäß der ursprünglichen Definition von Alport können Stereotype sowohl Ursache als auch Folge von Vorurteilen sein. Ersteres ist beispielsweise gegeben, wenn das Stereotyp, alle Südeuropäer wollen nicht sparen, dazu führt, dass wir diese ablehnen und denken, sie leben auf unsere Kosten. Umgekehrt könnte es bei einem stark vorurteilsbehafteten Menschen, der sich zusätzlich in einem vorurteilsgeprägten Umfeld bewegt, grundsätzlich schneller und häufiger zur Entstehung von Stereotypen kommen. Experimentelle Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Stereotypen und Vorurteilen näher zu bestimmen versuchen, weisen jedoch uneinheitliche Befunde auf. So herrscht Uneinigkeit darüber, ob die unterschiedliche Ausprägung von Vorurteilen in Klammern hoch versus niedrig vorurteilsbehaftete Menschen tatsächlich bewirkt, dass Stereotype in unterschiedlichem Maß aktiviert werden. So postuliert Divine in ihrem Modell, dass Stereotype bei Personen mit hohem beziehungsweise niedrigem Level an Vorurteilen gleichermaßen aktiviert werden. Letztere können jedoch die aktivierten Stereotype kontrollieren und hemmen. Anderen Ansichten zufolge steht jedoch die automatische Aktivierung und nicht die Regulierung von aktivierten Stereotypen in Verbindung mit dem Grad der Vorurteile. Trotz dieser Unklarheiten hinsichtlich der genauen Wirkungsmechanismen bleibt festzuhalten, dass Stereotype und Vorurteile in engen Zusammenhang stehen. Definition. Mit Vorurteil, in Klammern wer klassische Musik mag, ist ein Langweiler, den ich ablehne, meint man die ablehnende Haltung beziehungsweise die negativen Emotionen in Klammern affektiv gegenüber Personen, die allein deshalb bestehen, weil diese Personen einer bestimmten Gruppe angehören. Vorurteile haben sowohl eine kognitive, in Klammern negative Bewertungen, als auch affektive Komponente, wobei letztere im Vordergrund steht. Definition Ende. Sobald sich ein Vorurteil in abwertendem, aggressiven oder sonstigem schädigenden Verhalten gegenüber Mitgliedern einer bestimmten Personengruppe äußert, spricht man von Diskriminierung. Etwa wenn ein Chef Frauen für weniger kompetent hält und daher einen männlichen Bewerber einstellt, trotz gleicher Voraussetzungen beider Kandidaten. Neben der kognitiven, in Klammern Stereotype und affektiven, in Klammern Vorurteile, Komponente, wird hier der Verhaltensaspekt mit aufgegriffen. Schließlich spricht man von Rassismus, wenn feindselige Einstellungen, Gefühle oder entsprechendes Verhalten aufgrund von äußerlichen, phänotypischen Merkmalen oder der ethnischen Herkunft bestehen. Hierzu zählen zum Beispiel die Hautfarbe, Sprache oder Religion einer Person. Definition. Diskriminierung bezeichnet feindseliges und abwertendes Verhalten gegenüber Personen, das aufgrund deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gezeigt wird. Diskriminierung ist der verhaltensbezogene Ausdruck von Stereotypen oder Vorurteilen. Definition Ende. Abschnitt 7.2.1. Die vorurteilende Person. Am Ende des Zweiten Weltkrieges sah es die Psychologie als eine ihrer Aufgaben an, das unmenschliche, irrationale und destruktive Verhalten von Millionen von Menschen zu erklären und zu verstehen. Wie konnte es zu epidemischem Antisemitismus und Völkermord kommen? Wie konnte es sein, dass die Deutschen unter der Führung der Nazis eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begingen? Beeinflusst vom Marxismus der Frankfurter Schule und der Psychoanalyse Freuds entwickelten Theodor W. Adorno und seine Forschergruppe das Konzept der autoritären Persönlichkeit. Die zentrale Idee war, dass autoritäre Erziehung, wie sie damals besonders in Deutschland üblich war, eine Persönlichkeit formt, die unter anderem von Ethnozentrismus und einer Vorliebe für rigide soziale Strukturen geprägt ist. In seinem Werk The Nature of Prejudice führt Alport diese Ideen in die Sozialpsychologie ein und stellt die Hypothese auf, dass autoritäre Personen nicht speziell dem Antisemitismus verpflichtet sind, sondern dass sie eine generelle Neigung haben, Fremdgruppen misstrauisch zu betrachten und abzuwerten. Welche psychologischen Faktoren stecken dahinter? Schon vor dem Erscheinen des Adorno-Textes hatte Else Frenkel-Brunswick vermutet, dass der Kern einer autoritären Einstellung die Intoleranz gegenüber Ambiguität in Klammern Mehrdeutigkeit ist. Für Frenkel-Brunswick hatte die Ambiguitätsintoleranz sowohl eine wahrnehmungspsychologische als auch eine emotionale Dimension. Neuere Forschung gibt Frenkel-Brunswick recht. Im heutigen Sprachgebrauch präsentiert sich die Ambiguitäts-Toleranz als Need for Closure. Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Closure oder Klarheit lieben Ordnung, Entschlossenheit und Vorhersagbarkeit. Die Strukturierung der sozialen Erlebniswelt in Gruppen, die fein säuberlich voneinander getrennt sind, die jeweils sehr homogen scheinen und die danach bewertet werden, ob man selbst dazugehört, befriedigen dieses Bedürfnis. Eine besonders perfide Ausprägung des Bedürfnisses nach Klarheit ist die Neigung zu essentialistischem Denken. Dieses basiert laut Rothbard und Taylor im Wesentlichen auf zwei Komponenten, der Unveränderlichkeit und dem induktiven Schlussfolger. Erstere Komponente bezieht sich darauf, dass Menschen derselben Gruppe als von derselben Essenz wahrgenommen werden. Das heißt, ihnen wird in Bezug auf ihre Gruppenzugehörigkeit dasselbe unveränderbare Wesen unterstellt. Daraus ergibt sich, dass allein aus der Gruppenzugehörigkeit der jeweiligen Personen Schlussfolgerungen gezogen werden und die Gruppenmitglieder entsprechend kategorisiert werden. Als drastisches Beispiel lässt sich hier die Nazi-Ideologie anführen, die eine besonders radikale und unmenschliche Form des Essentialismus verfolgte. Hierbei wurde strikt zwischen Juden und Arian unterschieden, wobei die Abstammung das einzige Kriterium war. Zik et alii haben in repräsentativen Stichproben deutscher Erwachsener Alports Hypothese weiter erhärtet. Die Autoren konnten zeigen, dass Vorurteile gegenüber acht verschiedenen Fremdgruppen, in Klammern darunter Juden, Muslime und Fremde allgemein, ein statistisches Cluster bilden. Der gemeinsame Nenner dieser Vorurteile ist eine generelle Ideologie der Ungleichheit. Vorurteile, auch wenn sie gegenüber unterschiedlichen Gruppierungen bestehen, haben also dieselbe Basis, nämlich die Abwertung der Fremdgruppe. Die vorgeschlagene Ideologie der Autoren umfasst sowohl Annahmen bezüglich biologischer, in Klammern Rassismus, Sexismus etc., als auch kultureller Unterschiede, in Klammern religiöse Vorurteile, sowie rationalisierende Mythen, die soziale Ungleichheiten rechtfertigen und natürlich Autoritarismus. Während der Nachkriegsjahre ist der Antisemitismus in Deutschland zum Glück abgeklungen. In den Vereinigten Staaten fand sich die allmähliche Milderung der Vorurteile gegen Negroes, Blacks, African Americans als paralleles Phänomen. Ist dies als Erfolg eine neuere Ära der Aufklärung und vielleicht sogar als erfolgreicher Beitrag der Sozialwissenschaften zu werten? Wie sieht es denn mit Vorurteilen und Rassismus in der heutigen Gesellschaft aus? Werden wir noch immer nach unserer Hautfarbe, unserem Geschlecht, unserer sexuellen Orientierung beurteilt oder kann man sagen, dass diese Phänomene im Zuge von mehr Toleranz, Offenheit und Gleichberechtigung rückläufig sind? Zunächst kann dies mit Ja beantwortet werden. Vorurteile scheinen tatsächlich abzunehmen. So weisen Schumann, Steh und Bobo auf verschiedene Untersuchungen hin, die zeigen, dass Stereotype und Vorurteile weißer Amerikaner gegenüber Amerikaner mit dunkler Hautfarbe über die Jahre hinweg signifikant abgenommen haben. Zudem konnte ein Trend dahingegen festgestellt werden, dass Stereotype Darstellungen von ethnischen Minderheiten in den Medien rückläufig sind. Dieselben Autoren beschreiben auch verbesserte Ausbildungs- und Erwerbsbedingungen für dunkelhäutige Menschen und fügen an, dass Personen mit dunkler Hautfarbe bei der Stellenbesetzung in Unternehmen zunehmend positiv berücksichtigt werden und auch in verstärktem Maße Zugang zu höheren Führungspositionen haben. Trotz dieser steigenden Toleranz stellen Stereotype und Vorurteile keineswegs Relikte aus vergangenen Zeiten dar. Nach wie vor sind Stereotype und Vorurteile im täglichen Leben fest verankert. Beispielhaft hierfür sind etwa die Vorbehalte, die gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen bestehen. So konnten Angermeyer und Matschinger speziell für Deutschland zeigen, dass Menschen mit Schizophrenie vorwiegend als unberechenbar und inkompetent eingeschätzt werden. Interessanterweise sagen diese beiden Faktoren zugleich am besten den Wunsch nach sozialer Distanz zu Menschen mit Schizophrenie vorher. Das heißt Menschen, die derartige Stereotype haben, sind weniger dazu bereit, an Schizophrenie erkrankte Menschen in ihrem engeren Umfeld zu haben als Personen, die weniger stereotypehaftet sind. Insofern ist damit zugleich auch eine Verhaltensabsicht erkennbar, die Hinweise auf potenzielles diskriminierendes Verhalten gibt. Des Weiteren sind in Europa auch Immigranten Opfer von Vorurteilen und Diskriminierung. In einer aktuellen Studie konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Personen mit muslimischem Namen bei gleicher Eignung signifikant seltener zu Bewerbungsgesprächen in deutschen Unternehmen eingeladen werden, als Personen mit einem klassischen deutschen Namen. Auch wenn in der Öffentlichkeit Werte wie Gleichheit, Fairness und Toleranz großgeschrieben bzw. Vorurteile und Stereotype abgelehnt werden, zeigen aktuelle Studien, dass diese öffentlich vertretene Meinung nicht immer deckungsgleich mit dem tatsächlich gezeigten Verhalten von Personen sein muss. Wir sagen das eine und empfinden bzw. tun aber das Gegenteil. Aus dieser Problematik heraus ergibt sich die Frage, wie wir Stereotype und Vorurteile bei Personen tatsächlich bestimmen bzw. messen können. Welche Methoden sind hierzu geeignet in Klammern valide und zuverlässig in Klammern reliabel? Diese Frage wird im nächsten Abschnitt behandelt. Abschnitt 7.3 Messung von Stereotypen und Vorurteilen Der traditionelle sozialwissenschaftliche Ansatz bei der Messung von Stereotypen und Vorurteilen ist es, Personen direkt nach ihren Einstellungen zu befragen. Dies wird schriftlich per Fragebogenverfahren erreicht. Da sich Stereotype und Vorurteile auf unterschiedlichste Bereiche beziehen können, existiert auch eine Vielzahl an Skalen. So stehen beispielsweise Skalen zur Messung von Right-Wing-Authoritarianism, in Klammern rechter Autoritarismus, Social Dominance Orientation, in Klammern Theorie der sozialen Dominanz und ähnlichen Konstrukten zur Verfügung. Wie bereits angedeutet können hier jedoch Zweifel aufkommen, ob diese expliziten Aussagen tatsächlich stimmen oder ob sich die Versuchsteilnehmer nur in einem guten Licht darstellen möchten. Daher wurden Methoden entwickelt, mit denen Vorurteile indirekt gemessen werden, ohne dass dies der Person bewusst ist. Dies kann wiederum ethisch fragwürdig sein, da die Versuchspersonen ja nichts davon wissen. In einer Gesellschaft, in der Vorurteile und negative Stereotype offiziell verpönt sind, ist die Messung derartiger Einstellungen eine heikle Angelegenheit. Die Wissenschaftler, die sich dennoch dieses Problems angenommen haben, mussten also besonders kreativ sein. Heute existieren vier verschiedene Messparadigmen, die im Folgenden vorgestellt werden sollen. Abschnitt 7.3.1 Bogus Pipeline Eine sehr aufschlussreiche experimentelle Methode bedient sich der sogenannten Bogus Pipeline. Dies ist ein Gerät, von dem die Versuchspersonen glaubt, es könne ihre tatsächliche implizite Einstellung messen, und zwar sowohl ihre Richtung, in Klammern zum Beispiel Pro oder Contra, als auch ihr Ausmaß. Insofern stellt die Bogus Pipeline eine Art Lügendetektor dar, der mittels mutmaßlicher Erfassung physiologischer Merkmale auf die innere Haltung einer Versuchsperson schließen lässt. Ein EEG-Gerät ließe sich beispielsweise als eine Bogus Pipeline ausgeben. Das Ziel einer Bogus Pipeline besteht darin, Verzerrungen durch falsche bzw. sozial erwünschte Antworten zu vermeiden. In einer Validierungsstudie, in Klammern das heißt einer Studie, die testet, inwieweit ein Verfahren dazu geeignet ist, ein bestimmtes Konstrukt zu messen, zeigten Siegel auf dem Page, dass Versuchspersonen, die an eine Bogus Pipeline angeschlossen waren, eine negativere Einstellung gegenüber Amerikanern afrikanischer Herkunft bekundeten, als Versuchspersonen in der Kontrollbedingung, in Klammern ohne Bogus Pipeline. Generell sind Personen in der Bogus Pipeline-Bedingung eher dazu geneigt, sozial verpönte bzw. nicht akzeptierte Einstellungen zu äußern oder entsprechendes Verhalten in Anführungszeichen zuzugeben, wie zum Beispiel Zigarettenkonsum oder von Geschlechtsrollen abweichende sexuelle Verhaltensweisen. Abschnitt 7.3.2 Verdeckte Beobachtung Eine weitere Methode zur Messung von Vorurteilen ist die verdeckte Beobachtung. Verdeckt bedeutet, dass sich der Versuchsleiter nicht als solche ausgibt bzw. umgekehrt die Versuchspersonen nicht wissen, beobachtet bzw. getestet zu werden. Bei Studien dieser Art zeigen sich Diskrepanzen zwischen in Klammern verdeckt, beobachtetem Verhalten und mündlichen Auskünften über Vorurteile. Crosby, Bromley und Sachse fassten in einem Überblicksartikel die Ergebnisse verschiedener Studien zusammen. Dabei konzentrierten sie sich auf das Hilfeverhalten in multiethnischen Settings, d.h. sie untersuchten Merkmale der Hilfeleistung, wenn unterschiedliche Ethnien aufeinandertreffen. Es zeigte sich, dass in 44% der Fälle denjenigen Personen stärker geholfen wurde, die der eigenen ethnischen Gruppe angehörten. Dies traf sowohl auf weiße Menschen als auch dunkelhäutige Personen zu. In den verbleibenden 56% der Fälle gab es in Bezug auf die Hilfeleistung keine Unterschiede. Abschnitt 7.3.3 Erfassung physiologischer Reaktionen Des Weiteren können sich Vorurteile in den Spontankörperreaktionen von Personen zeigen. Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sich auch Gefühle körperlich äußern können. So kann uns unsere Angst in Anführungszeichen ins Gesicht geschrieben sein. Wir können aus Angst davonrennen oder bekommen Angstschweiß. Studie Stirnrunzeln als Indikator für bestehende Vorurteile. In Klammern von Vanman, Salz, Nathan und Warren aus dem Jahre 2004. In dieser Studie bekamen Studierende weißer Hautfarbe zunächst die Bewerbungsunterlagen in Klammern inklusive Foto von einem dunkelhäutigen und zwei weißen Doktoranden vorgelegt. Ihre Aufgabe bestand darin, diejenige Person auszuwählen, die ihrer Meinung nach am besten qualifiziert ist für ein Stipendium im Lehrtätigkeitsbereich. Etwa drei Wochen später wurden dieselben Versuchspersonen ein weiteres Mal einbestellt. Nun wurden ihnen jeweils acht Fotos von weißen und dunkelhäutigen Studenten dargeboten, wobei sie mündlich deren Sympathie beurteilen sollten. Während der Darbietung wurde bei den Versuchspersonen ein EMG in Klammern Elektromyogramm abgeleitet. Bei diesem Messverfahren werden an der Hautoberfläche Elektroden angebracht, um damit die elektrische Aktivität einzelner Muskelgruppen zu bestimmen. Die Forscher interessierten sich vor allem für Muskelgruppen, die beim Stirnrunzeln beteiligt sind. Diese liegen in der Region des Musculus Corrugator Supercilii in Klammern Augenbrauen sowie des Musculus Zygomaticus Major, in Klammern Wangenbereich. EMG-Aktivität in der Augenbrauenregion ist größer, wenn unangenehme Reize bzw. unangenehme Szenarien präsentiert werden. Im Wangenbereich ist bei derartigen Reizen die EMG-Aktivität dagegen abgeschwächt. Die Muskelaktivität ist hier selbst dann messbar, wenn das Stirnrunzeln nicht zu sehen ist. Die Forscher interessierte nun, inwiefern Unterschiede in der Muskelaktivität auftreten, wenn die Fotos von dunkel- versus hellhäutigen Personen gezeigt werden. Hierzu bestimmten sie die mittlere Muskelaktivität bei allen Fotos, auf denen eine hellhäutige bzw. dunkelhäutige Person abgebildet war, in Klammern getrennt nach Aktivität im Wangen- bzw. Augenbrauenbereich. Um ein Maß für die Muskelaktivität in Abhängigkeit von der Hautfarbe zu finden, bildeten sie daraus für jeden Muskelbereich die Differenz, den EMG-Bias, in Klammern mittlere Muskelaktivität bei weißer Hautfarbe minus mittlere Muskelaktivität bei dunkler Hautfarbe. Je höher dieser Differenzwert bzw. je höher der Bias, desto stärker war die Muskelaktivität, wenn Fotos von hellhäutigen Personen gezeigt wurden. Die Auswertung ergab nun interessante Befunde. Versuchspersonen, die im Wangenbereich einen besonders hohen Bias aufwiesen, in Klammern hier, geringe Aktivität bei negativer Emotion, hatten im ersten Teil der Studie auch mit höherer Wahrscheinlichkeit einen weißen Bewerber für das Stipendium ausgewählt. Insofern stand das Ausmaß, mit dem Versuchspersonen verstärkte Muskelaktivität bei Bildern von hellhäutigen im Vergleich zu dunkelhäutigen Personen zeigten, in Zusammenhang mit der Auswahl eines weißen Bewerbers. Dagegen wählten Versuchspersonen, die kein Bias aufwiesen, verstärkt den dunkelhäutigen Bewerber aus. Die Forscher berücksichtigten dabei natürlich, dass die Grundwahrscheinlichkeit, einen weißen Bewerber auszuwählen, per se schon höher ist, da ja zwei Weiße aber nur ein dunkelhäutiger Bewerber zur Auswahl standen. Die Studie zeigt damit, dass die Messung von Muskelaktivität in bestimmten Gesichtsregionen als implizite Messung für bestehende Vorurteile, die in Zusammenhang mit Diskriminierung stehen, genutzt werden kann. Studie Ende Abschnitt 7.3.4 Messung impliziter Assoziationen Eine weitere verbreitete Methode in der Vorurteilsforschung ist die Messung der Stärke automatischer Assoziationen in Klammern gedanklicher Verknüpfung mit potenziell stereotypisierten Stimuli. Was heißt das? Hierbei wird gemessen, inwiefern gedankliche Verbindungen zwischen bestimmten Konzepten bzw. Kategorien und beliebigen, in Klammern meist positiven oder negativen Attributen bestehen. Als Beispiel für ein Konzept dient etwa die ethnische Herkunft, in Klammern weiße oder dunkelhäutige Personen, die Religion, in Klammern Christen oder Muslime, die Nationalität, in Klammern Deutsch oder Italienisch etc. Gegenüber diesen Kategorien können potenzielle Stereotype bestehen, was sich daran zeigt, dass die Assoziationen gegenüber negativen Eigenschaftswörtern, in Klammern zum Beispiel unordentlich, stärker sind als gegenüber positiven Attributen, in Klammern zum Beispiel freundlich. Die populärste Methode innerhalb dieses Forschungsbereichs ist der implizite Assoziationstest, in Klammern IAT, von Greenwald, McGee und Schwartz aus dem Jahre 1998. Der IAT beruht auf der Annahme, dass implizite Einstellungen auf automatischen Bewertungsprozessen basieren, die der jeweiligen Person nicht bewusst zugänglich sind. Beim IAT werden implizite Einstellungen daher gemessen, indem diese automatischen Bewertungsprozesse erfasst werden. Es wird also, wie oben angedeutet, die Assoziation zwischen einer bestimmten Objektkategorie, in Klammern zum Beispiel ethnische Herkunft, und deren affektiver Bewertung, in Klammern positiv oder negativ bestimmt. Daraus wird abgeleitet, in welchem Ausmaß ein bestimmtes Stereotyp bzw. Vorurteil von der getesteten Versuchsperson geteilt wird. Wie dies funktioniert, wird anhand der Originalstudie von Greenwald et al. i beschrieben. Studie Der implizite Assoziationstest, in Klammern IAT. Greenwald et al. i führten eine Serie von drei Experimenten durch, mit der sie die Funktionsweise des IAT veranschaulichten. Das Grundprinzip wird bereits in der ersten dieser Studien deutlich, die auf den ersten Blick noch wenig mit Vorurteilen und Stereotypen zu tun hat. Um die Assoziation zwischen einer bestimmten Objektkategorie, in Klammern Target Concept, und einer Eigenschaftsdimension, in Klammern Attribute Dimension, zu messen, werden fünf Schritte durchlaufen. In Klammern sie hierzu Tabelle 7.1 im gedruckten Buch. Erstens. Zunächst werden die Objektkategorien, in diesem Fall Blumen vs. Insektennamen, vorgestellt. Dazu werden der Versuchsperson am Bildschirm Begriffe beider Kategorien präsentiert, die sie der entsprechenden Kategorie zuordnen soll. Diese Zuordnung erfolgt mittels Tastendruck. Beispielsweise soll sie auf alle Blumennamen mit einem linken Tastendruck reagieren und bei Insektennamen die rechte Taste drücken, in Klammern oder umgekehrt. Zweitens. Im zweiten Schritt wird die Dimension der Eigenschaftsbeschreibungen eingeführt. Es werden angenehme, in Klammern Familie, glücklich etc. und unangenehme, in Klammern Unfall, hässlich etc. Begriffe präsentiert, auf die entsprechend ihrer Valenz entweder mit einem linken oder rechten Tastendruck reagiert werden soll. Drittens. Anschließend werden nun beide gelernten Kategorien, in Klammern Target Concept und Attribute Dimension, vermischt. Folglich werden Blumen und Insektennamen sowie positive bzw. negative Begriffe randomisiert präsentiert, wobei jeweils die entsprechende Taste gedrückt werden soll. Viertens. In Phase 4 wird nun die Tastenbelegung für die Objektkategorie in Klammern Blumen bzw. Insektennamen vertauscht. Waren beispielsweise Blumennamen ursprünglich mit einem rechten Tastendruck versehen, so sollen sie nun der linken Taste zugeordnet werden. Umgekehrt soll auf Insektennamen mit der rechten Taste reagiert werden. Fünftens. Abschließend wird wieder ein kombinierter Durchgang eingeführt, der sowohl die Begriffe der Objektkategorie als auch der verschiedenen Attributdimensionen enthält. Im Gegensatz zum ersten kombinierten Durchgang erfolgt dies jedoch unter der inversen Tastenzuordnung für die Objektkategorie. In allen fünf Durchgängen werden jeweils die Antwortzeiten der Versuchspersonen erfasst. Das heißt, es wird gemessen, wie schnell sie nach Erscheinen des jeweiligen Begriffes mit dem entsprechenden Tastendruck reagieren. Interessant sind dabei die kombinierten Durchgänge in Klammern Phase 3 und 5. Sind nämlich die Objektkategorien bei den Versuchspersonen unterschiedlich mit der Eigenschaftsdimension assoziiert, in Klammern stehen beispielsweise Blumennamen stärker mit positiven Begriffen in Verbindung und die Kategorie Insekten ist eher negativ besetzt, so sollten die Versuchspersonen auch denjenigen kombinierten Durchgang als einfacher empfinden, bei dem kongruente Begriffe mit derselben Taste belegt sind. In Klammern zum Beispiel Blumennamen und positive Begriffe jeweils mit linker Taste. Als IRT-Effekt wird nun die Differenz der Antwortzeiten zwischen der nicht-kongruenten und der kongruenten Bedingung gemessen. Was fanden die Forscher nun heraus? Es zeigte sich, dass Personen schnellere Antwortzeiten aufwiesen, wenn Blumennamen und positive Begriffe mit derselben Taste belegt waren. Umgekehrt dazu waren die Antwortzeiten langsamer, wenn Blumennamen und negative Eigenschaftswörter bzw. Insektennamen und positive Eigenschaftswörter dieselbe Tastenkombination hatten. Daraus ist zu schließen, dass Blumen positiver bewertet werden als Insekten. Der Effekt war auch dann zu beobachten, wenn den Versuchspersonenzest inkongruente, in Klammern, subjektiv-unstimmige Kombinationen präsentiert wurden, in Klammern Phase 3. Wie oben bereits angedeutet, scheint die Studie von Greenwald et al. zunächst kaum mit Stereotypen und Vorurteilen in Verbindung zu stehen. Jedoch wandten die Autoren dieses Prinzip in ihren Folgestudien auch auf andere, stärker einstellungsbezogene Objektkategorien an. So sollten die Versuchspersonenstudie 2 nach japanischen und koreanischen Namen separieren. Die positiven und negativen Eigenschaftsbegriffe waren jeweils dieselben wie in Studie 1. Getestet wurden in diesem Fall japanische und koreanische Studierende. Als Ergebnis konnten bei der japanischen Stichprobe kürzere Antwortzeiten beobachtet werden, wenn japanische Namen und positive Begriffe dieselbe Tastenbelegung hatten. Umgekehrt reagierten koreanische Versuchspersonen schneller bei gleicher Tastenbelegung für koreanische Namen und Begriffe positiver Valenz. Schließlich wurde in einer dritten Studie die Wirkungsweise des IAT anhand der Unterscheidung zwischen weißen und dunkelhäutigen Personen demonstriert. In der Stichprobe mit Personen weißer Hautfarbe zeigte sich hypothesenkonform eine stärkere Assoziation, in Klammern im Sinne einer schnelleren Antwortzeit, zwischen typischen Namen für weiße Personen und positiven Begriffen im Gegensatz zu negativen Begriffen. Abbildung 7.3 im gedruckten Buch fasst die Ergebnisse der dritten Studie zusammen. Abschnitt 7.4.1 Automatische Aktivierung versus bewusste Regulierung von Stereotypen Die Messmethode des IAT geht von der Grundannahme der meisten sozialpsychologischen Theorien aus, nämlich, dass viele Reizreaktionsverbindungen so automatisch ablaufen, dass sich ein Verhalten einstellen kann, ohne dass der auslösende Reiz bewusst verarbeitet und bewertet wird. Automatische Reaktionen werden einem besonderen psychologischen System zugeschrieben, welches oft einfach als System 1 bezeichnet wird. Dieses System ermöglicht schnelles Handeln, was von Vorteil ist, wenn die Situation vertraut ist und wenn die automatischen Reaktionen in der Vergangenheit adaptiv gewesen sind. Im Falle von Stereotypen und Vorurteilen ist das gewohnte Verhalten allerdings oft unfair, sozial nicht geduldet und möglicherweise gefährlich, da es zu Konflikten zwischen Personen und zwischen Gruppen beitragen kann. Dank des hochentwickelten Neokortex verfügt der Mensch allerdings über ein zweites System, in Klammern System 2, dessen Aufgabe es ist, die Funktionen von System 1 zu überwachen und, falls notwendig, zu korrigieren. Damit ist es an allen anstrengenden und komplexen mentalen Aktivitäten beteiligt, was mit einer Beanspruchung kognitiver Ressourcen einhergeht. Im Kontext von Vorurteilen ermöglicht das System 2 die Kontrolle der ursprünglichen und vorschnellen Impulse, die dadurch abgeschwächt oder gar ausgeschaltet werden können. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie werden in einem Seminar zur Gruppenarbeit mit einer Person eingeteilt, die bisher häufig gefehlt hatte und auf Sie einen eher desinteressierten Eindruck macht. Möglicherweise ist Ihr erster Gedanke hierzu, na toll, ausgerechnet diese Person. Da bleibt bestimmt die ganze Arbeit an mir hängen, so selten wie sie bisher anwesend war. Ihr System 1 nimmt in diesem Falle eine automatische, negativ getönte Bewertung vor. Dennoch lassen Sie sich auf die Gruppenarbeit ein und setzen sich mit Ihrer Kommilitonin zusammen. Möglicherweise regt sich nämlich ein weiterer Gedanke in Ihnen, der Ihre ursprünglichen Vorbehalte in Frage stellt. Du kennst sie ja gar nicht, es ist nicht fair, gleich so zu urteilen. Hier kommt also das zweite System zum Tragen, das nun bewusst Ihre ursprünglichen Impulse steuert. Als Folge könnten Sie Ihr Gegenüber aufmerksam beobachten und vielleicht sogar dessen Engagement und Teamfähigkeit sehen. In diesem Beispiel konnte durch das System 2 die Fehleinschätzung korrigiert und Vorbehalte abgebaut werden. Abschnitt 7.4.2 Die Folgen der Unterdrückung Stereotyper Gedankeninhalte Das System 2 kann also dabei helfen, die Anwendung von Vorurteilen zu verhindern, was natürlich positiv ist. Doch bekanntlich hat ja vieles einen Haken. So auch der Einsatz von begrenzten kognitiven Ressourcen zur Unterdrückung von Vorurteilen. Das System 2 kann nämlich nur kurzfristig agieren und seine Ressourcen erneuern sich nur relativ langsam. Das heißt, Vorurteile werden oft dann stark ausgedrückt, wenn sie unmittelbar vorher aktiv unterdrückt worden waren. Ein Klammern sogenannter Rebound-Effekt. In anderen Bereichen kennen Sie dieses Phänomen vielleicht auch bei sich selbst. Sie verbieten sich die Schokotorte und sämtliche andere Süßigkeiten und drängen jeden Gedanken an diese Leckereien sofort beiseite. Was passiert nun? Nachdem es Ihnen eine Zeit lang gelingt, kommt der Gedanke immer wieder und schließlich geben Sie nach. Ehe Sie es sich versehen, ist das Eis auch schon gegessen. Im klinischen Kontext kommt der Rebound-Effekt auch stark bei Gedankenzwängen zum Tragen, was auf der Hand liegt. Des Weiteren bei Essstörungen oder Suchterkrankungen. Doch wie man sich den Rebound-Effekt speziell vor dem Hintergrund Stereotyper Gedanken bzw. Vorurteile vorzustellen hat, sei in der Beispielstudie beschrieben. Studie. Der Rebound-Effekt bei Stereotypen. McRae und Ali zeigten ihren Versuchspersonen ein Bild, auf dem ein männlicher Skinhead abgebildet war. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand nun darin, ausgehend von diesem Foto einen typischen Tag aus dem Leben der abgebildeten Person zu beschreiben. Zuvor wurde die eine Hälfte der Versuchspersonen auf Forschungsergebnisse hingewiesen, die zeigen konnten, dass Menschen häufig Einstellungen haben, die durch voreilige Schlussfolgerungen bzw. Vorurteile verzerrt sind. Insofern sollten Sie explizit darauf achten, potenzielle Stereotype gegenüber der abgebildeten Person zu vermeiden. Die zweite Hälfte der Versuchspersonen erhielt keine derartige Instruktion. Nach dieser Beschreibung bekamen die Teilnehmer ein zweites Bild mit einem anderen männlichen Skinhead vorgelegt. Wieder sollten Sie schriftlich festhalten, wie ein typischer Tag dieser Person aussehen könnte. Allerdings erhielt dieses Mal keine der Versuchspersonen eine Instruktion. Als abhängige Variable wurde das Ausmaß bestimmt, indem die Beschreibungen Stereotype Inhalte aufwiesen. Hierzu analysierten zwei unabhängige Personen alle Textpassagen auf einer Skala von 0, in Klammern überhaupt nicht Stereotyp, bis 10, in Klammern sehr Stereotyp. Daraus wurde dann ein Gesamtwert gebildet. Als Ergebnis zeigte sich, dass die zur Stereotypunterdrückung instruierte Gruppe bei der ersten Beschreibung signifikant weniger Stereotype Inhalte berichtete. Aktive Unterdrückung hatte also den gewünschten Effekt. Interessant war nun, dass sich dieses Ergebnis bei der zweiten Beschreibung genau umkehrte. Nun enthielten die Texte der ursprünglich instruierten Gruppe mehr skinhead-spezifische Stereotype als diejenigen der Kontrollgruppe. Folglich führte die vorhergehende Unterdrückung Stereotyper Gedankeninhalte dazu, dass diese in verstärkter Form wiederkehrten. Studie Ende Durch die Regulation von Vorurteilen können auch andere Aktivitäten, die Konzentration erfordern, beeinträchtigt werden. Dies ist beispielsweise am sogenannten Stroop-Effekt erkennbar, der in diesem Fall stärker auftritt. Der Stroop-Effekt zeigt, dass es bei bestimmten Aufgaben zu kognitiven Verarbeitungskonflikten kommt, was eine stärkere Aufmerksamkeitsleistung erfordert und nachfolgend zu längeren Antwortzeiten führt. Dies kann mit dem Stroop-Test, in Klammern sie auch Ketel aus dem Jahr 1986, gezeigt werden. Hierbei geht es darum, die Druckfarbe von präsentierten Farbwörtern zu benennen. Es werden also unterschiedliche Farbwörter, in Klammern Blau, Gelb, Grün etc., in unterschiedlicher Druckfarbe dargeboten, wobei gemessen wird, wie lange es dauert, bis die Farbe, in der das Wort steht, genannt wird. Stimme Farbwort und Schriftfarbe überein, in Klammern zum Beispiel wird das Wort Blau in blauer Schriftfarbe präsentiert, so erscheint die Aufgabe sehr einfach, was sich in kurzen Antwortzeiten widerspiegelt. Ist der Wortinhalt jedoch inkongruent zur Druckfarbe, also von dieser verschieden, in Klammern zum Beispiel, wenn das Wort Blau in roter Farbe präsentiert wird, so verlängert sich die Antwortzeit. In diesem Fall kommt es zu Verarbeitungskonflikten, da der Impuls, den Wortnamen laut auszusprechen, zugunsten der Farbnennung unterdruckt werden muss. Welche Rolle der Stroop-Test nun in Zusammenhang mit der Unterdrückung Stereotyper-Gedankeninhalte spielt, konnten Richson und Shelton zeigen. Unter dem Vorwand, es handelte sich um eine Wortkategorisierungsaufgabe, absolvierten die Versuchspersonen, in Klammern Amerikaner-Europäischer Abstammung, zunächst den IAT hinsichtlich des Konzepts von weißen und dunkelhäutigen Personen. Die eigentliche Absicht bestand jedoch darin zu messen, inwieweit die Versuchspersonen eine dieser Kategorien implizit bevorzugen. Daran anknüpfend sollten die Versuchspersonen Fragen beantworten, die ihnen entweder von einem hellhäutigen oder einem dunkelhäutigen Versuchsleiter gestellt wurden. Abschließend bearbeiteten die Versuchspersonen den Stroop-Test. Hier zeigte sich, dass diejenigen Versuchspersonen schlechte Abschnitten, in Klammern d.h. längere Antwortzeiten aufwiesen, die laut IAT-Messung vorurteilsbehaftet waren und die die Fragen des dunkelhäutigen Versuchsleiters beantwortet hatten. Im Gegensatz dazu kam es zu keinen Leistungseinbußen im Stroop-Test, wenn vorurteilsbehaftete Personen mit einem hellhäutigen Versuchsleiter interagierten oder aber wenn Personen nur ein niedriges Niveau an Vorurteilen aufwiesen. Müssen also Vorurteile aktiv reguliert bzw. unterdrückt werden, in Klammern was bei vorurteilsbeladenen Personen und Interaktionen mit dunkelhäutigem Versuchsleiter der Fall ist, so geht dies zulasten andere Aufgaben, die ebenfalls Aufmerksamkeit und Selbstregulation erfordern. Abschließend bearbeiteten die Versuchspersonen den Stroop-Test. Hierbei zeigte sich, dass diejenigen Versuchspersonen schlechter Abschnitten, in Klammern d.h. längere Antwortzeiten aufwiesen, die laut IAT-Messung vorurteilsbehaftet waren und die die Fragen des dunkelhäutigen Versuchsleiters beantwortet hatten. Im Gegensatz dazu kam es zu keinen Leistungseinbußen im Stroop-Test, wenn vorurteilsbehaftete Personen mit einem hellhäutigen Versuchsleiter interagierten oder aber wenn Personen nur ein niedriges Niveau an Vorurteilen aufwiesen. Müssen also Vorurteile aktiv reguliert bzw. unterdrückt werden, in Klammern was bei vorurteilsbeladenen Personen und Interaktionen mit dunkelhäutigem Versuchsleiter der Fall ist, so geht dies zulasten anderer Aufgaben, die ebenfalls Aufmerksamkeit und Selbstregulation erfordern. Das Denken innerhalb des Systems 2 ist langsamer und anstrengender als dasjenige des Systems 1. Daher ist es auch nicht erstaunlich, dass bereits aktivierte Vorurteile vor allem dann angewendet werden, wenn die begrenzten kognitiven Ressourcen des Systems 2 anderweitig eingesetzt sind. Sind Stereotype bzw. Vorurteile allerdings noch nicht aktiviert, so wird durch die kognitive Auslastung des Systems 2 die Wahrscheinlichkeit dafür reduziert, dass es überhaupt zu einer Aktivierung von Vorurteilen kommt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die kognitive Kontrolle abwertender Einstellungen gegenüber Fremdgruppen nur für diejenigen Menschen von Interesse ist, die egalitäre Norm der Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung verinnerlicht haben. Andernfalls wäre eine Unterdrückung von Stereotypen bzw. Vorurteilen bei der jeweiligen Person erst gar nicht relevant. Abschnitt 7.4.3 Andere Wege zur Abschwächung von Vorurteilen Gemäß der oben beschriebenen Konzeption von System 1 und System 2 werden Vorurteile automatisch von System 1 aktiviert und bereitgestellt. Dies kann nach Überprüfung durch System 2 zu Konflikten führen, etwa wenn die aktivierten Vorurteile nicht mit bewusst gehaltenen Wertvorstellungen oder Normen übereinstimmen. In diesem Fall mag das System 2 regulierend eingreifen, um die Vorurteile wieder zu unterdrücken. Dies ist jedoch oft sehr mühsam und mit gewissen Risiken verbunden. Es stellt sich daher die Frage, ob eine elegantere und effizientere Lösung des Vorurteilsproblems möglich ist. In der Tat zeigt das Forschungsprogramm von Gordon Moskowitz, in Klammern siehe zusammenfassend Moskowitz und Ignari aus dem Jahre 2009, dass die Kontrolle von Vorurteilen selbst automatisiert werden kann. Diese Strategie nutzte eine generelle Eigenschaft der zwei Systeme. In Klammern fast, alles was System 2 tut, kann durch häufiges Wiederholen zu einer Aktivität von System 1 werden. Das Autofahren ist ein treffendes Beispiel. Man beginnt mit hoher Konzentration und Aufmerksamkeit für jede einzelne Bewegung. Später laufen diese Vorgänge dann routiniert ab, während des Fahrens Musik zu hören, Milchshakes zu trinken und Pizza zu essen, während dann, in Klammern sofern wir den Bereich der Verkehrssicherheit einmal außer Acht lassen, auch bei geteilter Aufmerksamkeit möglich. Wie beim Autofahren, so also auch bei der sozialen Kognition. Wenn auf die Unterdrückung von Vorurteilen kein vollständiger Verlass sein kann, so besteht doch die Möglichkeit, dass sich die Effekte von Vorurteilen dadurch abschwächen, dass andere, persönliche Informationen in den Vordergrund treten. Damit ist gemeint, dass eigene Erfahrungen oder Beobachtungen, die wir im Kontext von Stereotypen beziehungsweise Vorurteilen machen, bewirken können, dass diese reduziert werden. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Sie in Ihrem persönlichen Umfeld eine Reihe an Gegenbeispielen finden, die dem typischen Stereotyp nicht entsprechen. In Klammern etwa, wenn Sie mehrere französische Freunde haben, die weder Käse noch Wein mögen und im Allgemeinen auch keinen Wert auf Essen legen. Allerdings sind diese persönlich gesammelten Erfahrungen mit Vorsicht zu genießen, da sie nicht immer korrekt sind. So werden Männer Stereotyp als aggressiver wahrgenommen als Frauen. Dies liegt vorwiegend an der geschlechtsspezifischen Ausdrucksform von Aggression. Während für Männer körperliche Aggression typischer ist, in Klammern hauen und stechen, ist bei Frauen aggressives Verhalten auf verbaler Ebene häufiger, in Klammern schreien und schimpfen. Dabei scheint körperliche Aggression schwerwiegender, also aggressiver als verbale Aggression zu sein. Doch wie würde sich dieser Eindruck der unterschiedlichen Aggressionsausprägung verändern, wenn ein Mann und eine Frau dasselbe aggressive Verhalten zeigen würden, in Klammern zum Beispiel körperliche Aggressivität? Die Forschung zeigt, dass die wahrgenommene Aggressivität einer Person mit der Intensität des aggressiven Verhaltens ansteigt. Würden Frauen ihre Aggression also ebenfalls auf körperlicher Ebene Ausdruck verleihen, so müssten sie auch als aggressiver wahrgenommen werden. Stattdessen bleibt der Unterschied zwischen Mann und Frau aber konstant. Da man aufgrund normativer statistischer Kriterien erwarten sollte, dass bei extremen Verhalten Gruppenunterschiede, in Klammern hier, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, gegen Null streben, kann man schließen, dass Stereotype einen robusten Einfluss auf die Wahrnehmung von Individuen haben. Dennoch sind konkrete Verhaltensinformationen, die von Individuen gesammelt werden, nicht irrelevant. Jahrzehntelange Forschung zur sogenannten Kontakthypothese hat gezeigt, dass Vorurteile unter sorgfältig ausgewählten Bedingungen reduziert werden können. Wie schon Alport voraussah, ist es besonders wichtig, dass Kontakt unter Menschen verschiedener Gruppenzugehörigkeit in einem egalitären und kooperativen Zusammenhang geschieht. Wenn gleich derartige Bedingungen nicht zwingend notwendig sind, um Misstrauen und Vorurteile abzubauen, so bewirken sie doch, dass der Abbau von Vorurteilen schneller vonstatten geht. Die schwierige praktische Frage bleibt allerdings bestehen. Wie können diese restriktiven Umstände bereitgestellt werden? Abschnitt 7.5 Aversiver Rassismus Wollen und Tun sind zweierlei Die Messung impliziter und automatischer Reaktionen zeigt, dass Vorurteile nach wie vor bestehen. Einerseits sprechen wir also von Gleichberechtigung, andererseits lassen sich aber viele Bereiche finden, in denen Vorurteile und Stereotype zu diskriminierendem Verhalten führen. So fanden beispielsweise Klink und Wagner, dass in Deutschland ethische Minderheiten bei der Wohnungssuche stark benachteiligt werden. Im Vergleich zu deutschen Bewerbern werden türkische oder polnische Interessenten seltener zu einem Wohnungsbesichtigungstermin eingeladen. Weitere experimentelle Studien konnten zeigen, dass osteuropäischen, im Vergleich zu deutschen, Personen seltener Auskunft gegeben wird, wenn diese Passanten nach dem Weg fragen. Ebenso erhalten sie im Schnitt wenige Hilfe, wenn sie Passanten darum bitten, ihnen Geld für ein dringendes Telefonat zu geben, da ihr Portemonnaie abhandengekommen sei. Hier werden deutsche Personen klar bevorzugt. Die Diskriminierung von ethnischen Minderheiten spiegelt sich auch auf subjektiver Ebene der Betroffenen wider. So führen Penner et alii aus dem Bereich des amerikanischen Gesundheitswesens Beispiele an, die zeigen, dass dunkelhäutige Personen ihre ethnische Zugehörigkeit als ausschlaggebend für die Qualität ihrer medizinischen Versorgung ansehen. Laut einer Umfrage von Mallardt und Hamilton geben knapp 60 Prozent der dunkelhäutigen Befragten an, dass sie oft, in Klammern beziehungsweise sehr oft, von weißen Ärzten diskriminiert würden. Und was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft, so ist der männliche Anteil in höheren Führungspositionen trotz Emanzipation und Bemühungen zur Geschlechtergleichheit nach wie vor wesentlich höher als derjenige von Frauen. Gärtner und Dovidio haben sich vor dem Hintergrund bestehender Unterschiede zwischen weißen und dunkelhäutigen Amerikanern mit diesem Phänomen befasst. Sie bezeichnen die Dualität von nach außen hin vertretenen Ansichten, die tolerant beziehungsweise offen sind und den tatsächlich bestehenden Vorurteilen, die sich in Diskriminierung äußern können, als aversiven Rassismus. Basierend auf den Arbeiten von Kowell stellen sie den aversiven Rassismus als eine neuere Form des Rassismus dar. Im Gegensatz zum klassischen Rassismus, bei dem die eigenen Einstellungen offen ausgelebt werden, betrachten sie den aversiven Rassismus eher als unbewusst und subtil. Charakteristisch für aversiven Rassismus ist hierbei, dass die jeweilige Person erstens zwar bestrebt ist, nach außen hin tolerant und vorurteilsfrei zu wirken, zweitens sie jedoch innerlich negative Gefühle gegenüber der anderen ethnischen Gruppe empfindet. Drittens, auch wenn die Person nicht beabsichtigt, sich diskriminierend zu verhalten, so resultieren ihre aversiven, in Klammern unangenehmen Gefühle dennoch in einer subtilen Form der Benachteiligung der jeweiligen ethnischen Gruppe. Dies ist vor allem in Situationen der Fall, die mehrdeutig sind, beziehungsweise Situationen, die mit Unsicherheit verbunden sind. Das heißt, wenn diskriminierendes Verhalten auch durch andere Faktoren, in Klammern nicht die ethnische Zugehörigkeit, subjektiv in Anführungszeichen gerechtfertigt, beziehungsweise dahinter leicht versteckt werden kann. In Klammern Sie hierzu auch Abbildung 7.4 im gedruckten Buch. Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich für die Einstellung eines Mitarbeiters zwischen einem dunkelhäutigen und einem weißen Bewerber entscheiden und hätten jeweils Informationen zur Qualifikation dieser Kandidaten. Weisen beide die gleiche Qualifikation auf, in Klammern entweder hoch oder niedrig, und Sie entscheiden sich für den weißen Bewerber, so könnte schnell der Eindruck entstehen, Sie hätten Vorurteile. Denn wie könnten Sie Ihre Wahl auch rechtfertigen als über das Kriterium der ethnischen Zugehörigkeit? Um also nicht als parteiisch zu gelten, würden Sie vermutlich eher den dunkelhäutigen Bewerber auswählen, oder zumindest beide Bewerber mit derselben Wahrscheinlichkeit. Ist die Situation jedoch nicht eindeutig, das heißt liegen keine Angaben zur Qualifikation vor, so könnte die Einstellung des weißen Bewerbers damit begründet werden, dass dieser sich gegenüber dem Kontrahenten fachlich positiv abhebt. Diskriminierendes Verhalten wäre hier also mit anderen Faktoren als der ethnischen Zugehörigkeit zu rechtfertigen. Als Folge tritt es in derartigen Situationen auch häufiger auf. Beispiel Ende. Der Ausspruch von Alport, defeated intellectually, prejudice lingers emotionally, fasst die Thematik des aversiven Rassismus ganz treffend zusammen. Zwar sind die Vorurteile rein intellektuell besiegt, doch auf der emotionalen Ebene bestehen sie weiter. Dies verdeutlicht die häufige Diskrepanz zwischen Gedanken bzw. intellektuellem Wissen und den eigenen Gefühlen. Ich weiß um soziale Normen und möchte mich diesen entsprechend verhalten, doch tue ich es nicht immer. Stereotype, wenn auch eher subtiler und unbewusster Natur, bestehen nach wie vor und erklären diskriminierendes Verhalten in verschiedenen Bereichen, in Klammern zum Beispiel Hilfeverhalten. Definition. Mit aversivem Rassismus ist das gleichzeitige Bestehen einer vorurteilsfreien, öffentlichen Meinung mit egalitären Werten sowie einem vorurteilsbehafteten, diskriminierenden Verhalten gemeint. Aversiver Rassismus äußert sich dabei meist unterschwellig und indirekt. Kennzeichnend sind negative Gefühle gegenüber einer bestimmten ethnischen Gruppe. Vermeidung von Kontakt mit deren Mitgliedern. Kapitel 9 Sozialer Einfluss Abschnitt 9.1 Forschung zum sozialen Einfluss In der Sozialpsychologie und speziell im Bereich der Forschung zu sozialem Einfluss versucht man zu beschreiben, erklären und vorherzusagen, wie Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen von Personen durch die tatsächliche, vorgestellte oder implizite Anwesenheit anderer Personen beeinflusst werden. Im Klammernvergleiche Alport. Die Forschung zu sozialem Einfluss kann als einer der absoluten Kernbereiche der klassischen Sozialpsychologie betrachtet werden. Dies ist unter anderem auch einer der zentralen Gründe, warum die Sozialpsychologie aus einem modernen Institut für Psychologie nicht mehr wegzudenken ist. Viele Fragestellungen aus diesem Forschungsbereich entspringen dem Bedürfnis, katastrophale Ereignisse der Menschheitsgeschichte, wie zum Beispiel den Holocaust, zu erklären. Wie konnte es möglich sein, dass Menschen dem Befehl folgten, selbst zu morden, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben? Wie lässt sich erklären, dass Familienväter in Konzentrationslagern andere Menschen vernichteten und abends mit ihrer Familie zufrieden unter dem Weihnachtsbaum saßen? Entklammern sie ihr Biografie Adolf Eichmann in Wucher aus dem Jahre 1961. Die Tatsache, dass der Mensch zu derartigem Verhalten fähig ist, erklärt, warum die Sozialpsychologie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von einem sehr negativen Menschenbild ausging. Diese Betonung der, in Anführungszeichen, dunklen Seite des Menschen zeigte sich auch in den damaligen Forschungsinteressen. Die Sozialpsychologie versuchte zu erforschen, warum und unter welchen Umständen Menschen dazu gebracht werden können, Böses zu tun. Die wohl berühmteste Studie in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Milgram-Experiment zum Einfluss von Autoritäten auf Gehorsam, welches bereits in Kapitel 1 kurz umrissen wurde und im Folgenden ausführlich dargestellt wird. Weitere Klassiker finden sich in den Arbeiten von Sheriff und Asch, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern die Urteile anderer Personen die eigenen Urteile beeinflussen können. Es geht in diesen Studien also um den Einfluss von Mehrheiten auf Minderheiten, in Klammern, wie zum Beispiel der eigenen Person. Darüber hinaus werden wir uns auch mit der umgekehrten Seite befassen, also mit dem Einfluss der Minderheiten auf Mehrheiten ausüben. Dieser Aspekt ist besonders im Bereich sozialer und gesellschaftlicher Umwälzungen und Revolutionen von Bedeutung. Hier führt nämlich konsistentes und gleichförmiges Verhalten einer Minderheit dazu, dass die Mehrheit überzeugt wird und sich der Minderheit anschließt. Berühmte Beispiele sind hier der Fall der Berliner Mauer oder auch die mittlerweile gesamtgesellschaftlich akzeptierte Idee des Umweltschutzes. Definition Unter sozialem Einfluss versteht man die Wirkung einer Person oder einer Personengruppe auf die Gefühle, Gedanken und das Verhalten einer anderen Person, in Klammern, beziehungsweise Personengruppe. Dabei kann die Wirkungsquelle eine tatsächlich anwesende, eine implizit anwesende oder nur eine vorgestellte Person sein. Je nach Art des zugrunde liegenden Motivs unterteilt man den normativen und informativen sozialen Einfluss. Definition Ende Abschnitt 9.2 Normativer und informativer sozialer Einfluss Aus theoretischer Sicht sind zwei grundlegende Prozesse von sozialem Einfluss zu unterscheiden. Normativer sozialer Einfluss und informativer, in Klammern, informationaler sozialer Einfluss. Von normativen sozialen Einfluss spricht man dann, wenn sich eine Person den Meinungen und Verhaltensweisen der Mehrheit anschließt, um dadurch einen guten Eindruck bei der Gruppe zu machen. Wie der Begriff normativ bereits nahelegt, ist hierbei die Orientierung an der Gruppennorm zentral, beziehungsweise das Vermeiden, von dieser abzuweichen und negativ aufzufallen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil einer Ihnen nur wenig vertrauten Gruppe, die überlegt, welcher Kinofilm sich am besten für die Abendplanung eignen würde. Wenn sich nun die Mehrheit der Gruppe klar für den anspruchsvollen Dokumentarfilm ausspricht, der in einem kleinen Programmkino läuft, werden Sie sich dieser Meinung vermutlich anschließen, auch wenn Sie insgeheim gerne den neuen Blockbuster gesehen hätten. Ihnen liegt daran, mit der Gruppenmeinung übereinzustimmen und nicht als Kulturbanause abgestempelt zu werden. Neben diesem Motiv nach sozialer Anerkennung, Akzeptanz und Sympathie kann die Orientierung an anderen auch darauf beruhen, dass man versucht, korrekte Informationen zu sammeln. In diesem Fall spricht man von informativem sozialen Einfluss. Gerade dann, wenn man sich bezüglich eines Themas, einer Beurteilung etc. unsicher ist, dient oft die Mehrheit der Gruppe als nützliche Informationsquelle. Man geht nämlich davon aus, dass die Gruppe richtig liegt. Beispielhaft hierfür wäre die Situation vor einer Sozialpsychologie-Klausur, bei der Sie nicht mehr genau wissen, welcher Forscher die Empathie-Altruismus-Hypothese aufgestellt hat. Auch wenn Sie selbst vielleicht glauben, dass es Freud war, werden Sie sich wohl umentscheiden, wenn alle anderen, in Klammern korrekter Weise, annehmen, die Hypothese gehe auf Batson et al. zurück. Folglich werden Sie Ihr Kreuz auch an der richtigen Stelle setzen. In Klammern Sie hierzu Abbildung 9.1 im gedruckten Buch. Abschnitt 9.2.1 Normativer sozialer Einfluss Die Asche-Experimente. In Klammern 1951 und 1956. In den Asch-Studien wurde die Frage behandelt, ob sich offensichtliche Fehlurteile anderer Personen auf die eigene Urteilskraft auswirken. Sprich, schließe ich mich dem Urteil der Mehrheit an, selbst wenn dieses falsch ist? Studie Aschs klassisches Experiment zum Gruppendruck Aschs Versuchspersonen gingen davon aus, dass es in dieser Studie um die Bearbeitung einfacher Wahrnehmungsaufgaben ging. Den Probanden wurde per Diaprojektion eine einfache Linie, in Klammern Standardlinie X, gezeigt. Diese sollten Sie hinsichtlich Ihrer Länge mit drei weiteren Linien vergleichen, in Klammern Vergleichslinien A, B und C. Siehe hierzu Abbildung 9.2 im gedruckten Buch. Insgesamt gab es dabei 18 Durchgänge. Die Linien-Schätzaufgaben wurden in Gruppen von acht Personen durchgeführt. Folglich sahen die Versuchspersonen die Linien zusammen mit sieben weiteren Personen, die ebenfalls eine Einschätzung abgeben sollten. Allerdings waren diese keine wirklichen Versuchspersonen, sondern Konföderierte des Versuchsleiters. Sie hatten den Auftrag, in zwölf der 18 Durchgänge falsche Wahrnehmungsurteile abzugeben, in Klammern kritische Durchgänge. Der Reihe nach gab nun jede der acht Personen ihr Urteil ab, wobei die echte Versuchsperson an vorletzter Stelle saß. Bevor sie also in den kritischen Durchgängen ihr Urteil abgab, hörte sie die offensichtlich falschen Antworten ihrer sechs Vorgänger. Statt beispielsweise die Länge der Standardlinie X und der Vergleichslinie A als gleich zu bewerten, gaben die Konföderierten in diesem Fall an, dass Standardlinie X gleich lang sei wie die Vergleichslinie B oder C. In den verbleibenden sechs Durchgängen sollten die Konföderierten dann eine korrekte Einschätzung treffen, in Klammern neutrale Durchgänge. Zusätzlich wurde noch eine Kontrollgruppe eingeführt, die ebenfalls aus acht Personen, in Klammern sieben Konföderierte, eine echte Versuchsperson bestand. Der Unterschied war hier jedoch, dass die Konföderierten ihre persönliche bzw. individuelle Einschätzung abgeben sollten, das heißt, es gab keinerlei Antwortvorgaben. Bei der echten Versuchsperson wurde nun als abhängige Variable erfasst, wie oft sie in den kritischen Durchgängen einer falschen Antwort zustimmte. Als Ergebnis fand Asch, dass in den Experimentalgruppen die Fehlerrate in den kritischen Durchgängen bei 37% lag, wo hingegen in der Kontrollgruppe lediglich 0,7% der Antworten falsch waren. Hier betrug der Anteil der Versuchspersonen, die in allen zwölf kritischen Durchgängen fehlerlos waren, 95%. In der Experimentalgruppe waren dagegen 25% der Versuchspersonen fehlerfrei. Stattdessen gaben 5% der Versuchspersonen in allen Durchgängen ein falsches Urteil ab und ein Prozentsatz von 75% antwortete mindestens einmal falsch, wenn die Konföderierten zuvor eine offensichtlich falsche Schätzung abgegeben hatten. Eine genaue Auflistung der Fehlerverteilung findet sich in Tabelle 9.1 im gedruckten Buch. Studie Ende. In weiteren Studien fand Asch auch potenzielle Moderatoren seines Effekts. Der Effekt des Gruppendrucks war umso stärker, erstens je wichtiger die Gruppe der Konföderierten für die echte Versuchsperson war, zweitens je unmittelbarer die Konföderierten anwesend waren, in Klammern physisch und zeitlich, und je höher die Zahl der Konföderierten war. Hinsichtlich der möglichen zugrunde liegenden psychologischen Prozesse befragte Asch seine Versuchspersonen am Ende der Studie, warum sie ihrer Meinung nach falsche Antworten gegeben hatten. Ein Teil der Befragten gab an, tatsächlich davon überzeugt gewesen zu sein, dass die Gruppe recht hatte. Dies würde bedeuten, dass normativer sozialer Einfluss tatsächlich auch unsere physische Wahrnehmung beeinflussen kann. Wir schließen uns nicht nur äußerlich einer anderen Meinung an, sondern glauben wirklich, dass diese korrekt ist. Diese Internalisierung, in Klammer gleich innerliche Zustimmung, wird auch als private Akzeptanz, in Klammern Konversion, bezeichnet. Hier kommt der informative soziale Einfluss zum Tragen, da die Versuchspersonen die Gruppe als nützliche und zuverlässige Informationsquelle betrachten. Im Gegensatz dazu gab ein weiterer Teil der Versuchspersonen an, dass sie das falsche Urteil der Gruppe nicht geglaubt, sich diesem aber dennoch angeschlossen hatte, um mit der Gruppe konform zu gehen. Die Zustimmung zur Gruppe erfolgt in diesem Fall also lediglich im äußerlichen Verhalten, keinesfalls aber in Bezug auf die innere Überzeugung. Man spricht hierbei von öffentlicher Compliance. Im Unterschied stand bei diesen Versuchspersonen das Bestreben, nicht negativ aufzufallen. Sie unterlagen daher dem normativen sozialen Einfluss. Insgesamt zeigt sich also bei den Asch-Studien, dass beide Prozesse möglich sind, informativer wie normativer sozialer Einfluss. Manche Versuchspersonen schlossen sich der falschen Mehrheitsmeinung an, um damit die Validität ihres eigenen Urteils abzugleichen, in Klammern informativer sozialer Einfluss, während andere vermeiden wollten, sich negativ von der Gruppe abzuheben, in Klammern normativer sozialer Einfluss. Abschnitt 9.2.2 Informationaler sozialer Einfluss Die Scherif-Studien, 1935. Scherif-Studien zum autokinetischen Effekt gehören zu den ersten und wohl einflussreichsten wissenschaftlichen Untersuchungen zum informativen sozialen Einfluss. Der autokinetische Effekt ist eine optische Täuschung, die immer dann auftritt, wenn das menschliche Auge keinen zweiten visuellen Referenzpunkt hat. Studie Scherifs Studien zum informationalen Gruppeneinfluss Scherif erzeugte zunächst einen autokinetischen Effekt. Die Versuchspersonen saßen in einem vollkommen abgedunkelten Raum und sollten einen weißen Punkt beobachten, der in die Wand projiziert wurde. Die optische Täuschung bestand dabei darin, dass der Punkt nach einer gewissen Zeit im Blickfeld des Betrachters als bewegt wahrgenommen wurde. Die Stärke der Bewegung, in Klammern Amplitude, war dabei abhängig vom physiologischen Aufbau des Auges. In einem ersten Teil des Experiments sollten die Versuchspersonen zunächst das Ausmaß der Amplitude einschätzen, also angeben, wie stark sich der Punkt ihrer Meinung nach bewegt hatte, in Klammern Einzelfase 1. Der zweite Teil des Experiments sah vor, dass die Versuchspersonen in einer Gruppe mit anderen Versuchspersonen darüber diskutieren sollten, wie stark sich der Punkt bewegt hatte. Sie sollten hierüber eine Gruppenentscheidung treffen, in Klammern Gruppenphase. Im dritten und letzten Teil des Experiments wurden die Versuchspersonen dann nochmals gebeten, alleine eine Einschätzung zur wahrgenommenen Amplitude zu treffen, in Klammern Einzelfase 2. Welche Ergebnisse konnte Scherif nun beobachten? In der ersten Einzelfase war die Varianz der Einzelmeinungen zur Stärke der Amplitude des Punktes relativ hoch. Das heißt, die Einschätzungen der Versuchspersonen unterschieden sich stark. In der Gruppenphase glichen sich die Einzelmeinungen dann an eine moderatere Gruppenmeinung an. In Klammern die Varianz wurde signifikant geringer. Interessant war nun, dass die Versuchspersonen in der zweiten Einzelfase nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Ausgangsmeinung aus Einzelfase 1 zurückkehrten, sondern sich auch bei der individuellen Befragung an das moderatere, geringer streuende Urteil aus der Gruppenphase anpassten. In Klammern sie hierzu Abbildung 9.3 im gedruckten Buch. Studie Ende. Welche psychologischen Prozesse können dieses Ergebnis der Scherif-Studien erklären? Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Situation, die Scherif mit dem autokinetischen Effekt erzeugt hatte, von großer Unsicherheit begleitet war. Die Probanden waren sich bezüglich ihrer eigenen Einschätzung also sehr unsicher. Als Folge versuchten die Versuchspersonen gerade in der späteren Gruppenphase die Urteile der anderen Versuchspersonen zu nutzen, um die Realität zu definieren und so lediglich selbst zu einem validen Urteil zu kommen. In Klammern informativer sozialer Einfluss. Sobald die Versuchspersonen in der Gruppenphase allerdings eine bestimmte Gruppennorm über die Stärke der Amplitude des weißen Punktes entwickelt hatten, wirkte diese Gruppennorm auch später noch in der Einzelfase 2 nach und beeinflusste das zweite Individualurteil der Versuchspersonen. Folglich hatten die Probanden die Gruppennorm verinnerlicht bzw. waren von ihrer Richtigkeit überzeugt. In Klammern private Akzeptanz. Abschnitt 9.3 Das Milgram-Experiment Neben den Studien zum normativen und informativen sozialen Einfluss sind auch die Studien Milgrams wesentlich für die Forschung zu sozialem Einfluss. Hierbei geht es nicht um den Einfluss von Gruppen, sondern um die Beeinflussung durch Autoritätspersonen. In diesem Zusammenhang führte Stanley Milgram im Jahr 1963 eine Reihe aufsehenerregender Studien zu Gehorsam und Autorität durch. Er ging der Frage nach, inwieweit Menschen die Befehle und Anweisungen von Autoritätspersonen befolgen bzw. wie weit sie dabei gehen. Wären Menschen beispielsweise dazu bereit, eine andere Person zu töten, nur weil ihnen dies befohlen wurde? Nach den unfassbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während des Zweiten Weltkrieges durch die Nationalsozialisten in Deutschland begangen wurden, war dieser Schluss naheliegend. Zur Klärung seiner Fragestellung führte Milgram verschiedene Experimente durch, die alle einen ähnlichen Aufbau hatten. Studie Die Milgram-Experimente zum Gehorsam gegenüber Autoritäten In den von Milgram durchgeführten Experimenten wurden die Versuchspersonen in der Annahme rekrutiert, an einem Lernexperiment teilzunehmen. Dabei sollte geklärt werden, ob Bestrafung generell zu besseren Lernleistungen führt. Den Versuchspersonen wurde suggeriert, dass es zwei Bedingungen gebe, wobei ein Teil der Probanden die Rolle der Lehrkraft und der andere Teil die Rolle des Schülers übernehmen sollte. In Wirklichkeit wurden die Versuchspersonen jedoch stets der Lehrerbedingungen zugeordnet. Die Aufgabe des Lehrers war es, dem Schüler Aufgaben zu stellen und diesen bei einer falschen Beantwortung mit einem Elektroschock zu bestrafen. Der Schüler, der in Wirklichkeit ein Konföderierter von Milgram war, saß im Nebenraum des Labors. Der Zeitpunkt, zu dem der Schüler einen Fehler machte und auch die Art des Fehlers waren einem Protokoll vorgegeben, das für alle Versuchspersonen gleich war. Zur Bestrafung eines Fehlers sollte der Lehrer also einen Elektroschock erteilen, wobei für jeden weiteren Fehler die Schockstärke intensiviert werden musste. Begonnen wurde mit einer Schockstärke von 15 Volt, in Klammern leichter Schock, die bis zu einer maximalen Schockstärke von 450 Volt, in Klammern tödlicher Schock, gesteigert wurde. Die Schockstärken waren auf einem vorgetäuschten Generatorkasten aufgemalt. In Wirklichkeit bekam der Schüler natürlich keinen Elektroschock. Jegliche Reaktion des Schülers auf einen angeblichen Schock des Lehrers war nur gespielt. Dabei wurden die Proteste des Schülers mit zunehmender Schockstärke immer lauter und mündeten in der Bitte, aufgrund der zugefügten Schmerzen endlich aus dem Experiment entlassen zu werden. Bei weiter steigenden Schockstärken bekam der Lehrer nur noch ein Wimmern, Stöhnen und letztlich Schreien des Schülers zu hören. Der Versuchsleiter, in Klammern Experimentator, gekleidet in einen weißen Kittel, saß dabei hinter dem Lehrer, in Klammern Versuchsperson, und gab die Anweisung, bei jeder falschen Antwort der Schülers die Schockstufe zu erhöhen und den Schock dann auch zu farbreichen. Immer wenn der Lehrer aufhören wollte, etwa weil er Mitleid mit dem Schüler empfand, entgegnete ihm der Versuchsleiter, bitte machen Sie weiter. Wenn der Lehrer dann immer noch nicht überzeugt war, weiterzumachen, schob der Versuchsleiter nach, der Versuch erfordert es, dass Sie weitermachen. Zögerte die Versuchsperson nach wie vor, fügte der Versuchsleiter ergänzend hinzu, es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen. Und schließlich, Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen weitermachen. Weigerte sich die Versuchsperson auch noch nach der vierten Aussage des Versuchsleiters, mit den Elektroschocks fortzufahren, so brach der Versuchsleiter das Experiment ab und die bis dahin maximale Schockstärke wurde als abhängige Variable notiert. Bevor Milgram seine Daten publizierte, schilderte er seinen Versuchsaufbau Psychiatern und ließ diese einschätzen, wie hoch der Prozentsatz derjenigen Versuchspersonen lag, die bei der Verabreichung der Schocks bis zur höchsten Stufe ging, in Klammern 450 Volt. Die Psychiater, als Experten für menschliches Erleben und Verhalten, schätzten, dass dieser Anteil unter 0,2 lag. Das tatsächliche Ergebnis war dagegen schockierend. Im Durchschnitt verabreichten mehr als 60% der Versuchspersonen, in Klammern eine absolute Anzahl von n gleich 26 bei insgesamt 40 Versuchspersonen, Elektroschocks auf der höchsten Schockstufe von 450 Volt. Mit anderen Worten, über 60% der Versuchsteilnehmer gehorchten bis zum Schluss und hätten in Kauf genommen, dass die andere Versuchsperson durch einen tödlichen Elektroschock stirbt. Milgram fand diesen erschreckenden Befund relativ konstant über verschiedene Länder und Kulturen hinweg. In Abbildung 9.4 im gedruckten Buch sind die Ergebnisse der Studie dargestellt. Studie Ende Eindrucksvoll beschreibt Milgram das Verhalten seiner Versuchspersonen. Ich beobachtete einen Geschäftsmann mittleren Alters, der fröhlich und zufrieden das Experimentallabor betrat. Innerhalb von 20 Minuten war er nur noch ein Häufchen Elend, das kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand. Er zog permanent an sein Ohrläppchen und rieb nervös seine Hände. Plötzlich stützte er seinen Kopf auf seine Hände und stammelte, oh Gott, lass es bitte aufhören. Und dann machte er weiter und gehorchte dem Versuchsleiter bis zum Ende. Abschnitt 9.3.1 Moderatoren des Milgram-Effekts Milgram konnte allerdings auch Bedingungen ausmachen, unter denen der Gehorsamseffekt reduziert war. Eine zentrale Variable war dabei die physische Nähe des Lehrers zum Schüler. Der Prozentsatz der Personen, die bis zur maximalen Schockstärke ging, reduzierte sich signifikant, wenn der Lehrer den Schüler nicht nur hören, sondern auch sehen konnte und wenn der Lehrer während des Experiments die Hand des Schülers halten sollte. Neben der Nähe zum Schüler stellte auch die physische Nähe zur Autoritätsperson eine wichtige Moderatorvariable dar. War der Versuchsleiter nicht mehr physisch anwesend und gab seine Anweisungen daher nur über das Telefon, so reduzierte sich der Anteil derer, die zu einer maximalen Schockstärke bereit waren, von 65% in der Standardbedingung auf, in Anführungszeichen nur, noch 20,5%. Auch die Legitimität der Autoritätsperson in Klammern Versuchsleiter spielte eine entscheidende Rolle. Wenn das Experiment beispielsweise in einem heruntergekommenen Bürogebäude durchgeführt wurde, ging der Prozentsatz mit maximaler Schockrate zurück auf 48%. Schließlich wurde der Milgram-Effekt auch durch das Verhalten weiterer anwesender Personen beeinflusst. War ein zusätzlicher Lehrer anwesend, der konsistent gehorchte, stieg die Maximalschockrate sogar bis auf 92% an. Dagegen waren nur noch 10% der Versuchspersonen bereit, die maximale Schockstärke zu verabreichen, wenn einer der anderen Lehrer nicht mehr gehorchte. Abschnitt 9.3.2 Warum tritt der Milgram-Effekt auf? Es stellt sich natürlich die Frage, warum es zum Milgram-Effekt kommt bzw. wie dieser psychologisch erklärt werden kann. Zum einen zeigen uns diese Studien, dass die Macht der Situation meist stärker ist als der Einfluss der Persönlichkeit. Wer hätte gedacht, dass so viele Menschen, die in Anführungszeichen ganz normal erscheinen, keinerlei aggressive bzw. antisoziale Persönlichkeitstendenzen aufweisen oder sonstige Auffälligkeiten haben, bis zur höchsten Schockstufe gehen und Mitmenschen auf Befehl töten würden. Ein denkbarer, zugrunde liegender psychologischer Prozess ist das sogenannte Entrapment. In diesem Fall ist damit gemeint, dass sich die Versuchspersonen durch die Anweisungen des Versuchsleiters und durch ihr eigenes Gehorchen immer stärker dazu verpflichtet fühlen, dem Versuchsleiter auch weiterhin bei höheren Schockstufen zu gehorchen. Etwas allgemeiner gefasst beschreibt Entrapment das Phänomen, dass eigene Verhaltensweisen häufig nicht beendet werden, obwohl deutlich wird, dass diese nicht mehr gewinnbringend sind bzw. sogar zu Nachteilen führen können. Im Wirtschaftssektor lässt sich dies beispielsweise daran erkennen, dass an einst getroffenen Entscheidungen festgehalten wird, Prozessänderungen abgelehnt werden, auch wenn sich abzeichnet, dass die Entscheidungen fehlerhaft sind. Grundlegend hierfür kann sein, dass die Risikobereitschaft im Verlustbereich zunimmt oder aber man schon so viele Ressourcen in Klammern Energie, Zeit, Geld etc. in ein Projekt investiert hat, wo man daher bestrebt ist, diesen Aufwand zu rechtfertigen. Beispielhaft hierfür sind noch Verluste im Aktiengeschäft, wobei versäumt wurde, die Aktien trotz deren schlechten Verlaufes wieder zu verkaufen. Im buchstäblichen Sinne bedeutet also Entrapment, dass man durch sein eigenes Verhalten selbst in eine Falle tappt. Eine weitere Erklärung für den Milgram-Effekt ist, dass wir Menschen in unserer Sozialisation generell stärker für Gehorsam als für Ungehorsam belohnt werden. Wir haben vermutlich alle als Kind die Erfahrung gemacht, dass unsere Eltern bevorzugt dann schimpfen oder uns bestrafen, wenn wir nicht artig und folgsam waren, in Klammern zum Beispiel unser Zimmer nicht aufgeräumt haben. Dagegen wurde gehorsames Verhalten, in Klammern zum Beispiel erledigte Hausaufgaben, ein aufgeräumtes Zimmer etc. natürlich meist belohnt, sei es durch ein einfaches Lob oder durch andere Gesten wie einer Taschengelderhöhung oder einem Geschenk. Eine weitere psychologische Ursache des Milgram-Effekts könnte darin liegen, dass wir Menschen uns auf die scheinbare Objektivität und Sachlichkeit von Wissenschaftlern und Experten verlassen, in Klammern Expertenheuristik. Wenn uns ein Wissenschaftler grausame Dinge befiehlt, dann, in Anführungszeichen, muss dies einen Sinn haben. Demnach würden die Versuchspersonen das grausame Verhalten gegenüber anderen Menschen im Dienste der Wissenschaft zeigen. Dadurch finden sie auch eine Rechtfertigung für ihr Verhalten und können ihre persönliche Verantwortung, einem anderen Menschen zu helfen bzw. diesen nicht zu quälen, leichter abschieben. Abschnitt 9.3.3 Bedeutung des Milgram-Experiments Als Fazit aus den Milgram-Experimenten bleibt festzuhalten, dass es leicht ist, Menschen dazu zu bringen, anderen Personen Grausamkeiten zuzufügen. Scheinbar bedarf es lediglich einer Autoritätsperson, die diese grausamen Tatsachen befiehlt, um bereitwillig zu gehorchen. Die Tatsache, dass die Milgram-Experimente sehr realistisch in ihrem Versuchsaufbau sind und eine hohe externe Validität aufweisen, lässt ihre Ergebnisse umso verstörender wirken. Sie zeichnen, passend zum damaligen Zeitgeist der Nachkriegsjahre, ein düsteres Bild der menschlichen Natur. Aufgrund der schockierenden Befunde wird sozialer Einfluss daher meist als etwas sehr Negatives angesehen. Es bleibt glücklicherweise anzumerken, dass es heutzutage ethisch gar nicht mehr vertretbar wäre, solche sogenannten High-Impact-Studien durchzuführen. Dennoch haben diese sicherlich wie kein anderes Forschungsprogramm dazu beigetragen, zu verstehen, was im nationalsozialistischen Deutschland und während des Holocaust passiert ist. Darüber hinaus mahnen sie uns zur Vorsicht, dass derartige Grausamkeiten auch in Zukunft noch möglich wären. Abschnitt 9.4 Einfluss von Minderheiten Aufgrund der oben dargestellten Forschung zu sozialem Einfluss und Konformität entsteht leicht der Eindruck, dass es bei sozialem Einfluss lediglich darum ginge, wie Mehrheiten auf Minderheiten Einfluss nehmen. Betrachtet man aber die menschliche Geschichte und Entwicklung der Gesellschaft so fällt auf, dass die meisten gesellschaftlichen Umwälzungen und Revolutionen von Minderheiten hervorgerufen wurden. Nehmen wir als Beispiel die Energiewende in Deutschland. In den 70er und 80er Jahren wurden Gegner der Kernenergie meist als eine Handvoll Spinne abgetan, die nicht wirklich wüssten, worin das Wohl der Gesellschaft liege. Sie ketteten sich an die Gleise von Kastortransporten, betonierten sich teilweise ein und setzten für die Idee einer atomfreien Gesellschaft ihre eigene Gesundheit oder sogar ihr Leben aufs Spiel. Nach mehr als drei Jahrzehnten und nach atomaren Unfällen wie Tschernobyl oder Fukushima ist nun die Mehrheit der deutschen Gesellschaft auf die Seite der Kernenergiegegner geschwenkt. Hier hat also eine absolute Minderheit über viele Jahre hinweg auf die Meinung der Mehrheit Einfluss genommen und diese geändert. Ähnliches ist beim Fall der Berliner Mauer passiert. Was zu Beginn nur Montagsdemonstrationen weniger hundert DDR-Bürger waren, weitete sich über mehrere Monate hinweg zu einem Massenprotest aus, der dann letztendlich zum Fall der Mauer sowie des gesamten DDR-Regimes führte. Wir sehen, dass auch Minderheiten Macht haben und einen Einfluss auf die überlegen erscheinende Mehrheit ausüben können. Doch welche psychologischen Prozesse sind dafür verantwortlich? Um den Einfluss von Minderheiten auf Mehrheiten zu demonstrieren, kehrten Moscovici, Lage und Nafrischu das klassische Aschparadigma zum normativen sozialen Einfluss einfach um und wandelten es inhaltlich etwas ab. Nun gab nicht mehr die Mehrheit der Konföderierten eine falsche Einschätzung ab, sondern diejenigen mit falscher Angabe blieben in der Minderheit. Studie Experimentelle Untersuchung zum Einfluss von Minderheiten In einem Experiment von Moscovici et Ali aus dem Jahre 1969 nahmen die Versuchspersonen in Gruppen zu sechs Personen teil. Alle der Versuchspersonen bekamen in den experimentellen Durchgängen stets blaue Dias zu sehen. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand dabei darin, die Farbe des gesehenen Dias öffentlich dem Versuchsleiter mitzuteilen. Die Farbe war immer blau, lediglich deren Intensität wurde in den einzelnen Durchgängen verändert. Es gab zwei Experimentalgruppen, in Klammern mit je zwei Konföderierten und vier tatsächlichen Versuchspersonen, und eine Kontrollgruppe. Letztere bestand ausschließlich aus naiven Versuchspersonen, also wirklichen Teilnehmern, die keine Konföderierten waren. In der ersten Experimentalbedingung verhielt sich die Minderheit, in Klammern Konföderierte, inkonsistent, das heißt, sie gab in zwei Drittel der Durchgänge eine falsche Antwort ab. In Klammern sie teilte dem Versuchsleiter mit, dass das Dir grün sei. In der zweiten experimentellen Bedingung handelte es sich um eine konsistente Minderheit, das heißt, die beiden Konföderierten beharrten in allen Versuchsdurchgängen auf der falschen Antwort grün. Als Ergebnis zeigte sich, dass nur die konsistente Minderheit einen signifikanten Einfluss auf die Versuchspersonen, in Klammern die Mehrheit hatte, und zwar sowohl hinsichtlich der öffentlichen Compliance als auch in Bezug auf die private Akzeptanz. Inkonsistente Minoritäten hatten dagegen nur einen geringfügigen Einfluss auf die Rate der falschen Antworten. Studie Ende Warum und wie können Minderheiten Einfluss nehmen? Moscovici und Personas argumentierten, dass, wenn Minderheiten über eine längere Zeitspanne hinweg auf ihrer Meinung beharren, in Klammern persistieren, Personen noch ein zweites Mal über bestimmte Probleme nachdenken, in Klammern Think Twice. Ursächlich dafür ist ein kognitiver Konflikt, der durch die voneinander abweichenden Meinungen ausgelöst wird. Man fragt sich natürlich, ob das Urteil der Minderheit nicht doch einen wahren Kern hat, da diese ja sehr konsistent in ihrer Meinung ist. Diese Überprüfung wird auch als Validierungsprozess bezeichnet. Er führt zu einer tieferen kognitiven Verarbeitung der jeweiligen Entscheidungs- und Urteilsprobleme, da man sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt und die einzelnen Argumente gegeneinander abwägt. Darüber hinaus werden Mehrheitsnormen hinterfragt und können somit durchbrochen werden, dann klammern sie hierzu Abbildung 9.5 im gedruckten Buch. Erfolgt nach dem Validierungsprozess tatsächlich eine Einstellungsänderung in Richtung der Minderheit, kommt es zur sogenannten Konversion. Moscovici und Personas beschreiben dies als einen subtilen Prozess wahrnehmungsbezogener oder kognitiver Veränderung, bei dem eine Person ihre ursprüngliche Antwort aufgibt, um eine andere Sichtweise oder Antwort einzunehmen, ohne sich der Veränderung notwendigerweise bewusst oder dazu gezwungen worden zu sein. In seiner Konversionstheorie spezifiziert Moscovici, dass Konversion nur in Zusammenhang mit Minderheiten auftritt. Ausschließlich diese führen zu einer tieferen und genaueren Prüfung des Urteils und, sofern es zu einer Umkehr der Meinung kommt, zu einer wirklichen Überzeugung bzw. Einstellungsänderung in Klammern privater Akzeptanz. Im Vordergrund steht also ein inhaltlicher Konflikt darüber, welche Einstellung bzw. welche Meinung nun die tatsächlich korrekte ist. Dieser Konflikt könnte beispielsweise entstehen, wenn sie in ihrem Freundeskreis zwei Bekannte haben, die es massiv ablehnen, sich bei Facebook zu registrieren in Klammern Minderheit. Ihnen gegenüber steht eine breite Masse von Facebook-Nutzern, die viele persönliche Dinge öffentlich preisgeben, in Klammern Mehrheit. Stellen Sie sich vor, Sie sind selbst in Facebook aktiv. Vermutlich lehnen Sie erst einmal die Meinung Ihrer beiden Minderheitenfreunde ab. Vielleicht wundern Sie sich aber mit der Zeit über deren persistierendes Verhalten, das andauert, obwohl die Mehrheit anderer Meinung ist. Sie fragen sich vielleicht, ob nicht doch etwas an deren Auffassung dran sein könnte, zumal die beiden Freunde ja den eher unangenehmen Platz der Minderheit einnehmen. Sie beginnen, sich Gedanken über die Thematik zu machen und wägen das Für und Wider beider Positionen ab. Es kommt zu einem inhaltlichen Konflikt, der möglicherweise dazu führt, dass Sie Ihre bisherige Meinung ändern und Ihren Facebook-Account löschen. In Klammern bitte beachten Sie, dass mit diesem Beispiel kein richtig oder falsch vermittelt werden soll. Die Auswahl des Beispiels bzw. die Bestimmung von Minderheit und Mehrheit orientiert sich lediglich an dem derzeitigen Trend zur Facebook-Nutzung. Im Gegensatz dazu findet kein solch ausgeprägter Validierungsprozess statt, wenn sich die eigene Meinung von derjenigen der Mehrheit unterscheidet. In diesem Fall prüft man die einzelnen Argumente nämlich nicht so exakt. Stattdessen kommt vorwiegend ein sozialer Konflikt zum Tragen, d.h. es geht weniger um den Inhalt der Argumente bzw. Meinungen, als um den Wunsch, von der Mehrheit akzeptiert zu werden und nicht aufzufallen. Passt man sich also der mehrheitlichen Meinung an, beruht dies meist nur auf einer äußerlichen Verhaltensanpassung. In Klammern öffentliche Compliance. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn eine Person, die den einfachen Zelt bzw. Rucksackurlaub bevorzugt, in einer Gruppe von Personen, die stets einen All-Inclusive-Urlaub bucht, vorgibt, auch selbst vorwiegend Hotelurlaube zu planen. Um nicht aufzufallen, passt sie sich also äußerlich der Mehrheit an. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der nächste Urlaub doch wieder eine Rucksack-Tour wird. Abschnitt 9.5 Abschließende Bemerkungen In Moscovichis Konversionstheorie wird der Unterschied zwischen dem Einfluss von Mehrheiten und demjenigen von Minderheiten betont. Ersterer basiert meist nur auf öffentlicher Compliance und einer weniger intensiven Informationsverarbeitung, während letzterer zu einer gründlichen Verarbeitung und tatsächlicher Einstellungsänderung führt. In Zusammenhang mit den Asch-Studien zum normativen sozialen Einfluss haben wir jedoch gehört, dass auch hier einige Versuchspersonen privater Akzeptanz zeigten, obwohl sie von einer Mehrheit beeinflusst worden waren. Zu widersprüchlichen Untersuchungsergebnissen kommt auch Mackie, die zeigen konnte, dass gerade die Argumente der Mehrheit gründlich verarbeitet werden und es auch hier zu einer langfristigen Akzeptanz der Mehrheitsmeinung kommt. Wir möchten Sie mit diesen widersprüchlichen Ergebnissen natürlich keinesfalls verwirren. Vielmehr geht es uns darum, Ihnen zu vermitteln, dass sozialer Einfluss über ganz unterschiedliche Prozesse vermittelt sein kann und es darüber hinaus auch ganz unterschiedliche Arten von sozialem Einfluss gibt. So haben wir uns mit dem Einfluss von Mehrheiten, Minderheiten und Autoritäten beschäftigt, haben eine Unterteilung in normativen und informativen sozialen Einfluss vorgenommen, die jeweils auf unterschiedlichen motivationalen Motiven beruht und haben erwähnt, dass sozialer Einfluss sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen kann. Gerade im Hinblick auf die teilweise unbewusste, unterschwellige Natur sozialen Einflusses sei noch einmal betont, wie vielfältig und übergreifend dieses Phänomen ist, das sich daher auch in vielen Bereichen zeigt. Vielleicht haben Sie beim Lesen Überschneidungspunkte zur Theorie der kognitiven Dissonanz oder auch zu den Befunden zur Einstellungsänderung entdeckt? Etwa dahingehend, dass Einstellungsänderung über das Verhalten erfolgen bzw. öffentliche Compliance zu privater Akzeptanz führen kann? Oder haben Sie sich an die Food-in-the-door-Technik erinnert, die ein Beispiel dafür gibt, dass Compliance ohne offenen Druck vonstatten gehen kann? Sozialer Einfluss ist also in vielen Situationen Abschnitt 10.2. Bewältigung kollektiver Bedrohungen und Religion. Terrorismus als Spezialfall belastender Lebensumstände. Dient auch hier Religiosität als Resilienzfaktor? Neben dem Terroranschlag auf das World Trade Center 2001 und weiteren Anschlägen 2008 in Mumbai sowie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Kampala ist zunehmend auch der europäische Raum der internationalen Terrorismusgefahr ausgesetzt. Dies ist beispielsweise an den Anschlägen auf die größte Synagoge Istanbuls im Jahr 2003 zu sehen, ebenso wie an den Zuganschlägen in Madrid 2004 oder denjenigen auf drei U-Bahnen beziehungsweise einen Bus in London 2005. Laut amerikanischen Meinungsumfragen geht diese erhöhte Terrorismusgefahr zulasten der mentalen Gesundheit der Bevölkerung. Als US-Amerikaner nach dem 11. September 2001 ihre Gefühle beschreiben sollten, wurden am häufigsten negative Emotionen wie Angst, Trauer, Ärger genannt. Symptome eines posttraumatischen Stresssyndroms konnten in der Bevölkerung sogar noch nach sechs Monaten festgestellt werden und allgemein stieg die Angst vor weiteren terroristischen Anschlägen gegenüber dem Vorjahr extrem an. Von 24% auf 54%. Die mögliche Bedrohung durch terroristische Anschläge wirkt sich deutlich negativ auf den emotionalen Zustand der Bevölkerung aus. Da terroristische Anschläge der Al-Qaida mittlerweile auch in Europa auftreten, ist ebenso hier mit negativen emotionalen Folgen zu rechnen. Wie gelingt es also, hiermit einen guten Umgang zu finden? Abschnitt 10.2.1 Religion und Coping im Kontext von Terrorismus Es stellt sich die Frage, ob intrinsische Religiosität auch im Kontext von Terrorismusgefahr und somit unter massiven äußeren Belastungen, die mit Todesgefahr verbunden sind, einen schützenden Faktor darstellt. Die meisten Studien hierzu sind aus dem amerikanischen Raum korrelativer Art und Terrorismus wird häufig nur als eine von vielen Variablen erfasst. Ai und Peterson fanden bei Flüchtlingen aus dem Kosovo eine positive Verbindung zwischen Religion, Optimismus und einem effektiven Coping-Verhalten. Im Hinblick auf Terrorismus zeigte sich bei einer Befragung drei Monate nach dem Anschlag auf das World Trade Center ein positiver Zusammenhang zwischen Religiosität und dem Zurückgreifen auf Gebete als einer Coping-Strategie. Je höher das Ausmaß der erlebten negativen Emotionen als Folge des Anschlags war, desto häufiger beteten die befragten Studenten, was wiederum mit weniger persönlichem Distress, in Klammern also emotionalem Leid, negativen Gefühlen, verbunden war. Des Weiteren konnte in einer Lenkschnittstudie gezeigt werden, dass Religiosität mit zukünftigem subjektiven Wohlbefinden, in Klammern gemessen nach einem Jahr, einhergeht. Aber wie sehen nun die Ergebnisse bei experimentellen Studien im Labor aus? Was besagen europäische Daten? Unten stehend ist ein Beispiel für ein typisches Vorgehen, das zudem auch Aufschluss darüber geben soll, wie intrinsische Religiosität, Stimmung und Coping miteinander zusammenhängen. Studie Der Einfluss von Terrorismusgefahr auf Stimmung und Selbstwirksamkeitserwartung bei religiösen und nicht-religiösen Personen. In der Studie von Fischer, Greitemeier, Kastenmüller, Jonas und Frey aus dem Jahr 2006 bekamen die Versuchspersonen zunächst einen Text zu lesen, in dem der Geheimdienst die Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland entweder als hoch oder als niedrig einschätzte. Nach dieser Manipulation füllten die Teilnehmer die Skala zur intrinsischen und extrinsischen Religiosität von Alport und Ross aus. Die Einteilung in hohe versus niedrige beziehungsweise keine intrinsische Religiosität erfolgte anhand eines Mediansplits, in Klammern, es wird der Wert ermittelt, der die Stichprobe in zwei Gruppen teilt, sodass 50 Prozent der Probanden einen kleineren Wert aufweisen und die anderen 50 Prozent oberhalb dieser Grenze liegen. Mit der 8-Item-Affekt-Skala von Brunstein wurde anschließend die Stimmungslage der Teilnehmer erfasst. Hierbei gaben sie ihre aktuellen positiven und negativen Gefühle, in Klammern zum Beispiel glücklich, zufrieden versus frustriert, ängstlich an. Gemäß den Hypothesen zeigten die Ergebnisse, dass eine erhöhte Terrorismusgefahr, in Klammern im Vergleich zu keiner Gefahr, bei den nicht-religiösen Probanden verstärkt zu negativen Emotionen führt. Dies war bei intrinsisch-religiösen Menschen nicht der Fall. Hinsichtlich der Stimmung machte es hier keinen Unterschied, ob Terrorgefahr vorlag oder nicht. Der direkte Vergleich beider Gruppen unter der Bedingung hoher Terrorgefahr ergab signifikante Unterschiede, was die Stimmungslage betraf. Gegenüber den nicht-religiösen Probanden war die Anzahl der positiven Emotionen bei den religiösen deutlich höher, negative Emotionen kamen dagegen seltener vor. Studie Ende Zusammengefasst kann gesagt werden, dass intrinsische Religiosität mit positiven Emotionen bzw. emotionaler Stabilität in Verbindung steht. Dadurch kommt es zu einem besseren Coping-Verhalten, da positive Emotionen negative Gefühle verdrängen, Arousal reduzieren und gedankliche Prozesse beeinflussen können. Doch angemessenes Coping-Verhalten ist nicht nur über positive Emotionen vermittelt, sondern steht auch in Verbindung mit einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung. Darunter versteht man die subjektive Überzeugung, aufgrund der eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. Man geht also davon aus, dass intrinsische Religiosität mit einem Gefühl stärkerer Kontrolle über äußere Einflüsse bzw. Belastungen verbunden ist. Für das Coping-Verhalten bedeutet dies, dass leichte Bewältigungsstrategien entwickelt werden können und vor allem auch die Überzeugung besteht, durch eigenes aktives Handeln etwas gegen die, in Anführungszeichen, Misere ausrichten zu können. Fischer et alii konnten in ihrer zweiten Studie zeigen, dass der Einfluss von Terrorismusgefahr auf die Stimmungslage über Selbstwirksamkeitserwartung vermittelt zu sein scheint. Hohe Terrorgefahr wirkte sich nur bei nichtreligiösen Probanden negativ auf deren Selbstwirksamkeitserwartung aus, nicht aber bei intrinsisch-religiösen Personen. Wurde der Faktor Selbstwirksamkeitserwartung statistisch kontrolliert, so unterschieden sich die beiden Personengruppen nicht mehr. Zwar handelt es sich hierbei um eine Korrelationsstudie, die genaue Ursache-Wirkungszusammenhänge nicht definitiv klären kann, doch es kann dennoch gesagt werden, dass das Coping-Verhalten bei intrinsisch-religiösen Personen stark mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung und positiven Emotionen verbunden ist. Insofern sind sowohl Selbstwirksamkeitserwartung als auch positive Emotionen entscheidende Faktoren in Bezug auf die mentale Gesundheit bei intrinsischer Religiosität. Abschnitt 10.2.2 Terrormanagement Extremsituationen wie terroristische Angriffe sind von der Einzelperson weder vorhersehbar noch kontrollierbar. Der Tod steht daher als Gefahr im Raum. Die Beschäftigung mit dem Tod bzw. die psychische Vergegenwärtigung der eigenen Sterblichkeit wird etwas umständlich als Mortalitätssalienz bezeichnet. Dieses Thema wird von den meisten Religionen aufgegriffen, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Manche entwickeln die Idee von einem Leben nach dem Tod, während andere die irdische Wiedergeburt versprechen. Zudem kann Religion dem jetzigen Leben Bedeutung verleihen. Diese Attribute von Religion reduzieren die Angst vor dem eigenen Tod und können somit als eine Plattform für Coping-Strategien angesehen werden. In der Sozialpsychologie ist dieses Thema das Spezialgebiet der Terrormanagement-Theorie. Terrormanagement-Theorie in Klammern TMT Die Terrormanagement-Theorie oder kurz TMT postuliert, dass sich Menschen durch ihren Selbsterhaltungstrieb und ihre Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung ihrer Sterblichkeit bzw. der Gewissheit des Todes bewusst sind. Dieses Bewusstsein kann Terror auslösen, einen intensiven Angstzustand aufgrund des Wissens um die eigene Sterblichkeit. Um diesen aversiven Zustand abzuwehren, in Klammern und somit ein erfolgreiches Terrormanagement zu betreiben, schlägt die Theorie zwei psychologische Mechanismen vor. Die Aneignung einer kulturellen Weltsicht und die Stärkung der eigenen Selbstachtung bzw. des eigenen Selbstwertgefühls. Eine kulturelle Weltsicht bzw. kulturelle Glaubenssysteme geben der Weltordnung Sinn und Beständigkeit und zwar über die eigene Lebenszeit hinaus. Sie stellen Vorschriften und Standards zur persönlichen Orientierung bereit, anhand derer man ein wertvolles Leben führen kann. Ebenso vermitteln sie die Hoffnung auf Unsterblichkeit, Klammern zum Beispiel durch religiöse Konzepte wie Seele, Himmel oder Nirvana. Wer diese Standards einhält, erfährt Schutz, Sinn und eine Verringerung der eigenen Angst. Eigene Selbstachtung bzw. Stärkung des Selbstwertgefühls Durch das Streben nach den kulturellen Normen werden auch die Selbstachtung und das Selbstwertgefühl gestärkt. Wie andere psychologische Theorien sieht auch die TMT das Streben nach einem positiven Selbstbild als eine fundamentale Motivation an, die dazu beiträgt, Gefahren und auf den Tod bezogene Ängste abzuwehren. Zahlreiche Studien zeigen, dass ein hohes Selbstwertgefühl, in Klammern entweder experimentell induziert oder dispositional bedingt, tatsächlich zu einem geringeren Angst der Leben führt, wenn Menschen an ihre eigene Sterblichkeit erinnert werden. Umgekehrt bewirkt eine hohe Mortalitätssalienz, dass verstärkt Anstrengungen unternommen werden, den eigenen Selbstwert zu stärken, in Klammern zum Beispiel die eigene schlechte Leistung external zu attribuieren, also äußeren Faktoren und nicht sich selbst zuzuschreiben. Insofern kann ein positives Selbstbild bzw. ein hohes Selbstwertgefühl die eigene Angst verringern und auch vor zukünftiger Angst schützen. Neben dem Streben nach kulturellen Normen dient somit auch das Selbstwertgefühl als in Anführungszeichen Angstpuffer bezüglich der eigenen Sterblichkeit. Dann klammern Sie hierzu Abbildung 10.4 im gedruckten Buch. Was hat dies nun mit Mortalitätssalienz bei terroristischen Bedrohungen zu tun? Wie in einer Reihe von Studien gezeigt werden konnte, verstärkt Mortalitätssalienz das Bemühen, eigene Glaubenssätze aufrecht zu erhalten und die Selbstachtung zu stärken. Menschen investieren sozusagen psychologisch in eine wörtliche, in Klammern religiöser Glaube an ein ewiges Leben oder symbolische Unsterblichkeit, in Klammern kulturelles Erbe wie Kunst, Musik etc., um die eigenen Ängste abzubauen. Dies bezeichnet man auch als Worldview Defense, also wörtlich übersetzt die Verteidigung der eigenen Weltsicht. Ist Mortalitätssalienz hoch, in Klammern zum Beispiel wenn die Probanden an ihren eigenen Tod denken oder an Terroranschläge wie den 9. September erinnert werden, so betrachtet man beispielsweise andere positiver, die im Einklang mit den, in Klammern eigenen, kulturellen Normen leben und diejenigen negativer, die diese Normen missachten. Auch das eigene Verhalten ist stärker an kulturellen Normen orientiert, was sich zum Beispiel in erhöhter Toleranz, Fairness oder Großzügigkeit gegenüber anderen zeigen kann. Von Terrormanagement zur Religion. Wir wissen nun, dass die kulturelle Weltsicht in der TMT als ein wichtiger Baustein zur Bewältigung von Ängsten, die mit dem Tod verbunden sind, angesehen wird. Religion stellt selbst eine Grundlage für kulturelle Glaubenssätze da, indem sie Regeln bzw. Werte zur Orientierung vorgibt, wichtig bei der Sinngebung ist und, als wohl wichtigsten Punkt, den Glauben an ein Leben nach dem Tod vermittelt. Insofern übernimmt Religion eine Schutzfunktion im Umgang mit der Angst vor dem Tod. Aber wie kann man das messen? Hierzu der Exkurs. Messung von Worldview Defense in der TMT. Exkursstart. Messung von Worldview Defense in der TMT. Eine zentrale Annahme der TMT ist also, dass hohe Mortalitätsallienz die indirekte Angstabwehr fördert mittels Investitionen in die eigene kulturelle Weltsicht bzw. die eigene Selbstachtung. Beide diese Mechanismen schützen folglich vor Todesängsten. Um diese Annahme zu überprüfen, beruft sich die TMT auf folgende Überlegung. Schützt ein psychologischer Mechanismus in kulturelle Weltsicht Selbstverhalt tatsächlich vor Todesängsten, so sollte er bei Gedanken an die Sterblichkeit auch verstärkt aktiviert werden. Sprich, unter Mortalitätsallienz sollten verstärkt Investitionen in die kulturelle Weltsicht bzw. den eigenen Selbstwert unternommen werden. Für die Forschung zur TMT stellen diese Investitionen daher entscheidende Messvariablen dar. So wird beispielsweise untersucht, wie stark sich Menschen dafür einsetzen, die Weltsicht ihrer eigenen Kultur aufrecht zu erhalten. Als abhängige Variable wird also das Ausmaß der Verteidigung der eigenen Weltsicht verwendet. In amerikanischen Studien wird dies zum Beispiel gemessen, indem, in Klammern amerikanische, versucht Personen zwei Aufsätze bewerten, die entweder positive oder negative Ansichten über Amerikaner enthalten. Je größer der Bewertungsunterschied zugunsten des proamerikanischen Aufsatzes ausfällt, desto stärker ist die Verteidigung der eigenen Weltsicht, da die eigene Kultur ja stärker verteidigt wurde. Es muss jedoch beachtet werden, dass dieses Paradigma kein universelles Paradigma zur Hypothesentestung darstellt, da es inhaltlich auf den amerikanischen Kulturraum beschränkt ist. Vermutlich würden die wenigsten europäischen und weniger patriotischen Personen durch die bessere Bewertung eines proamerikanischen Aufsatzes ihre Angst vor dem Tod abmildern können. Exkurs Ende. In der Tat konnten Studien eine negative Korrelation zwischen Religiosität und den eigenen Sorgen über den Tod zeigen. Dies spiegelt sich auch im beobachteten Verhalten nach induzierter Mortalitätssalienz wieder. Normalerweise löst diese eine Verteidigung der kulturellen Weltsicht und, damit verbunden, ein Streben nach Selbstachtung aus. Bei Personen, die an ein Leben nach dem Tod glauben, ist dieser Effekt aber abgeschwächt. Und, noch spezifischer, bei der Unterscheidung zwischen Personen mit hoher versus niedriger intrinsischer Religiosität zeigten nur Letztere eine starke Verteidigung der eigenen Weltsicht, in Klammern gemessen als asymmetrische Informationsbewertung zugunsten ihrer eigenen Haltung. Stattdessen bewerteten Personen, die zuvor auf der Religiositätsskala, in Klammern deutsche Übersetzung der Religious Orientation Scale, eine hohe Ausprägung an intrinsischer Religiosität aufwiesen, die gezeigten Informationen ausgewogen. Bei ihnen war keine Notwendigkeit gegeben, todesbezogene Ängste durch Investitionen in eigene kulturelle Werte abzubauen. Interessanterweise tritt dieser Effekt nur bei einer hohen Mortalitätsallienz, in Klammern hier, direkt nach den Terroranschlägen in Istanbul im Jahre 2003 auf. Ist diese dagegen gering, in Klammern acht Tage verzögert, unterscheiden sich beide Gruppen nicht und zeigen eine leichte Tendenz zu einer Bevorzugung ihrer Sichtweise. Warum erleichtert Religiosität das Terrormanagement? Die Befundlage spricht dafür, dass Religiosität vor Sorgen, die den Tod betreffend schützt. Dies sieht man daran, dass das Bedürfnis zur Verteidigung der eigenen Weltsicht reduziert ist. Warum ist dies so, beziehungsweise welcher psychologische Prozess bewirkt diesen Effekt? Zunächst einmal ist es wichtig, wieder zwischen intrinsischer und extrinsischer Religiosität zu unterscheiden. Fischer et alii konnten in mehreren Studien zeigen, dass ausschließlich intrinsische Religiosität das Terrormanagement erleichtert, nicht jedoch die extrinsische Form. Hier kam es bei hoher Mortalitätsallienz zu einer verstärkten Verteidigung der eigenen Weltsicht, was bedeutet, dass ein innerer Terror vorhanden gewesen sein musste. In Klammern darüber hinaus erbrachten Untersuchungen, die keine Trennung der beiden Komponenten intrinsisch und extrinsisch vornahmen, keine signifikanten Ergebnisse. Diese Befunde sind gut im Kontext der TMT zu erklären, da nur intrinsische Religiosität stark mit religiösen Werten verbunden ist, die für die Betreffenden bedeutend sind und die auf qualitative Weise ein haltgebendes Glaubenssystem darstellen. Dagegen fällt diese Weltsichtkomponente bei den extrinsisch Motivierten weg, da bei ihnen Religiosität vorwiegend eine Nützlichkeitsfunktion hat und auch eher quantitativer Natur ist. Es scheint, dass dieser Unterschied, der die Qualität und Tiefe der Religiosität betrifft, entscheidend für die unterschiedlichen Befunde ist. Doch wie kommt dieser Effekt zustande? Ist die Angst vor dem Tod, in Klammern aktiviert durch hohe Mortalitätsallienz, bei intrinsisch-religiösen Personen weniger stark ausgeprägt, sodass sie gar keine Veranlassung zu einer Worldview-Defense sehen? Oder verfügen sie einfach über bessere Coping-Strategien im Umgang mit ihrer Angst? Grundsätzlich wenden sich Menschen in Krisensituationen oft zu ihrer Religion hin. Auf der Suche nach Antworten beten sie und hoffen auf göttliche Hilfe. Sie bekennen sich also zu ihrer Religion, um die jeweilige Situation und damit verbundenen Stress bewältigen zu können. Dies ist auch im Kontext von Terrorismus zu beobachten. Beispielsweise stieg die Anzahl der Kirchenbesuche direkt nach den Anschlägen vom 11. September kurzzeitig rapide an. Dass tatsächlich die Bezeugung des Glaubens bzw. die persönliche Bestätigung desselben für diesen Effekt entscheidend ist, konnten Jonas und Fischer im Jahr 2006 zeigen. Studie Bezeugung des Glaubens verhindert Worldview-Defense bei hoher intrinsischer Religiosität. Unter dem Vorwand verschiedene Aspekte der Person wie Persönlichkeit, religiöse Orientierung oder allgemeine Einstellung zu erfragen, bekamen die Versuchspersonen zunächst ein Paket an diversen Fragebögen ausgehändigt. Die eine Hälfte der Versuchspersonen sollte dabei zuerst die Skala zur intrinsischen bzw. extrinsischen Religiosität ausfüllen. Im Anschluss daran wurde bei diesen Versuchspersonen entweder Mortalitätssalienz erzeugt oder nicht. Hierzu wurde die eine Gruppe aufgefordert, ihre Gedanken aufzuschreiben, die sie haben, wenn sie an ihren eigenen Tod denken. Die Kontrollgruppe sollte ebenfalls ihre Gedanken benennen, allerdings bezogen auf einen Zahnarztbesuch. Nach dieser Manipulation erfolgte die Messung der abhängigen Variable, in Klammern also das Ausmaß der Verteidigung der eigenen Weltsicht. Hierbei sollten die Versuchspersonen anhand verschiedener Kriterien zwei Aufsätze zur Wohnqualität ihrer eigenen Stadt bewerten. Davon waren in einem Aufsatz die positiven Aspekte der eigenen Stadt zentral. Der andere Aufsatz fokussierte dagegen auf alle negativen Seiten der Heimatstadt. Als abhängiges Maß wurde nun die Differenz der Bewertungen des Pro-Heimatstadt-Aufsatzes und des Kontra-Heimatstadt-Aufsatzes erhoben. Diejenigen Versuchspersonen, die die Religiositätsskala nicht zu Beginn ausgefüllt hatten, taten dies nun nach Messung der abhängigen Variablen, also ganz zum Schluss der Fragebögen. Alles andere war bei dieser Gruppe identisch, also bei einer Hälfte wurde zuvor Mortalitätssalienz induziert, bei der anderen nicht. Als Ergebnis zeigte sich, dass es einen Unterschied hinsichtlich der Aufsatzbewertung machte, ob die Religiositätsskala ganz zu Beginn oder am Ende der Untersuchung ausgefüllt wurde. Von denjenigen Personen mit hoher intrinsischer Religiosität kam es nur bei denjenigen zu einer starken Bevorzugung der eigenen Sichtweise, in Klammern einer starken Verteidigung der eigenen Weltsicht, die die Religiositätsskala nach Messung der AV ausgefüllt hatten. Bei der anderen Gruppe blieb der Effekt aus. Somit bewahrte eine hohe intrinsische Religiosität nicht automatisch vor einer Verteidigung der eigenen Weltsicht bzw. dient umgekehrt als Schutzfaktor. Dies war nur bei denjenigen Personen der Fall, die ihre hohe intrinsische Religiosität vor Messung der AV bekunden konnten. Entscheidend für ein erfolgreiches Coping ist also die vorherige Bekräftigung des eigenen Glaubens. Studie Ende. Insofern kann also nicht angenommen werden, dass Menschen mit hoher intrinsischer Religiosität grundsätzlich über bessere Coping-Strategien verfügen und dadurch mit Mortalitätssalienz besser zurechtkommen. Sonst hätte der Zeitpunkt des Ausfüllens der Skala keinen Einfluss gehabt. Stattdessen fanden Jonas und Fischer in einer weiteren Studie, dass Menschen mit hoher intrinsischer Religiosität nach induzierter Mortalitätssalienz seltener an den Tod denken als Menschen mit einer niedrigen intrinsischen Religiosität. Zusammengenommen weist dies darauf hin, dass eine aktive Bezeugung des eigenen Glaubens, z.B. durch entsprechende Handlungen, die Angst vor dem Tod verringern kann und folglich auch weniger Gedanken daran geknüpft sind. Wenn wir also intrinsisch-religiös sind und uns dies, beispielsweise durch das Ausfüllen einer entsprechenden Religiositätsskala, bewusst ist, dann empfinden wir in Situationen, die todesbezogene Ängste auslösen können, in Klammern Terrorismus, experimentelle Induktion von Mortalitätssalienz etc. weniger Angst. Als Folge besteht natürlich nur eine geringere Notwendigkeit, ein Weg zum Umgang mit dieser Angst. Abschnitt 10.3 Religion doch nicht nur als The Bright Side of Life Bisher haben wir uns mit Religion im Kontext von psychischer Gesundheit bzw. bei terroristischer Gefahr auseinandergesetzt. Daneben ist Religion in der Sozialpsychologie aber auch relevant im Zusammenhang mit sozialer Identität und dem Thema Gruppen. So kann natürlich auch eine religiöse Glaubensgemeinschaft als eine Gruppe angesehen werden, deren Mitglieder ähnliche metaphysische Überzeugungen haben und somit derselben sozialen Kategorie angehören. Wie wir von der Theorie der sozialen Identität wissen, fördert die Identifikation mit einer Gruppe das Selbstbewusstsein und stärkt das Selbstwertgefühl. Gleiches kann daher auch für Gruppen angenommen werden, die sich aufgrund ähnlicher religiöser Überzeugungen gebildet haben. Im Gegensatz zu anderen Gruppen oder sozialen Netzwerken scheint Religiosität hierbei aber eine besondere Rolle zu spielen, da sie besonders auch im Umgang mit schwierigen Belastungssituationen eine wichtige Stütze sein kann. Bis zu dieser Stelle ist noch der positive Aspekt von Religiosität angesprochen, den wir uns in diesem Kapitel hauptsächlich zugewandt haben. Doch wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten und genauso kann, in Klammern intrinsische, Religiosität bzw. religiöse Identität in diesem Kontext auch mit negativen Folgen verbunden sein. Abschnitt 10.3.1 Religion im Gruppenkontext Abwertung der Fremdgruppe Eine starke Identifikation mit der eigenen Religionsgemeinschaft kann dazu führen, dass man nur seine Glaubensrichtung als die einzig wahre anerkennt, die eigene Glaubensgemeinschaft daher aufwertet und andere Religionen bzw. religiöse Gruppen abwertet. Dies kann wiederum stark mit Vorurteilen behaftet sein. Beispielsweise untersuchten Fischer, Greitemeier und Kastenmüller das Auftreten verschiedener impliziter Annahmen, die Christen gegenüber Muslimen haben. Zum Beispiel die Annahme, dass die intrinsische Religiosität bei Muslimen höher ist, dass sich Muslime stärker mit ihrer Religion identifizieren, dass sie generell aggressiver seien und daher auch eher terroristische Handlungen akzeptierten. Es zeigte sich allerdings, dass sich Christen und Muslime lediglich in Bezug auf ihre religiöse Identität unterschieden. Diese war bei Muslimen stärker ausgeprägt. In den übrigen Bereichen gab es keine Unterschiede. In anderen Worten, viele Christen hatten bestimmte, zum Teil negative Erwartungen an Personen mit muslimischem Glauben, die so aber in einer muslimischen Stichprobe überhaupt nicht anzutreffen waren. Dass Religiosität im sozialen Umgang mit anderen, in Klammern bzw. anders Denkenden, durchaus auch negative Auswirkungen haben kann, ist auch an religiös-politisch motivierten Konflikten zu sehen. In Klammern von den Kreuzzügen über den 30-jährigen Krieg bis hin zur konfessionellen Spaltung von Nordirland oder auch an eingeschränkter Hilfeleistung intrinsisch-religiöse Menschen gegenüber Personen, die andere Werte verfolgen bzw. kulturell bedingt einer Fremdgruppe angehören. In Klammern höhere Hilfeleistung gegenüber Obdachlosen als gegenüber Immigranten. Insofern kann Religiosität also mit enormen Vorurteilen gegenüber der Fremdgruppe verbunden sein, was bereits Alport wie folgt ausdrückte. Er spielt damit auf die zweischneidige Rolle von Religiosität an, die innerhalb der eigenen Gruppe positiv, in Klammern prosozial und altruistisch, gegenüber der Fremdgruppe jedoch mit negativen Aspekten und eben Vorurteilen behaftet sein kann. Viele neuere Arbeiten bestätigen diesen Befund, indem sie zeigen, dass religiöses Priming, in Klammern zum Beispiel religiöse versus neutrale Worte neben prosozialen Verhaltensweisen auch Vorurteile gegenüber einer religiösen Fremdgruppe fördern können. Abschnitt 10.3.2 Religiöser Terrorismus und Fundamentalismus Da religiöse Unterschiede zwischen Gruppen teilweise mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft einhergehen, bleiben Vorurteile oft nicht auf den Bereich Religion beschränkt, sondern weiten sich auf die ethnische Herkunft aus. In ihrer Meta-Analyse fanden Hall et al. jeweils einen positiven Zusammenhang zwischen religiöser Identität, extrinsischer Religiosität, religiösem Fundamentalismus und Rassismus. In Klammern dagegen konnte keine positive Korrelation zwischen intrinsischer Religiosität und Rassismus nachgewiesen werden. Speziell der religiöse Fundamentalismus ist hierbei zentral und spielt besonders auch in Verbindung mit Terrorismus eine wichtige Rolle. Grundsätzlich steht er in Zusammenhang mit Gewalt und nicht selten auch mit Selbstaufopferung bzw. Selbstmordattentaten. Bedeutende Beispiele sind vor diesem Hintergrund der Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 oder auch die Zuganschläge in Madrid am 11. März 2004. Insofern kann Religiosität in extremer Form auch zum Märtyrertum und Aufopferung für die eigene religiöse Glaubensgemeinschaft führen. Eine mögliche Ursache hierfür sehen Brandt und Rayner darin, dass Fundamentalismus gewisse Ideologien, Glaubenssätze, Regeln und dadurch bedingt Sicherheit und Kontrolle bereitstellt. Werden diese Strukturen bedroht, so kann die ursprüngliche Sicherheit durch Abwertung bzw. Diskriminierung der Fremdgruppe wiederhergestellt werden. Dann klammern sie auch Altmaier und Hunsberger aus dem Jahre 2005. Bei den Stichworten Bedrohung persönlich wichtiger Werte und Normen sowie Schutzmechanismen zur Verteidigung dieser fällt vermutlich die Ähnlichkeit zur Terrormanagement-Theorie auf. Interessanterweise konnten Pichinsky et al. zeigen, dass Mortalitätssalienz die Absicht zur Selbstaufopferung im religiösen Kontext erhöht. Insofern könnten Märtyrertum bzw. Selbstmordattentate im Sinne der TMT eine Verteidigung der eigenen kulturellen bzw. religiösen Weltsicht bedeuten. Abschnitt 10.3.3 Berufung auf religiöse Schriften Zuschreibung von Autorität auf geistliche Texte Die Schattenseite der Religion ist aber nicht begrenzt auf den Fundamentalismus und die Intergruppenbeziehungen. Es ist ein generelles Merkmal der intrinsischen Religiosität, dass den sakralen Texten hohe Autorität zugeschrieben wird. So kann, und die Bibel hat doch recht, das Motto des intrinsisch-religiösen Christen sein. Psychologen vermuten daher, dass diese zugeschriebene Autorität das menschliche Verhalten im Guten sowie im Bösen beeinflussen kann. Studie Der Effekt biblischer Gewalt auf aggressives Verhalten Bushman, Rich, Daski und Basseth beschäftigten sich in ihrer Arbeit mit dieser Schattenseite. Sie fragten sich, ob das Lesen eines Textes über Gewalt Menschen aggressiver macht, wenn sie den Text der Bibel und nicht einer anderen Quelle zuschreiben. Bushman und Kollegen wählten eine Geschichte, die einen blutigen Rachefeldzug der Israeliten gegen die Bewohner einer ihrer eigenen Städte, in Klammern Gibeah, in der Region Benjamin beschreibt. Den Versuchspersonen wurde entweder erklärt, dass die Geschichte in der Bibel zu finden sei, in Klammern was stimmt, oder dass sie einer anderen archäologischen Quelle entstamme. Im Anschluss daran nahmen die Versuchspersonen an einem wettbewerbsbetonten Reaktionszeitexperiment teil, worin sie ihre Partner ohrenbetäubendem Lärm aussetzen konnten. Gemessen wurde die gewählte Lautstärke, die als ein konventionelles Maß von Aggression gilt. Die Befunde zeigten eine höhere Lautstärke in der Gruppe, die die Bibel als Textquelle annahm. Allerdings traf dies nur für diejenigen Versuchspersonen zu, die Angaben an die Bibel zu glauben. Studie Ende Abschnitt 10.3.4 Aggression gegenüber Gott Das aggressive Potenzial der Religion kann sich auch gegen Gott selbst richten. Dies zeigt sich schon in der biblischen Geschichte des EJOP, in Klammern Altes Testament. Als ein stets gottestreuer und aufrichtiger Mann wird EJOP auf Vorschlag des Satans auf die Probe gestellt. Bleibt sein Vertrauen in Gott unerschüttert, auch wenn er großes Leid erfährt? Gott lässt zu, dass EJOP seinen gesamten Besitz sowie seine zehn Kinder verliert und darüber hinaus an einem bösartigen Geschwür erkrankt. EJOP erträgt sein Schicksal, doch schließlich verliert auch er irgendwann die Geduld und fordert Gott in einem Streitgespräch heraus. Er macht ihn für sein Leiden verantwortlich und schiebt es auf dessen Willkür, dass er sich selbst nichts vorzuwerfen hat, weswegen man ihn mit all diesen Schicksalsschlägen bestrafen sollte. EJOPs Ärger ist also direkt gegen Gott gerichtet. X-Line, Park, Smith und Carrie haben diesen EJOP-Effekt an Menschen der Jetztzeit nachgewiesen. Zwei Befunde sind dabei von besonderem psychologischem Interesse. Zunächst zeigten sie, dass die Ärgerreaktion anthropomorphisch ist, das heißt Menschen reagieren auf Gott wie auf einen anderen Menschen, der sie ärgerlich macht. Zusätzlich ist auch der zentrale Attributionsprozess der gleiche. Eine negative oder schmerzhafte Erfahrung wird auf eine absichtliche Intervention zurückgeführt. Der resultierende Ärger trägt zur Depression bei und ist der Genesung abträglich. Genauso wie das beim Ärger über andere Menschen der Fall ist. Abschnitt 10.4 Abschließende Überlegungen Trotz dieser Dark Side of Religion bleibt zu sagen, dass intrinsischer Religiosität speziell im Rahmen der physischen und psychischen Gesundheit eine bedeutende Rolle zukommt. So kann religiöse Überzeugung besonders bei geringer internaler und externaler Kontrolle den Umgang mit der eigenen Unsicherheit und Angst erleichtern. Zudem scheint intrinsische Religiosität auch mit weiteren positiven Aspekten verbunden zu sein, wie etwa prosozialem Verhalten oder einem geringeren Empfinden von Ärger und Aggression bedingt durch Beten. Es muss allerdings stets berücksichtigt werden, dass Religion selbst mehrdimensional ist, sich aus verschiedenen Aspekten zusammensetzt und dass die Unterteilung in extrinsische versus intrinsische Religiosität nur einen Versuch darstellt, Religion empirisch zu messen. Abgesehen davon ist fraglich, ob intrinsische Religiosität ein kulturübergreifendes Maß sein kann. Fischer, Greitemeier und Karstenmüller fanden nämlich Unterschiede in der Ausprägung intrinsischer Religiosität zwischen orthodoxen Christen, deutschen Christen und Muslimen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich religiöse Orientierungen auch in ihren Coping-Verhalten unterscheiden. Pargament beschreibt, dass Katholiken bevorzugt Belastungssituationen bewältigen können, die kontrollierbar sind, während Protestanten in unkontrollierbaren Stresssituationen ein besseres Coping-Verhalten zeigen. Zukünftige Forschung sollte sich daher auch diesen Aspekten zuwenden und verstärkt mit experimenteller Herangehensweise versuchen, die sozialpsychologisch relevanten Aspekte von Religion weiter zu klären. Ein weiterer Punkt ist, dass wir mit der intrinsischen Religiosität die tiefsten Überzeugungen des Individuums betont haben. Es soll aber daran erinnert werden, dass es eine zweite Richtung der psychologischen Forschung gibt, die sich verstärkt am sozialen Verhalten, vor allem im Kontext von Gruppen orientiert. Diese Forschungsrichtung wurde von Emil Dürkheims klassischen Arbeiten inspiriert. Graham und Hyde haben unlängst die Thesen dieser Richtung anschaulich zusammengefasst. Sie stellen darin das Verhalten des Individuums in den Vordergrund. Zentral ist, was das Individuum tut, gemeinsam mit anderen, nicht was es glaubt. Dabei verwenden sie das Bild von Gott als einem Maibaum, wobei das gemeinsame Sitzen und Beten analog zum Maibaum-Tanz betrachtet werden kann. Diese funktionale Theorie ist von besonderem Interesse, weil sie Alports Rätsel erklären kann. Wie kann Religion gleichzeitig eine helle und eine dunkle Seite haben? Graham und Hyde vermuten, dass die Religion dadurch, dass sie das Verhalten der Menschen innerhalb einer Gruppe standardisiert und koordiniert, eine, in Anführungszeichen, moralische Gemeinschaft schafft. Diese Gemeinschaft muss Grenzen haben, was bedeutet, dass andere Gruppen oder Gemeinschaften außerhalb der eigenen liegen und leicht zu einem Objekt von Gier, Neid oder Rache werden können. Kapitel 11 Soziale Dilemmata Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Macht ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. In Klammern Friedrich Schiller über die ästhetische Erziehung des Menschen. 15. Brief Abschnitt 11.1 Vom Urteilen über das Entscheiden zum strategischen Handeln Stellen Sie sich vor, Sie müssten für eines Ihrer Seminare bei einer Gruppenarbeit mitwirken. Der Arbeitsauftrag widerstrebt Ihnen, da Sie sehr im Stress sind und nicht wissen, wie Sie das zeitlich noch schaffen könnten. Ihr vorrangiges Interesse besteht darin, möglichst wenig Zeit in die Arbeit zu investieren. Gleichzeitig hoffen Sie darauf, dass Ihre Kommilitonen fleißig sind und möglicherweise Ihren Teil der Arbeit mit übernehmen. Dummerweise geht es diesen jedoch ähnlich, und auch Sie spekulieren darauf, selbst wenig leisten zu müssen und durch die Gruppe getragen zu werden. Was nun? Wie würden Sie sich verhalten? Würden Sie sich von der Arbeit fernhalten, auch auf die Gefahr hin, dass dies alle so handhaben und Sie alle am Ende nichts vorweisen können, bzw. eine schlechte Note bekommen? Oder würden Sie in den sauren Apfel beißen, eigene Interessen zurückstecken, um dadurch dem Wohl der Gruppe zu dienen? Um diese Frage zu beantworten, können Sie nun kritisch in sich gehen. Oder aber Sie nehmen dies lediglich als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen, die mit diesem Beispiel zusammenhängen und lesen weiter. Schon wieder ein Problem. Sie sehen, wir sind bereits mitten in der Thematik des Urteilens und Entscheidens und haben das Wesen des sozialen Dilemmas aufgespürt. Abschnitt 11.1 Aspekte des Urteilens Erinnern wir uns an die sozialpsychologischen Grundlagen des Urteilens und Entscheidens. Eine einfache Urteilsituation ist dann gegeben, wenn eine objektiv messbare Menge geschätzt wird. Was ist beispielsweise das Bruttosozialprodukt von Bangladesch? Oder wie viel Packeis ist noch auf Grönland zu finden? Bei solchen Urteilen fungiert die urteilende Person als Messinstrument und die Frage der Schätzgenauigkeit kann objektiv beantwortet werden. Eine für die Sozialpsychologie typischere Situation entsteht, wenn die urteilende Person eine Größe oder Menge subjektiv bewertet. Beispielsweise, wenn ich eine Einschätzung darüber treffe, wie glücklich mich ein Rendezvous mit Scarlett Johansson bzw. George Clooney machen würde. Oder wie hoch meine Freude bei einem Gewinn von 100.000 Euro wäre. Wie viel Zufriedenheit würde ich empfinden, wenn eine ungeliebte Fußballmannschaft ein Endspiel verliere. Bei derartigen Urteilen ist Genauigkeit nicht von Interesse, da sie nicht quantifizierbar ist. Es gibt kein richtig oder falsch. Vielmehr zählt die Konsistenz, d.h. die Widerspruchsfreiheit der Urteile. Definition. Urteilen bedeutet, eine Einschätzung zu treffen. Die Einschätzung kann sich dabei auf eine objektiv messbare Menge beziehen, in Klammern quantitatives Urteil oder auf eine subjektive Größe. Subjektive Einschätzungen können weder richtig noch falsch sein. Definition Ende. Abschnitt 11.1.2 Aspekte des Entscheidens Die gleiche Frage stellt sich bei Entscheidungen. Entscheiden bedeutet wählen. Ein Lotterielos zu kaufen oder eine Versicherungspolice abzuschließen heißt daher, entweder einen sicheren Verlust zu akzeptieren in der Hoffnung, einen großen Gewinn zu machen, in Klammern Lotterie, oder einen katastrophalen Verlust zu vermeiden, in Klammern Versicherung. Mit Scarlett Johansson auszugehen und Jessica Biel sitzen zu lassen, ein Klammern ein offensichtlich rein theoretisches Beispiel, stellt ebenfalls eine Wahl dar. Die eine Alternative zu wählen heißt gleichzeitig, die andere zu meiden bzw. aufzugeben. Verschiedene Varianten von Nutzentheorien beschreiben, wie Menschen Entscheidungen treffen. Die zentrale Idee ist, dass Menschen jede mögliche Handlung, Klammern und ihre Konsequenzen bewerten und die Wahrscheinlichkeit dafür schätzen, mit der diese Konsequenzen eintreten werden. Sie wählen dann diejenige Handlungsalternative, die den größten Nutzen bringt, wobei sich der Nutzen als das Produkt von subjektivem Wert und Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Handlungsalternative berechnet. Bei einfachen Entscheidungen dieser Art braucht man nur seine eigenen Werturteile, in Klammern Präferenzen und Wahrscheinlichkeitsschätzungen zu berücksichtigen, in Klammern sie hierzu Abbildung 11.1 im gedruckten Buch. Definition. Entscheiden bedeutet, eine Auswahl aus mindestens zwei Alternativen zu treffen. Mit der Wahl der einen Alternative wird gleichzeitig die andere Option vernachlässigt bzw. aufgegeben. Definition Ende. Sozialer Kontext und einfache Entscheidungen. Im sozialen Feld gestalten sich die Dinge meist komplizierter. Die Konsequenzen hängen oft nicht nur von unseren eigenen Entscheidungen ab, sondern auch von den Entscheidungen anderer. Nehmen wir ein relativ simples Koordinationsproblem. Die Personen A und B dürfen jeweils eine Münze auf den Tisch legen. Wenn beide die Münze so legen, dass sie Kopf zeigt, erhalten beide 10 Euro. In den übrigen Fällen gehen sie leer aus. Person A bzw. Spieler A, denn derartige Entscheidungsszenarien werden von der sogenannten Spieltheorie behandelt, kann den Preis nicht aus eigener Kraft gewinnen. Hierzu sind sowohl die Koordination mit Spieler B als auch ein strategisches Handeln des Spielers notwendig. Im einfachsten Fall denkt Spieler A, dass er Kopf wählen muss, da dies eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung ist, den Preis zu erhalten. Darüber hinaus mag Spieler A auch Mutmaßungen darüber anstellen, welche Strategie Spieler B fahren wird. Dabei geht die Spieltheorie davon aus, dass beide Spieler rational sind und auch voneinander wissen, dass sie sich rational verhalten. Mit rational ist dabei gemeint, dass die Spieler versuchen werden, den maximalen Gewinn zu erzielen. Sprich, sie werden auf jeden Fall Kopf wählen, da sie nur so zu Geld kommen. Wenn dies beide Spieler tun, so ist da ein Equilibrium in Klammern Gleichgewicht erreicht. Der Nutzen ist für beide Spieler maximal und kein Spieler kann seine Situation in Klammern seinen individuellen Nutzen durch einseitiges Wechseln der Strategie verbessern. Sozialer Kontext und schwierige Entscheidungen. Die Lage wird komplizierter, wenn die Spieler die 10 Euro bereits dann gewinnen können, wenn sie auf die gleiche Seite der Münze setzen, wenn sich also entweder beide Spieler für Kopf oder beide für Zahl entscheiden. Setzen sie auf verschiedene Seiten, so erhalten sie keine Belohnung. Dieses Koordinationsspiel hat zwei Equilibria, nämlich Kopf-Kopf und Zahl-Zahl. Dennoch weiß der rationale Spieler nicht, was er tun soll und muss daher auf eine Mischstrategie zurückgreifen. Er muss sozusagen sprichwörtlich die Münze im Kopf werfen, um dann mit der Ratewahrscheinlichkeit von 50% auf Kopf zu setzen. Davon ausgehend, dass der andere Spieler das gleiche tut, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Koordination bei 50%. Abschnitt 11.2 Soziale Dilemmata Diese beiden Beispiele lassen bereits erahnen, wie wichtig der soziale Bezugsrahmen für das Entscheidungsverhalten ist. Durch den sozialen Kontext kommen zu den eigenen Interessen auch diejenigen der anderen Menschen hinzu. Daraus können sich komplexe Situationen und Problemstellungen ergeben, die zu keiner Lösung führen. Es kommt zu einem sozialen Dilemma. Die Spieltheorie beschreibt eine Vielzahl solcher Dilemmata, indem sie versucht, die jeweiligen sozialen Problemstellungen in Spielen darzustellen. Im Folgenden möchten wir nun auf einige wichtige Dilemmata eingehen. Definition Ein soziales Dilemma besteht dann, wenn individuelles, rationales Handeln zu kollektiven Konsequenzen führt, die jeder einzelne ablehnt. Die Verfolgung des individuellen Nutzens steht also im Widerspruch zum Wohl der Allgemeinheit. Definition Ende Abschnitt 11.2.1 Gefangenen-Dilemma Das bekannteste Spiel ist das Gefangenen-Dilemma, in Klammern Prisoner's Dilemma. Das folgende klassische Beispiel soll die Situation verdeutlichen. Beispiel Prisoner's Dilemma Game Wegen eines Verbrechens wurden zwei Verdächtige verhaftet und in getrennte Zellen gesperrt. Der Staatsanwalt bietet ihnen getrennt voneinander folgenden Handel an. Für ein Geständnis des mutmaßlichen Kapitalverbrechens gibt es ein Jahr Haft, sofern der andere nicht gesteht. Gestehen beide, so liegt ihre Strafe jeweils bei zehn Jahren Haft. Schweigt die Person, muss sie mit fünf Jahren Gefängnis rechnen, falls der andere Verdächtige auch schweigt, beziehungsweise mit 20 Jahren, falls dieser gesteht. Diese Situation stellt ein Dilemma dar, weil zwei rationale Entscheidungen zu einem schlechten Ergebnis führen. Wären beide Spieler irrational, so würden sie beide schweigen und damit ein besseres Ergebnis erzielen, in Klammern nur fünf Jahre Haft per Kapita. Beispiel Ende Die traditionelle Spieltheorie besagt, dass Spieler diejenige Strategie wählen, die zu einem Äquilibrium führt. Im Gefangenen-Dilemma ist das Äquilibrium gegeben, wenn beide gestehen, in Klammern jeweils zehn Jahre. Würde ein Gefangener einseitig widerrufen, verdoppelte sich die Haftzeit. Jeder Spieler kann leicht sehen, dass ein Geständnis zu einem besseren Resultat führt, ganz egal, wie sich der andere Spieler verhält. Im spieltheoretischen Jargon ist das Geständnis ein Akt des Desertierens, in Klammern das heißt, man fällt dem anderen Spieler in den Rücken, während das Schweigen der Kooperation gleichkommt. Vom Standpunkt des Kollektivs der beiden Gefangenen wäre die erfolgreiche Koordination natürlich am besten oder effizientesten. In diesem Beispiel wäre die Summe der Haftzeiten zehn Jahre, wohingegen die beiden rationalen Deserteure insgesamt 20 Jahre absitzen würden. Das Dilemma besteht also darin, dass sowohl die Gruppe als auch der Einzelne besser dastehen würden, wenn sie sich koordinieren bzw. untereinander absprechen könnten. Man würde vermuten, dass jeder, an einer Kooperation interessiert sei, da sich, wie bereits gesagt, auch der Einzelne in einer Gruppe von Kooperierenden besser tut als in einer Gruppe von Deserteuren. Doch diese theoretische Überlegung trifft in der Praxis nicht immer zu. Warum? Die Antwort liegt in der Versuchung. Wenn der andere oder alle anderen kooperiert, kann der individuelle Deserteur am meisten gewinnen. In unserem Beispiel lockt ihn also die Aussicht darauf, nur ein Jahr hinter Gittern zu verbringen. Diese Versuchung ist auch als das sogenannte Trittbrettfahrerproblem in Klammern Freeriderproblem bekannt. Für klassische Spieltheoretiker ist der Fall klar. Alle rationalen Akteure desertieren. Das Resultat mag zwar bedauerlich sein, aber den mathematisch Gesinnten ist dies egal. Es ist, wie es ist. Orthodoxen Spieltheoretikern kommen die Sorgenfalten erst im Angesicht der empirischen Befundlage. In Experimenten, die nach dem Gefangenen-Dilemma konzipiert sind, kooperieren fast die Hälfte der Versuchspersonen. Etwa die Hälfte dieser Kooperierenden wird von Deserteuren ausgebeutet, während die andere Hälfte mit anderen Kooperierenden zu gutem Erfolg kommt. Wie sich dies erklären lässt, ist das Thema eines späteren Abschnittes. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Vielfältigkeit sozialer Dilemmata. Das Gefangenen-Dilemma kann als eine einfache finanzielle Transaktion umschrieben werden. Nehmen wir an, jeder von zwei Spielern, in Klammern du und ich, hat 10 Euro zur Verfügung. Laut Vorgabe besteht nun eine Möglichkeit darin, das Geld dem anderen Mitspieler zu geben, in Klammern Kooperation. In diesem Fall würde sich der Betrag verdoppeln. Der andere Weg besteht darin, das Geld für sich zu behalten, in Klammern desertieren, Verrat. Daraus ergeben sich vier Möglichkeiten, die für mich mit jeweils unterschiedlichen Geldbeträgen verbunden sind. Nur ich kooperiere, in Klammern 0 Euro. Wir beide kooperieren, 20 Euro. Nur ich desertiere, 30 Euro. Wir beide desertieren, 10 Euro. Diese Form des Spiels bezeichnet man als Gib-was-Dilemma. Jeder Einzelne ist versucht, nicht zu geben, während das kollektive Wohl durch die Kooperation vieler Individuen gesichert wird. Abbildung 11.2 im gedruckten Buch stellt das Dilemma sowohl in ihrer, in Anführungszeichen, normalen Matrixform als auch in der, in Anführungszeichen, extensiven Form als Zweigdiagramm dar. Im Folgenden werden drei Spiele dargestellt, die die Grundlage zu einer Reihe von Studien zum Kooperationsverhalten bzw. zur Erforschung der emotionalen Ursache der Kooperation bildeten, und zwar das Public-Goods-Dilemma, die Hirschjagd und das Hühnerspiel. Diese Spiele werden auch deshalb immer wieder gewählt, weil sie typische und wichtige Situationen der sozialen Welt abbilden. Die Bereitstellung gesellschaftlicher Versorgung und Infrastruktur, in Klammern sogenannte Public Goods, die Hoffnung auf die Kooperation der anderen zu erfolgreichen kollektiven Verhalten, in Klammern Hirschjagd, und die Angst vor katastrophalem Verluste aufgrund des Desertierens der anderen, in Klammern Hühnerspiel. Public-Goods-Dilemma Wenn viele Individuen beteiligt sind, spricht man auch von einem Public-Goods-Dilemma. In diesem Fall tragen viele Personen dazu bei, ein gemeinschaftliches Ziel zu erreichen, von dem anschließend jeder etwas hat. Die einzelne Person nimmt also einen persönlichen Nachteil in Kauf, um damit einen Beitrag zum Wohl aller zu leisten. So hängen in den Vereinigten Staaten viele Dienstleistungen von freiwilligen Beiträgen ab. Public Broadcasting wird zum Beispiel von Spenden finanziert, und das System würde zusammenbrechen, wenn die Summe der Spenden unter einen bestimmten Schwellenwert fiele. Solange Public Broadcasting allerdings besteht, kann es jeder nutzen, unabhängig davon, ob ein eigener Betrag geleistet wurde. Insofern kommen diejenigen am besten weg, die keinen eigenen Beitrag geleistet haben, aber dennoch Profite aus dem Allgemeinen gut schlagen. Etwa der Umweltsünder, der nicht bereit ist, Strom zu sparen, Müll zu trennen oder auch mal das Rad zu nehmen. Er selbst leistet keinen Beitrag zum Umweltschutz, profitiert aber von denjenigen, die dies tun. In der Wirtschaft leisten viele professionelle und Angestellte Beiträge und Leistungen, die über das vertraglich geregelte hinausgehen. Das heißt Menschen, die nicht nur Dienst nach Vorschrift ausüben. Ein Klammassier-Organ aus dem Jahre 1988 zum Konzept des Organisational Citizenship. Das Unternehmen bzw. die Organisation und somit das gesamte ökonomische System ziehen daraus einen Nutzen. Trotzdem ist es im engeren Interesse des Einzelnen keine Extra-Leistungen zu erbringen. Auf politischer Ebene ist die Lage ähnlich. Das Abgeben der eigenen Wählerstimme ist der zentrale individuelle Akt in einer Demokratie. Dennoch ist es für den Einzelnen rational, nicht zu wählen, denn eine einzelne Stimme kann nicht wahlentscheidend sein. Es mag also kurzfristig angenehmer sein, zu Hause zu bleiben oder einem Hobby nachzugehen, statt den umständlichen Weg ins Wahllokal zu nehmen. Generell lässt sich festhalten, dass diese Lösung eines sozialen Dilemmas von der Freisetzung kollektiven Verhaltens abhängt. Dabei muss der Einzelne nicht nur ein Opfer bringen, sondern auch das Risiko auf sich nehmen, ausgebeutet zu werden. Aus dem Kleingruppenbereich bieten sich hier ebenfalls zahlreiche Beispiele an. Wo immer Menschen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, mag der Einzelne versucht sein, sich zurückzuhalten und dennoch die Früchte der Gruppenarbeit zu ernten. Ob es sich um Studenten handelt, die an einem Semesterprojekt arbeiten, Arbeiter in einer Betriebsgruppe oder Mitglieder einer Familie, die die Hausarbeit bewältigen müssen, der Mechanismus ist stets der gleiche. Klammern Sie hierzu Abbildung 11.3 im gedruckten Buch. Das Koordinationsproblem hat tiefe Wurzeln in der Evolutions- und Kulturgeschichte. Als einzelne Personen sind die Menschen eine schwache Spezies. Nur wenige sind autark, also unabhängig von anderen. Stattdessen sind die meisten auf erfolgreiche Gruppenaktivitäten angewiesen. Rousseau beschreibt folgende Situation, die unter Jägern typischer gewesen sein mag als unter Sammlern. Zwei Jäger wollen einen Hirsch erlegen, können dies aber nur als Kollektiv erreichen. Jeder einzelne ist nämlich nur dazu imstande, einen Hasen zu fangen. Einigen sich beide Jäger darauf, auf Hirschjagd zu gehen, könnte folgendes Problem auftreten. Einer der Jäger entscheidet sich um und zieht es trotz Abmachung vor, allein auf Hasenjagd zu gehen. Da die Jäger während der Jagd nicht laut kommunizieren können, sonst würden sie alle Tiere scheu machen, bekommt der andere Jäger von diesem Entschluss nichts mit. Dies kommt einem Akt des Desertierens gleich und derjenige, der nach wie vor bereit ist, sich kooperativ an der Hirschjagd zu beteiligen, geht leer aus. Im Gegensatz zum Gefangenen-Dilemma ist das Desertieren hier keine dominante Strategie. Das heißt, das Desertieren führt nicht unter allen Umständen zu einem besseren Ergebnis. Hätte man glaubhafte Versicherungen, dass andere kooperieren, dann wäre die eigene Kooperation die rationale Entscheidung. Aus diesem Grund wird die Hirschjagd oder Stack Hunt auch als ein Zusicherungsspiel im Klammern Assurance Game bezeichnet. Im Großen und Ganzen ist die Hirschjagd leichter im Sinne kollektiver Kooperationslösen als das Gefangenen-Dilemma oder das Public-Goods-Dilemma. Der Unterschied liegt darin, dass im Hirschjagd-Dilemma alle individuell besser sind durch gegenseitige Kooperationen bedient sind. In dieser Situation wird niemand desertieren in der Hoffnung, dass andere kooperieren, in Klammern wie beim Public-Goods-Dilemma. Stattdessen kommt die Desertation nur aus der Furcht davor zustande, dass andere auch desertieren. Beispiel. Die Hirschjagd von heute. Die Problematik der Hirschjagd tritt häufig in Zusammenhang mit einem Vertragsbruch auf oder auch wenn, in Anführungszeichen, lose Abmachungen nicht eingehalten werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Ende des Studiums und die weitere Berufsplanung ist ein gängiges Thema für Sie. Gemeinsam mit Ihrem Freund malen Sie sich aus, wie Sie beide später zusammenarbeiten werden. Sie beide haben ähnliche berufliche Vorstellungen, Sie studieren dasselbe Fach, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Insofern würden Sie sich, wenn Sie gemeinsam etwas auf die Beine stellten, sehr gut ergänzen. Sprich, Sie planen, sich zusammen selbstständig zu machen. Bei einer Karriereveranstaltung, die Sie besuchen, kommen Sie in Kontakt mit Personen, die bereits im Berufsleben stehen. Über diese kommen Sie an ein Praktikum in einem für Sie sehr interessanten Unternehmen, das Ihnen auch Spaß macht und bei dem Sie die anderen Mitarbeiter von Ihrem Können überzeugen. Sie bekommen daher das Angebot, dort direkt nach Ihrem Studium eine Stelle anzutreten. Hierbei würden Sie sich allerdings für mindestens drei Jahre binden. Was machen Sie nun? Ihr Freund benötigt für sein Studium noch ein Jahr länger als Sie, sodass Sie sich ohnehin noch nach etwas anderem umsehen müssten. Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Freund auch noch in zwei Jahren dieselben beruflichen Pläne haben wird wie aktuell? Oder wird er sich am Ende doch umentscheiden und Sie im Stich lassen? Sie müssen wählen, entweder den beruflichen Traum erfüllen oder auf die Gefahr hin, dass dieser durch einen Rückzieher Ihres Freundes zum Platzen gebracht wird oder aber nach dem Motto, besser als nichts, auf die weniger favorisierte Option zurückgreifen. Beispielende. Hühnerspiel. Eine weitere Variante ist das sogenannte Hühnerspiel in Klammern The Game of Chicken. Die Rangordnung der Konsequenzen in Klammern Payoffs ähnelt derjenigen im Gefangenen-Dilemma. Der kritische Unterschied ist, dass das gemeinsame Desertieren den kollektiven Untergang bedeutet. Wie bei der Hirschjagd und im Gegensatz zum Gefangenen-Dilemma gibt es also keine dominante Strategie. Wenn andere kooperieren, ist es am besten, selbst zu desertieren. Wenn andere desertieren, ist kooperatives Verhalten am besten. Im Alltag zeigt sich das Hühnerspiel im Verhalten von Passanten auf dem Bürgersteig. Normalerweise weichen sich entgegenkommende Fußgänger aus, was beidseitiger Kooperation entspricht. Nur ein selbstbewusster Deserteur geht geradeaus in der Erwartung, dass andere Personen ausweichen werden. Niemand wünscht einen Zusammenstoß wegen beidseitiger Sturheit in Klammern beidseitiges Desertieren. In größerem Rahmen kann dieses Spiel als ein Modell für Wettrüsten bei gegenseitig zugesicherter nuklearer Vernichtung dienen. Natürlich gibt es noch eine große Zahl weiterer Spiele, die von eher esoterischem Interesse sind. Goya und Rapoport kamen insgesamt auf 78 Spiele, die sich durch verschiedene Anordnungen der Konsequenzen in der 2x2-Matrix definieren lassen. Abschnitt 11.2.3 Nimmwas-Dilemma in Klammern Nutzungs-Dilemma Bisher haben wir uns mit den Gib-was-Spielen beschäftigt, also mit Situationen, in denen es darum geht, durch viele individuelle Beiträge ein gemeinnütziges Gut zu schaffen oder zu unterhalten. Bei derartigen Konstellationen besteht die Versuchung der Beteiligten darin, als Nutznießer bzw. Trittbrettfahrer quasi in Anführungszeichen umsonst zu fahren, das heißt von den Früchten der anderen zu ernten, ohne selbst etwas beizusteuern. Doch wie sieht es aus, wenn es nicht um den Aufbau oder die Instandhaltung einer Ressource geht, in Klammern eigenes geben, sondern um deren Verbrauch, in Klammern eigenes nehmen? Ein Paradebeispiel hierfür stellt der Fischfang dar. Beispiel Der Fischfang als ein Nimm-was-Spiel Im Fischfang besteht die allgemeine Ressource aus der Größe der Fischpopulation. Fahren nur wenige Boote zum Fang hinaus, so hat dies kaum Auswirkungen auf den Fischbestand und die durch Fang verlorenen Fische reproduzieren sich schnell wieder. Steigt jedoch die Anzahl der Fangboote, so ist davon die Reproduktionskapazität der Fischpopulation betroffen. Bei weiterhin steigender Fangquote beginnt die Population zu schrumpfen. Wird dabei schließlich die Minimaldichte unterschritten, die für die Populationsregenerierung nötig ist, stürzt die verbleibende Population katastrophal auf Null ab. Das Dilemma des einzelnen Fischers, in Klammern des einzelnen Betriebes oder der einzelnen fischenden Nation, besteht in dem Widerspruch zwischen eigener Nutzenmaximierung und der Verhinderung von negativen Konsequenzen. Der individuelle Anreiz, mehr Boote zu Wasser zu lassen und dadurch einen möglichst hohen Fang zu erzielen, führt, da alle denselben Anreiz haben, zum kollektiven Kollaps. Beispiel Ende. Bei Nimwas-Spielen besteht die Versuchung des Einzelnen darin, sich beim Verbrauch gesamtgesellschaftlicher Güter bzw. beim Ernten von Früchten, in Klammern oder Fangen von Fischen, nicht zurückzunehmen. Trifft dies auf alle zu, d.h. verhalten sich alle Individuen egoistisch, kommt es zu einem Zusammenbruch der Ressource. In diesem Fall gehen alle leer aus. Insofern ist das typische Nimwas-Spiel eher eine Variante des Hühnerspiels als eine Variante des Gefangenen-Dilemmas. In einem berühmten Artikel im Science Magazine beschrieb Garrett Hardin diese Situation als tragisch und führte den Begriff des Commons-Dilemma ein. Im Neuengland der Kolonialzeit war in Commons eine Weidefläche, die von allen Anwohnern genutzt werden konnte. Jeder Bauer hatte den Anreiz, weitere Stücke Vieh dort weiden zu lassen. Dies kommt dem Desertieren im Gefangenen-Dilemma gleich. Es ist somit die dominante Strategie. Wenn sich jedoch alle rationalen Bauern gleich verhalten, kommt es zur Überweidung und damit zu einer Zerstörung der gemeinsamen Ressource. Im Sinne von Eschilos ist dies tragisch, weil es unvermeidlich ist und niemand persönliche Schuld trägt. Klammern sie hierzu Abbildung 11.4 im gedruckten Buch. Für Hardin ist das Weide-Dilemma eine Metapher für ein größeres und generelleres Problem. Die Überbevölkerung. Aus planetarischer Sicht ist die Überbevölkerung das Ur-Dilemma. Umweltverschmutzung, Entwaldung, Überfischung sind Sonderprobleme, die sich vom Urgrund der Überbevölkerung ableiten lassen. Der individuelle Mensch hat den Anreiz, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Dies hat sowohl eine biologische als auch eine soziologische Logik. Kraftdefinition sind diejenigen individuellen Organismen die Sieger im Spiel der Evolution, die ihre Gene am schnellsten replizieren. In vielen Gesellschaften besteht ein zusätzlicher soziologischer Anreiz darin, dass Nachkommen eine direkte und oft die einzige Altersversicherung für Eltern darstellen. Hier sei Folgendes bemerkt. In vielen entwickelten Ländern hat sich der soziologische Anreiz in sein Gegenteil verkehrt. Wenn alle zu einem kollektiven System der Altersversicherung beitragen, können sich diejenigen das materiell angenehmste Leben leisten, die keine Kinder zeugen. Diese, in Anführungszeichen Deserteure, verlassen sich darauf, dass die Kinder anderer später die Alterskassen finanzieren. Die Grundstruktur des Dilemmas bleibt dabei dieselbe. So oder so sagen die spieltheoretischen Propheten den Zusammenbruch voraus, bei aller Rationalität. Vom Sonderfall des Geburtenknicks in der sogenannten Ersten Welt, in Klammern reichere Industrienationen abgesehen, bleibt die globale Bevölkerungsentwicklung das Hauptproblem der Menschheit. Dies wurde sehr früh erkannt. Der englische Politökonom Thomas Malthus wagte die kühne Vorhersage, dass sich die Bevölkerung exponentiell entwickelt, während die Nahrungsproduktion nur linear ansteigt. Jahrzehntelang sah es die Wissenschaft als ihre Aufgabe an, Malthus zu widerlegen. Während des 20. Jahrhunderts wuchs die Nahrungsproduktion schneller als erwartet, während sich gleichzeitig die Zahl der Länder mit einer negativen Bevölkerungsentwicklung mehrte. Dennoch lässt sich das Malthusische Problem nur modifizieren, aber nicht überwinden. Die jüngsten Zahlen zu Weltbevölkerung, Energieverbrauch und Hunger belegen dies. Abschnitt 11.3 Lösungsversuche Es gibt in der Psychologie und anderen Sozialwissenschaften zahlreiche Versuche, soziale Dilemmata zu lösen und damit Malthusens Gesetz zu vertreiben. Was kann man also tun, um Einzelpersonen dazu zu bewegen, in einer Gib-was-Situation zum Allgemeinwohl beizutragen und in einer Nimm-was-Situation vom egoistischen Ausbeuten der gemeinsamen Substanz abzusehen? Die Situation ist aus folgenden Gründen kompliziert. Zunächst sei daran erinnert, dass viele Personen in Gib-was-Dilemmata sowieso schon kooperieren. In Nimm-was-Situationen ist dies ähnlich. Es geht also eher darum, besser zu verstehen, wie derartiges, in Anführungszeichen, irrationales Verhalten überhaupt zustande kommt und ob sich gewonnenes Wissen für die Steigerung der Kooperationsrate nutzen lässt. Es sei außerdem daran erinnert, dass ein Dilemma per Definitionen unlösbar ist. Gäbe es eine einfache Lösung, dann wäre es kein Dilemma. Die Implikation dieser Einsicht ist, dass die Lösung eines Dilemmas einen grundlegenden Strukturwandel erfordert, sodass sich das Individuum gar keinem Dilemma mehr gegenüber sieht. Abschnitt 11.3.1 Gewissen Hardin scheint an derartige Eingriffe in die Belohnungsstruktur der Dilemmata gedacht zu haben, während er psychologische Lösungsvorschläge als lächerlich abtat. Aus psychologischer Sicht spielt das Gewissen eine zentrale Rolle. Gewissenhafte Menschen stellen das Interesse der Gruppe, in Klammern oder des Planeten, den unmittelbaren persönlichen Interessen voran oder ignorieren es zumindest nicht vollständig. Täten sie es nicht, so würden sie moralische Schuld empfinden. Aus dieser Annahme lassen sich mehrere konkrete Ideen ableiten. 1. Menschen können kooperieren, wenn sie dies als ihre moralische Pflicht empfinden. 2. Menschen haben die Norm der Reziprozität verinnerlicht. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Eindruck besteht, dass andere aus freien Stücken heraus kooperieren. Wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass sich der andere bereits kooperativ verhalten hat, so reicht die Erwartung der Kooperation aus, um selbst kooperatives Verhalten zu zeigen. 3. John Adam Smith schrieb, dass viele Menschen dem Wohlergehen anderer nicht gleichgültig gegenüberstehen. Im Gegensatz zu reinen Individualisten bewerten prosozial eingestellte Menschen nicht nur den eigenen Nutzen einer Transaktion, sondern auch den Nutzen für andere und integrieren dies in ihre eigene Gesamtbewertung. Als Resultat kann sich ein Gefangenen-Dilemma subjektiv in ein Spiel der Hirschjagd verwandeln. Das heißt, auch wenn objektiv gesehen zwei Kooperatöre zusammen weniger erwirtschaften als ein Kooperateur und ein Deserteur, so mag es subjektiv mehr erscheinen. Abschnitt 11.3.2 Kontext Solange verinnerlichte soziale Normen nur im Menschen schlummern, haben sie keinerlei Auswirkungen. Um tatsächlich kooperatives Verhalten in Gang setzen zu können, müssen sie aktiviert werden und ins Bewusstsein gelangen. Hierbei spielen ganz unterschiedliche Kontextfaktoren eine entscheidende Rolle. Einige seien im Folgenden erwähnt. Priming Der deontologische, in Klammern das heißt, sich auf Rechte und Pflichten berufene Aspekt des Gewissens kann beispielsweise über religiöse Symbole wachgerufen werden. So ließen Sheriff und Noran Sayan ihre Versuchsteilnehmer Wortvervollständigungsaufgaben bearbeiten, die sowohl einen neutralen als auch einen religiösen Inhalt hatten. In letzterem Fall, wenn beispielsweise Wörter wie Geist, Gott oder Heilig vorkamen, verhielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im anschließenden Diktatorspiel prosozialer. In diesem Spiel wird eine Person zum Diktator ernannt und ihre Aufgabe ist es, einen vorgegebenen Geldbetrag zwischen sich und einer anderen Person aufzuteilen. Wie diese Aufteilung aussieht, also ob der Diktator den Betrag gleichmäßig aufteilt oder das ganze Geld selbst behält, bleibt ihm überlassen. Damit ist das Diktatorspiel kein Dilemma. Doch bezüglich des sozialen Kontextes zeigt sich in der Studie, dass Personen, deren Primes religiöse Begriffe waren, dem zweiten Spieler eine größere Summe überließen als Personen mit neutralen Primes. Willensfreiheit In einer weiteren berühmten Studie fanden Foß und Schula, dass Personen sich moralischer verhalten, wenn ihnen suggeriert wird, dass sie Willensfreiheit besäßen. Wird ihnen dagegen glaubhaft gemacht, dass alles menschliche Verhalten durch bestimmte Umstände vorbestimmt ist, in Klammern Determinismus, so schummeln sie mehr. Es bleibt zu untersuchen, ob sich derartige Befunde in sozialen Dilemmata replizieren lassen. Interaktion und Reziprozität Der sich auf Interaktion und Reziprozität, in Klammern Gegenseitigkeit, beziehende Aspekt der Moralität wird häufig getestet, indem man den Teilnehmenden gestattet, vor dem Spiel miteinander zu reden. Aus ökonomischer Sicht sind derartige Diskussionen nur, in Anführungszeichen, billiges Gerede, in Klammern Cheap Talk, da sie die Struktur des Dilemmas nicht ändern. In der Tat könnte man argumentieren, dass die Versuchung zu desertieren sogar ansteigt, wenn die Personen innerhalb der Gruppe betonen, das Wohl des Kollektivs im Blick zu haben. In der Tat könnte man argumentieren, dass die Versuchung zu desertieren sogar ansteigt, wenn die Personen innerhalb der Gruppe betonen, das Wohl des Kollektivs im Blick zu haben. Haben nämlich viele Einzelpersonen ihre Kooperation zugesichert, wird jeder Einzelne, in Klammern und gerade diejenigen, die Selbstversprechungen gemacht haben, besonders dazu geneigt sein, im Moment der Entscheidung abzuspringen, in der Hoffnung, dass die anderen ihre Versprechen halten werden. Die Natur des Dilemmas ist, dass gerade unter diesen Bedingungen der durch Desertieren zu erzielende Gewinn am höchsten wäre. Dennoch zeigt die empirische Forschung, dass Diskussionen und insbesondere Versprechen vor dem Spiel die Kooperationsrate erhöhen, und ganz im Sinne der Reziprozitätshypothese. Wertvorstellungen Im Umgang mit anderen kommen natürlich auch die eigenen Moralvorstellungen zum Tragen. So hängt das Ausmaß meiner Kooperation auch davon ab, ob ich dem Nutzen anderer positiv gegenüberstehe, oder ob ich nur meine eigenen Interessen verfolge. Pilutla und Chen untersuchten diesen Aspekt von Moral, indem sie den Versuchspersonen deren moralische Identität bewusst machten. In einer weiteren interessanten Studie prüfte Utz die Selbstaktivierungshypothese durch wiederholte Darbietung der Wörter Ich, Mein oder Mir. Erstaunlicherweise hatte diese Intervention nicht den Effekt, alle Personen egoistischer zu machen. Stattdessen verhielten sich diese Personen stärker in Einklang mit ihren sozialen Wertvorstellungen. Folglich kooperierten prosozialorientierte Personen häufiger und Individualisten kooperierten seltener bzw. verhielten sich egoistischer. Ähnliche Effekte können durch einfaches Labeling, in Klammern Etikettierung, Zuschreibung erzielt werden. Ob ein Gefangenendilemma etwa als Vertrauensspiel oder als Halsabschneiderspiel bezeichnet wird, macht sich in der Kooperationsrate bemerkbar. Ist diese hoch, so gilt dies als Zeichen für empfundenes Vertrauen. Dagegen äußert sich unfaires Verhalten bzw. wahrgenommene Halsabschneiderei in einer niedrigeren Kooperationsbereitschaft. Abschnitt 11.3.3 Wiederholung der Dilemmaspiele Bislang haben wir uns nur mit Studien beschäftigt, bei denen die Dilemma-Aufgabe nur einmal bearbeitet wurde. Werden Dilemmaspiele jedoch wiederholt, so ändert sich die Dynamik tiefgreifend. Theoretisch kann sich ein stabiles Plateau der Kooperation einpendeln. In der Praxis und aus dem einfachen Grund, dass das Desertieren die dominante Strategie bleibt, ist es allerdings selten so. Die Kooperation fällt diesem Wertewandel zum Opfer und in der letzten Runde des Spiels ist nur noch wenig kooperatives Verhalten zu beobachten. Warum ist das so? Orthodoxen, spielt Theoretikern zufolge, erkennen denkende Menschen, dass das Desertieren in der letzten Runde die rationale Strategie ist und schließen daraus, dass dies auch für die vorauslaufenden Runden gelten muss. Diese Schlussfolgern vom Einzelfall auf allgemeingültige Gesetze nennt man auch Induktion. Des Weiteren wird selbst von Individuen mit prosozialen Werten nicht erwartet, dass sie weiterhin kooperieren, wenn sie erst einmal das Opfer eines Deserteurs geworden sind. Sprich, bei egoistischem Verhalten des Gegenübers wird selbst ein uneigennütziger Mensch seine Strategie in Richtung eigener Nutzenmaximierung ändern. Ein Hoffnungsschimmer ist allerdings, dass sich die Kooperation immer wieder kurzfristig erholt, sobald die Spielpartner getauscht werden. Abschnitt 11.4 Perspektivenübernahme Auch wenn der Diskussionseffekt, in Klammern gleich erhöhte Kooperationsbereitschaft, durch vorherige Absprache bzw. durch Möglichkeit zur Kommunikation Anlass zur Hoffnung gibt, ist seine Reichweite begrenzt. Bei Dilemmata, globalen Ausmaßes mögen Regierungen miteinander reden und Einfluss auf ihre jeweiligen Bürger ausüben, aber dieser Einfluss ist bestenfalls indirekt. Direkte Maßnahmen wie Chinas Ein-Kin-Pro-Paar-Regel wirken drastisch und stehen im Widerspruch zu anderen moralischen Prinzipien, die die Selbstbestimmung des Einzelnen betreffen. Man könnte meinen, dass gerade in Situationen, in denen einzelne Gruppenmitglieder nicht in direkten Kontakt stehen, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme hilfreich sei. Sowohl in der wissenschaftlichen Psychologie als auch im Alltag geht man davon aus, dass sich Menschen mit hoher Empathiefähigkeit wohlwollender und altruistischer Verhalten. Leider bricht diese allgemeine Regel sozialen Nutzens im Bereich der Dilemmata ein. Epley, Caruso und Baserman zeigten in einer Reihe von Studien, dass Perspektivenübernahme paradoxerweise egoistisches Handeln fördern und dazu führen kann, dass sich Menschen in verstärktem Maße an öffentlichen Ressourcen bedienen. Am Ende waren sogar diejenigen mit der besseren Fähigkeit zur Perspektivenübernahme desertierfreudiger als egozentrische Personen, sofern es sich um eine Wettbewerbssituation handelte. In Klammern, hier sei angemerkt, dass dieser Befund zu dem erstaunlichen Schluss führt, dass es einen Mechanismus geben muss, der vom Egozentrismus zur Kooperation führt. Epley et Ali begründen diesen Befund damit, dass die Probanden erst durch Perspektivübernahme die egozentrischen Anreize der anderen Spieler richtig verstehen. Daraus entnehmen sie, dass andere sich tatsächlich egoistisch verhalten werden, was wiederum eigenes egoistisches Verhalten auslöst und rechtfertigt. Beispielhaft wird dies im vierten von Epleys Experimenten deutlich. Studie Wenn Perspektivenübernahme zu Egoismus führt In einer Studie von Epley et Ali wurden die Teilnehmenden mit der Aufgabe betraut, in einer Backstube Kekse zu backen. Allerdings gab es nur eine begrenzte Menge an Schokoladensplittern, womit ein Ressourcendilemma geschaffen war. In der Kontrollbedingung wurden die Versuchspersonen dazu angehalten, die Situation aus ihrem eigenen Blickwinkel heraus zu betrachten. Im Gegensatz dazu sollten sich die Probanden in der experimentellen Bedingung die Situation auch aus der Sicht der anderen vorstellen. Zusätzlich zur Manipulation der Perspektivenübernahme wurde der Kontext variiert. Dabei wurde den Probanden entweder glaubhaft gemacht, dass sie später als gesamte Gruppe bewertet wurden, in Klammern kooperative Bedingung, oder aber, dass ihre Leistung einzeln analysiert wurde, in Klammern Wettbewerbsbedingung. Die Manipulation der Perspektivenübernahme war mit zwei scheinbar widersprüchlichen Ergebnissen verbunden. Zum einen hatten die Probanden der Experimentalbedingung eine bessere Vorstellung davon, wie eine gerechte Verteilung der Schokoladensplitte auszusehen habe. Zum anderen nahm dieselben Personen aber auch an, alle anderen Spieler würden versuchen, eine überproportional große Menge an Schokosplittern zu ergattern. Diese Annahme führte wiederum dazu, selbst viel Schokolade zu beanspruchen, allerdings nur bei den Probanden in der Wettbewerbsbedingung. Wurde dagegen die Gruppe im Gesamten bewertet, so nahmen sich die Probanden unter hoher Perspektivenübernahme sogar weniger Schokolade als diejenigen, die nur ihre eigene Sichtweise beachten sollten. Studie Ende. Abschnitt 11.5 Zurück zum Leviathan Viele dieser Befunde trüben die Hoffnung, soziale Dilemmata durch bestimmte psychologische Merkmale beeinflussen bzw. lösen zu können. Hardins Pessimismus scheint sich also zu bestätigen. Was schlägt Hardin selbst vor? Der Kern seiner Annahmen beruhte auf der politischen Philosophie von Thomas Hobbes. Im Leviathan argumentiert Hobbes, dass die Menschen untereinander wie Wölfe seien, die sich gegenseitig bekriegen und Klammern Homo hominilupus est. Hier sei angemerkt, dass die hobbesche Metapher biologisch gesehen unsinnig ist, denn als Rudeltier sind Wölfe ausgezeichnete Kooperatöre, wobei natürlich ihre Beutetiere das Nachsehen haben. Insofern ist eine Metapher eben manchmal nur eine Metapher. Wie Hobbes so folgert Hardin, dass sich sozialer Frieden und Wohlstand nicht allein durch den guten Willen der Einzelnen erreichen lassen. Gewalt ist vonnöten. Genauer gesagt ist es die Gewalt des Staates, in Klammern der Leviathan, die die Anreizstruktur so verändert, dass Kooperation zur dominanten Strategie wird. Dies kann beispielsweise durch Besteuerung oder Bestrafung, in Klammern was auf das Gleiche hinausläuft, des Desertierens erreicht werden. Der Einzelne zahlt x Euro für das Privileg zu Desertieren. Dabei muss x so groß sein, dass die Rangordnung der erzielbaren Werte, in Klammern Payoffs, diese ist. Alleiniges Kooperieren größer, einseitiges Desertieren größer, einseitiges Kooperieren größer, allseitiges Desertieren. Egal was andere tun, Kooperation ist stets die attraktivste Strategie. Der Egoismus und der moralische Imperativ verlangen nun die gleiche Handlung. Nur Dumme würden unter diesen Bedingungen Desertieren. Die Idee von Hardin besteht darin, die Werte einer Gesellschaft so zu verändern, dass egoistisches Handeln als unmoralisch eingestuft und bestraft wird. Doch wie kann man bewirken, dass sich Menschen auf einmal kooperativ verhalten und ihre eigenen Interessen hinter das Wohl der Gemeinschaft stellen? Wie oben beschrieben schlägt Hardin vor, dass dies durch staatliche Regelungen erreicht werden könne. Diese erzeugen zwar Druck und Zwang in Klammern Kooperation, verhindern aber auch gleichzeitig, dass allgemeine Güter in Klammern Commons systematisch aufgebraucht werden. Am Beispiel der Steuern verdeutlicht Hardin seinen Ansatz. Jeder klagt darüber, Steuern zahlen zu müssen, sieht aber ein, dass diese Pflicht notwendig ist, da kein Mensch freiwillig Steuern zahlen würde. Die Einführung von Steuern und damit auch die Bestrafung von Steuerhinterziehung kommen also einer Verpflichtung bzw. einem Zwang gleich, in Klammern Mutual Coercion, womit egoistisches Verhalten bestraft werden soll. Trotz eigener Nachteile des Einzelnen wird diese Idee allerdings von der Mehrheit geteilt, in Klammern Mutually Agreed Upon. Hardin fasst seine Lösung unter dem Begriff Mutual Coercion Mutually Agreed Upon zusammen, in Klammern sie hier zur Abbildung 11.5 im gedruckten Buch. Beispiel Die Umweltzone München. Die Münchner Innenstadt gilt seit 2008 als Umweltzone. Anfangs hatte dies zur Folge, dass die Innenstadt nur noch von Fahrzeugen befahren werden durfte, die über eine Feinstaubplakette verfügten, in Klammern Rot, Gelb oder Grün. Seit Oktober 2012 wurden diese Regelungen nochmal verschärft. Nun dürfen in der Innenstadt nur noch Autos mit einer grünen Plakette fahren. Eine grüne Plakette bekommen Fahrzeuge mit geringerer Schadstoffemission, in Klammern zum Beispiel Fahrzeuge mit Elektromotor, bei denen bestimmte Abgasnormen eingehalten werden. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften der Umweltzone wird mit einer Geldstrafe bzw. einem Punkt in Flensburg quittiert. Beispiel Ende Die Hobbes-Hardin-Lösung ist logisch und scheint einfach zu sein. Doch wenn wir ihre Umsetzung in unterschiedlichen Bereichen betrachten, so sehen wir, dass sie sich nicht durchgesetzt hat. Es sind lediglich Teilerfolge zu berichten. Etwa die chinesische Populationsregulierung oder Verträge zum Schutz bedrohter Tierarten, in Klammern vor allem im internationalen Walfang. Andere Bemühungen sind aber kläglich gescheitert, wobei hier die internationale Unfähigkeit, das Verbrennen fossiler Treibstoffe einzuschränken, besonders ins Auge fällt. Das Problem ist dreifacher Natur. Erstens Die Idee, durch eine gemeinsame Absprache die individuelle Souveränität an eine übergeordnete Instanz abzugeben, in Klammern oder mutual coercion, mutually agreed upon, ist in sich widersprüchlich. Sie verlangen vom Einzelnen, genau das freiwillig zu tun, was in der Zukunft erzwungen werden soll. Mit anderen Worten, die Einzelnen müssen ihren Egoismus von selbst zumindest kurzfristig überwinden, sodass dieser dann von anderen mit Gewalt in Schranken gehalten werden kann. Denken Sie beispielsweise, auf ganz niedriger Ebene, an das allseits bekannte Problem der Anwesenheitspflicht in einigen Seminaren oder Kursen. Oft wird darüber zu Beginn eines Semesters abgestimmt und es gibt viele Studierende, die eine Anwesenheitspflicht befürworten. Möglicherweise befürchten Sie, dass andere häufig fehlen könnten oder nur zu Ihrem Referatstermin anwesend sind oder dass der Kurs wegen mangelnder Teilnahme komplett ausfallen wird. Dies verlangt, dass Sie kurzzeitig Ihre eigenen Interessen in den Hintergrund stellen. Wer genießt nicht die Freiheit, daheimbleiben zu können, wenn ihm danach ist, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Mit Ihrer Stimme für eine Anwesenheitspflicht stimmen Sie auch gleichzeitig gegen sich selbst bzw. Ihre eigenen Freiheiten. Das ist natürlich nicht bei jedem zu beobachten. Viele Studierende würden eine Anwesenheitspflicht ablehnen, Schüler und Schülerinnen würden wohl kaum der Versuchung widerstehen, auf Noten zu verzichten, wenn sie gefragt würden etc. Eine gemeinsame Absprache führt also nicht immer zur gewünschten Lösung. Dass es hierbei zu Widerständen kommen kann, sollte daher keine Überraschung sein. Zweitens. Derartige Übereinkünfte sind schwer durchzusetzen. Viele Akte des Desertierens bleiben, zumindest vorübergehend, unbemerkt. Man denke zum Beispiel an Griechenlands kreative Anstrengungen, in die Eurozone aufgenommen zu werden und, was psychologisch noch bemerkenswerter ist, auch drin zu bleiben. Desertierende Individuen oder Nationen mögen soziale Dilemmata als Pokerspiele interpretieren. Sie spekulieren darauf, dass die vereinbarte und angedrohte Strafe für das Desertieren ein Bluff ist. Welche Nation ist beispielsweise bereit, mit Kanonenbooten isländische Walfänger zu schrecken, falls diese nach dem Zusammenbruch ihres Finanzsystems wieder auf große Fahrt gehen. Drittens. Die Einführung von strafender Gewalt ist eher eine Verschiebung des Dilemmas als eine Lösung. Das Kanonenbootbeispiel kann dies verdeutlichen. Wenn es keine zentrale Gewalt gibt, stellt sich die Frage, wer die Bestrafung von Deserteuren übernehmen soll. In einer vielbeachteten Artikelreihe der Zürcher Schule wurde gezeigt, dass hohe Kooperationsraten erreicht werden können, wenn Deserteure von Kooperatoren oder sogar Unbeteiligten durch Abzug von Punkten bzw. anderen gewonnenen Geldbeträgen bestraft werden. Dies ist jedoch mit Kosten für die Strafenden verbunden. Um beispielsweise einem Deserteur 10 Franken abziehen zu können, muss der altruistisch Bestrafende selbst 5 Franken berappen. Dadurch verändert sich die Struktur des Dilemmas, wie von Hobbes und Hardin vorhergesagt. Jedoch entsteht ein übergeordnetes Dilemma. Wenn mehrere potenzielle Bestrafende bereitstehen, aber nur einer benötigt wird, wer stellt sich freiwillig zur Verfügung? Müsste man dann, folgte man derselben Logik, nicht auch diejenigen bestrafen, die es unterlassen, die Deserteure zu strafen? Abschnitt 11.6 Freiwillige vor. Das Freiwilligendilemma. Und damit sind wir beim Freiwilligendilemma, in Klammern Volunteer-Stilemma, angelangt. Stellen Sie sich das typische Szenario vor. Mehrere Soldaten liegen im Schützengraben, als eine Granate in den Graben fällt. Tut niemand etwas, so sterben alle. Greifen jedoch alle ein und werfen sich auf die Granate, so sterben auch alle. Für die Gruppe wäre es optimal, wenn sich genau ein Soldat für alle anderen opfern würde. Aber wer? Hier liegt das Dilemma. Wenn alle schnell und gleichzeitig entscheiden müssen, muss jeder die Wahrscheinlichkeit abschätzen, mit der sich andere opfern. Und dann genau das Gegenteil von dem tun, was er von den anderen erwartet. Das Freiwilligendilemma ist besonders schwierig, weil es negative Koordinationen verlangt. Würden alle das Gleiche tun, in Klammern positive Koordination, wäre der Ausgang katastrophal. In der Sozialpsychologie ist der Beiständer-Effekt, in Klammern Zuschauer-Effekt, das Beispiel des Freiwilligendilemmas. Oft wird in einer Notsituation nur die Hilfe von einer Person benötigt, in Klammern zum Beispiel den entscheidenden Anruf zu tätigen oder einen Reifen zu wechseln. Greifen mehr Leute ein, werden nur Zeit und Ressourcen vergeudet. Analog dem Schützengraben-Beispiel wäre es also in einer Beiständer-Situation optimal, wenn sich eine Person verantwortlich zeigen und eingreifen würde. Wie oben bereits erwähnt, ist es in Experimenten zum altruistischen Strafen ähnlich. Eine Strafe reicht aus, um einen Deserteur zum Umdenken zu bewegen. Viele sich summierende Strafen wären dem Schaden des Desertierens gegenüber nicht proportional. Aus diesen Gründen ist die Forderung von Hobbes und Hardin, die Strafgewalt einer zentralen Stelle zu übergeben, nur verständlich. Abschnitt 11.7. Vom Abwehrmechanismus zum Hoffnungsträger. Soziale Projektion. Die Forschung zeigt, dass weder moralische Erwägungen noch Lernprozesse allein, in Klammern oder beides zusammen, das menschliche Kooperationsverhalten vollständig erklären können. Warum kooperieren also manche Menschen, wenn keine sozialen Normen vorherrschen und wenn die Rationalität zur Verfolgung des Eigeninteresses rät? Die soziale Projektion bietet hier eine Erklärung. Projektion bezieht sich auf die Erwartung, dass andere genau das tun, was man selbst tut. Im Gefangenen-Dilemma hat man die Wahl zwischen zwei Strategien, dem Kooperieren, in Klammern Schweigen, oder desertieren, in Klammern Gestehen. Sobald man erkennt, dass die eigene Wahl eher die Wahl der Mehrheit als diejenige der Minderheit sein muss, fällt auf, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten von gemeinsamer Kooperation und gemeinsamen Desertieren größer sein muss als die Summe der Wahrscheinlichkeiten des einseitigen Kooperierens und des einseitigen Desertierens. Je stärker die Erwartung ist, dass andere es einem gleich tun werden, desto wahrscheinlicher ist auch die rationale Entscheidung zu kooperieren. Das Erstaunliche an der projektionsgeleiteten Kooperation ist, dass sie aus rein egoistischen Gründen geschehen kann. Der Kooperateur braucht nur am eigenen Nutzen interessiert zu sein. Wohlwollen gegenüber anderen mag zwar erfreulich sein, aber es ist nicht notwendig für kooperatives Verhalten. Beispiel Kooperation durch Projektion. Noch einmal das Gefangenen-Dilemma. Die Logik der projektionsgeleiteten Kooperation lässt sich im Beispiel des Gefangenen-Dilemmas verdeutlichen. Betrachten wir die Nutzenwerte des Gibt-Was-Spiels in Abbildung 11.1 im gedruckten Buch, in Klammern beidseitige Kooperationen 25 Euro. Eigene Kooperationen bei Desertieren des Anderen 0 Euro. Beidseitiges Desertieren 10 Euro. Eigenes Desertieren bei Kooperationen des Anderen 30 Euro. Bezeichnen wir darüber hinaus die subjektive Wahrscheinlichkeit der Reziprozität mit P, in Klammern, das heißt die subjektive Wahrscheinlichkeit dafür, dass die andere Person kooperiert, wenn auch ich kooperiere, beziehungsweise sie desertiert, wenn auch ich desertiere. So sieht man folgendes. Der Erwartungswert der Kooperation setzt sich aus der Wahrscheinlichkeit der Reziprokenkooperation von 20p und der Gegenwahrscheinlichkeit, in Klammern, ich kooperiere, während die andere Person desertiert von 0, in Klammern 1 minus p, zusammen. Analog dazu ist der Erwartungswert des Desertierens 10p plus 30 mal, Klammer auf, 1 minus p. Wir können sehen, dass der erwartete Wert der Kooperation mit dem erwarteten Wert des Desertierens identisch ist, wenn p gleich 0,75. Die Kooperation bringt 20 Werteinheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75, während das Desertieren 10 Einheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75 bringt und 30 Einheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25. Das Resultat sind 15 Einheiten in beiden Fällen. Um die Kooperation attraktiv zu machen, muss die geschätzte Wahrscheinlichkeit der Reziprozität also über 0,75 liegen. Sprich, je eher ich denke, dass sich die andere Person genauso verhält wie ich, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich die kooperative Alternative wähle. Damit die Projektion einen positiven Einfluss auf die Kooperation haben kann, darf die handelnde Person aber nur so wenig wie möglich über die anderen wissen. Je mehr konkrete Information ihr über andere Personen zur Verfügung steht, desto weniger lassen sich die eigenen Absichten übertragen und desto stärker wird der Eindruck, dass das Desertieren dominant ist. Beispiel Ende. Abschnitt 11.8 Die Zerstörung des Waldes eine zentrale Rolle. Durch das gesamte Werk Diamonds zieht sich die Frage, welche Lehren diese Episoden für die heutige globalisierte Menschheit bereithält. Erst am Ende des Buches stellt sich Diamond offen dieser Frage und beantwortet sie mit vorsichtigem Optimismus. Wenn alles auf dem Spiel steht, liegt es doch in der Kraft der Menschheit, ihren eigenen tragischen Untergang abzuwenden. Wir können aus der Vergangenheit lernen und unseren Weg selbst bestimmen, oder? Bei Eschilos lesen wir, dass Prometheus den Menschen die Fähigkeit gab, in die Zukunft zu sehen. Die eifersüchtigen Götter ließen dies aber nicht zu. Was gab uns Prometheus als Ersatz? Die blinde Hoffnung. In sozialen Dilemmata müssen wir zwischen dem individuellen und dem kollektiven Interesse wählen. Wir haben nicht die Option, in Anführungszeichen nicht zu spielen. Die gibt es nur im Experiment. Kapitel 12. Soziale Neurowissenschaften. Einführung und ausgewählte Befunde. Abschnitt 12.1. Grundlagen. Sie mögen verwundert darüber sein, dieses Kapitel zu Social Neuroscience in einem Sozialpsychologie-Lehrbuch zu finden? Denn was hat Sozialpsychologie mit Hirnforschung, Biologie oder Technik zu tun? Um den Hintergrund hierfür etwas klarer zu machen, gehen Sie nochmal die vorherigen Kapitel gedanklich durch. Für beinahe jedes sozialpsychologische Phänomen lassen sich mehrere Erklärungsansätze finden. Lerntheoretische Begründungen, unterschiedliche psychologische Erklärungen oder auch biologische und neurochemische Ansätze. So wissen Sie beispielsweise aus dem Kapitel zur Aggression, dass aggressives Verhalten unter anderem erlernt sein kann, von Einflüssen der Situation abhängt oder auch eine biologische Komponente aufweist. Jede dieser Annahmen kann wiederum mit unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen überprüft werden. Ohne sich dabei gegenseitig auszuschließen, können mehrere Annahmen korrekt sein und einander ergänzen. Diese mehrdimensionale Betrachtungsweise bietet so einen noch tieferen und umfassenderen Einblick in die jeweilige Thematik. Zudem begünstigen gerade die neueren neurowissenschaftlichen Methoden die Entscheidung zwischen verschiedenen theoretischen Erklärungen für ein bestimmtes Phänomen. Denn sowohl auf subjektiver Ebene als auch auf der Verhaltensebene ist es oftmals schlicht nicht möglich, eine definitive Entscheidung darüber zu treffen, ob der eine oder andere Erklärungsansatz für ein bestimmtes Phänomen, in Klammern zum Beispiel Aggression, mehr oder weniger zutreffend ist. Die Neurowissenschaften liefern hier zwar auch keine definitive Antwort, aber zusammen mit anderen Methoden ermöglichen sie eine weitere Annäherung an eine valide Bestimmung psychologischer Prozesse. Abschnitt 12.1.1 Begriffsbestimmung Wie der Name bereits vermuten lässt, beschäftigt sich das Feld Social Neuroscience mit den neuronalen Grundlagen sozialpsychologischer Phänomene. Die Forschungsbereiche klassische Sozialpsychologie, Kognitionswissenschaften und moderne Neurowissenschaften werden also miteinander kombiniert. Analog zum Eingangsbeispiel ist das Ziel darin zu sehen, durch die Verknüpfung von biologischer und sozialer Perspektive ein besseres und genaueres Verständnis des menschlichen Erlebens und Verhaltens zu erreichen. Eine Kombination aus klassischen sozialpsychologischen und neurowissenschaftlichen Methoden kann besonders dann hilfreich sein, wenn die übliche methodische Herangehensweise keine neuen Erkenntnisse bringt bzw. bestimmte Fragestellungen damit nicht beantwortet werden können. Vor diesem Hintergrund sehen Kacioppo und Bernson Social Neuroscience auch als ein Forschungsfeld an, das sich sowohl mit den neuronalen Prozessen des Gehirns als auch den sozialen Prozessen seiner Umwelt auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die wechselseitige Beziehung zwischen biologischem und sozialem System, von der jede der entsprechenden Disziplin profitieren könne. Das Ziel ist also die Erforschung sozialen Verhaltens bzw. sozialpsychologischer Phänomene und entsprechende Hypothesen mithilfe multidisziplinärer Methoden. Diese mehrdimensionale Herangehensweise klingt logisch, denn einerseits können mit unterschiedlichen Methoden auch unterschiedliche Aspekte eines Phänomens erfasst werden und andererseits wissen wir, dass sich Körper, in Klammern Gehirn, Gedanken und Gefühle gegenseitig beeinflussen. Denken Sie beispielsweise an die Emotion Angst. Diese zeigt sich körperlich etwa durch eine erhöhte Pulsfrequenz und vermehrte Schwitzen, gedanklich, wenn wir uns z.B. Sorgen darüber machen, eine Prüfung nicht zu bestehen, und gefühlsmäßig, da wir uns angespannt, unsicher und eben ängstlich fühlen. Insofern stellen die neurowissenschaftlichen Methoden in der klassischen Sozialpsychologie keinesfalls nur einen trendigen Hype dar, sondern sind im Hinblick auf eine umfassende Hypothesentestung und Theoriebildung als eine Ergänzung und wichtige Herausforderung zu sehen. Und Klammern siehe hierzu Abbildung 12.1 im gedruckten Buch. Diese Entwicklung hin zur Miteinbeziehung neurowissenschaftlicher Methoden zeigt sich nicht zuletzt in der Vielzahl an wissenschaftlichen Zeitschriften, die in den letzten 20 Jahren in diesem Bereich neu auf den Markt kamen, etwa dem Journal of Cognitive Neuroscience oder Nature Neuroscience. Ein weiteres Indiz ist auch die drastisch gestiegene Anzahl neurowissenschaftlicher Publikationen. Als eine der grundlegendsten Veröffentlichungen in der Geschichte der sozialen Neurowissenschaften gilt diejenige von Leslie Brothers. Darin schlägt er vor, soziale Phänomene in verschiedensten Formen zu untersuchen, sei es durch Verhaltensbeobachtung, durch Ergebnisse aus dem Tierbereich oder auch anhand von Läsionsstudien am Menschen. Zudem setzt er bestimmte neuronale Schaltkreise im Gehirn mit bestimmten Sozialverhalten in Verbindung und spricht sogar von einem sozialen Gehirn. Definition. Das Feld der sozialen Neurowissenschaften in Klammern Social Neuroscience beschäftigt sich mit den neuronalen Grundlagen sozialpsychologischer Phänomene. Durch eine mehrdimensionale Herangehensweise werden die biologische, kognitive und soziale Perspektive miteinander verknüpft bzw. sozialpsychologische Fragestellungen, Hypothesen und Theorien mithilfe neurowissenschaftlicher Methodik überprüft. Das Ziel besteht darin, ein umfassenderes Bild menschlichen Erlebens und Verhaltens zu bekommen. Definition Ende. Abschnitt 12.1.2 Methodische Herangehensweise Die Methoden der Neurowissenschaften sind sehr vielfältig. Typischerweise sind sie jedoch nicht invasiv, was bedeutet, dass sie dem menschlichen Körper keinen Schaden zufügen oder in irgendeiner anderen Art und Weise in den menschlichen Körper eindringen. Zwar werden teilweise Personen mit Hirnschäden oder Anomalien bzw. Auffälligkeiten im Gehirn untersucht, in Klammern etwa bei Schlaganfall, Psychopathie, Autismus. Es erfolgt aber natürlich keine künstliche Verletzung bzw. Schädigung. Je nachdem, welche Zielsetzung man verfolgt, unterscheiden sich die methodischen Verfahren. Steht beispielsweise der Erkenntnisgewinn über die zugrunde liegende anatomische Struktur im Vordergrund, so sind Verfahren wie die Computertomographie in Klammern CT oder die Magnetresonanztomographie in Klammern Kernspintomographie MRT geeignet. Soll dagegen die Aktivität bestimmter Nervenzellen gemessen werden, so greift man z.B. auf das Elektroenzephalogramm in Klammern EEG oder das Magnetenzephalogramm in Klammern MEG zurück. Sehr interessant sind auch bildgebende Verfahren, die die Funktionen bestimmter Hirnareale bzw. deren Aktivierung sichtbar machen. Hierzu zählen die Positronenemissionstomographie in Klammern PET oder auch die funktionelle Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT. Im Gegensatz zum EEG, das eine hohe zeitliche Auflösung besitzt, in Klammern d.h. die neuronale Aktivität, lässt sich sehr genau in ihrer zeitlichen Abfolge feststellen, ist die räumliche Auflösung bei der FMRT sehr gut. Insofern können aktivierte Hirnregionen millimetergenau erkannt werden. In Anbetracht der Methodenvielfalt möchten wir uns in diesem Kapitel auf die funktionelle Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT-FMRI beschränken. Diese ist im Bereich Social Neuroscience neben dem EEG das wohl am häufigsten eingesetzte Verfahren. Alle in diesem Kapitel vorgestellten Befunde beziehen sich daher ausschließlich auf FMRT-Untersuchungen. Technische Grundlagen der funktionellen Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT. Vielleicht kennen Sie die bunten Bilder, die bestimmte Hirnareale in unterschiedlichen Farben abbilden? Diese stammen häufig von FMRT-Untersuchungen. Die Bilder zeigen dabei neben der Lage bzw. Anatomie bestimmter Hirnregionen auch deren Aktivierung anhand unterschiedlicher Farben und Farbabstufungen. Die Farben Gelb und Rot stehen beispielsweise für positive Aktivierung, Blau dagegen für negative bzw. verringerte Aktivierung, in Klammern Deaktivierung. Aber wie gelangt man zu diesen Aufnahmen? Und welche Aktivierung wird dabei erfasst? Diesen Fragen möchten wir im Folgenden auf den Grund gehen, wobei wir nicht das Ziel verfolgen, einen umfassenden Einblick in die technischen Grundlagen der Kernspintomographie zu geben. Dazu könnte man ein gesamtes Buch schreiben. Vielmehr geht es darum, Ihnen einen Eindruck darüber zu vermitteln, was mit diesem Verfahren überhaupt gemessen wird. Generell sind für dieses Verfahren zwei wesentliche Bestandteile zentral. Zum einen die grundlegenden Mechanismen der Magnetresonanztomographie, in Klammern MRT, Kernspintomographie, und zum anderen der funktionelle Aspekt, der das Sichtbarmachen von Stoffwechselvorgängen und damit die indirekte Messung von Aktivität betrifft. Vereinfacht gesagt geht es also zum einen um die anatomischen Gegebenheiten, also den Aufbau der einzelnen Hirnstrukturen bzw. deren Lage, in Klammern Lokalisation, und zum anderen darum, welche dieser Strukturen bei bestimmten Prozessen bzw. Aufgaben aktiv sind und welche Funktionen ihnen zukommen, in Klammern funktionelle Aktivität. Magnetresonanztomographie, in Klammern MRT. Das Sichtbarmachen unterschiedlicher Hirnstrukturen, Blutgefäße, Ventrikel etc. gelingt mit Hilfe der MRT. Das Prinzip dahinter ist folgendermaßen. Die Versuchspersonen kommen zur Messung in einen Magnetresonanztomografen, in Klammern MRT, oder umgangssprachlich in die Röhre bzw. in den Scanner. Siehe hierzu Abbildung 12.2 im gedruckten Buch, von dem ein sehr starkes Magnetfeld ausgeht. Dieses weist gewöhnlich eine Feldstärke von 1,5 oder 3 Tesla auf und ist damit ca. 60.000 mal stärker als das Magnetfeld der Erde. Was passiert nun? Unser Gehirn enthält eine große Menge an Wasserstoffatomen. Diese haben einen Eigendrehimpuls, das heißt sie kreisen um ihre eigene Achse und erzeugen dadurch ein magnetisches Feld. Wenn nun ein Proband im Scanner liegt, so richtet sich die Mehrzahl der Wasserstoffatome entlang der Längsachse dieses Magnetfeldes aus. Sie rotieren also um die Längsachse des statischen Magnetfeldes, in Klammern Längsmagnetisierung, longitudinale Magnetisierung. Die Geschwindigkeit ihrer Rotation wird dabei als Larmorfrequenz bezeichnet. Sind die Wasserstoffatome parallel ausgerichtet, befinden sie sich in einem energiearmen Zustand, in Klammern anderer Ausrichtungen, bedeuten einen energiereichen Zustand. Wenn man nun künstliche Energie auf, indem über eine elektromagnetische Spule des Scanners Radiofrequenzwellen in Klammern RF abgestrahlt werden, so verlassen die Wasserstoffatome ihren energiearmen Zustand. Sie nehmen die eingestrahlte Energie auf, wechseln also in einen energiereichen Zustand und richten sich für die Dauer der RF-Einstrahlung antiparallel aus, in Klammern Quermagnetisierung, transversale Magnetisierung. Nach Ende der RF-Einstrahlung geben die Wasserstoffatome ihre Energie wieder ab und kehren in den Ausgangszustand parallel zur Längsachse zurück. Die dabei abgegebene Energie stellt das MRT-Signal dar und wird von einer Empfangsspule gemessen. Funktionelle Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT Wie bereits erwähnt ist das Besondere an der funktionellen Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT, dass die Aktivität einzelner Hirnregionen gemessen werden kann. Welche Areale sind beispielsweise aktiv, wenn ich ein Bild betrachte oder eine Entscheidung treffe? Die neuronale Aktivität wird dabei nicht direkt gemessen, sondern indirekt über den Blutsauerstoff Gehalt im Gehirn. Dabei sind zwei Phänomene zentral. Erstens die sogenannte funktionelle Hyper-EMI bzw. Luxusperfusion und zweitens der Bolt-Effekt, in Klammern Blood Oxygenation Level Dependent. Der erste Punkt betrifft die Tatsache, dass neuronale Regionen, die aktiv sind, verstärkt mit Sauerstoff versorgt werden. Dieser wird über das Blut zu den jeweiligen Hirnregionen transportiert, wobei mehr Sauerstoff geliefert als tatsächlich verbraucht wird. Es kommt daher zu einem O2-Überschuss bzw. zu einer örtlichen Anreicherung von Sauerstoff. Daneben ist der sogenannte Bolt-Effekt wichtig, der die Tatsache beschreibt, dass die magnetischen Eigenschaften des Blutes und damit verbunden auch die Stärke des Signals bei der FMRT-Messung abhängig vom Blutsauerstoffgehalt, in Klammern Blood Oxygenation Level Dependent sind. Man macht sich also die Tatsache zunutze, dass sauerstoffreiches Blut, in Klammern Oxyhemoglobin, und sauerstoffarmes Blut, in Klammern Desoxyhemoglobin, unterschiedliche magnetische Eigenschaften aufweisen. Während Oxyhemoglobin kaum magnetisch ist, weist Desoxyhemoglobin, das im Ruhezustand, in Klammern ohne Aktivität bzw. O2-Verbrauch vorzufinden ist, hohe magnetische Eigenschaften auf. Warum ist dieser Unterschied der magnetischen Eigenschaften nun wichtig? Sind bestimmte Hirnareale aktiv, kommt es lokal zu einem erhöhten Blutfluss und damit zu einer Anreicherung mit O2, was wiederum dazu führt, dass mehr Oxyhemoglobin als Desoxyhemoglobin vorzufinden ist. Wie wir wissen, ist Desoxyhemoglobin stark magnetisch. Dadurch wird die Stärke des Magnetfeldes gestört und es kommt zu Magnetfeld-Inhomogenitäten. Dies führt wiederum dazu, dass das Signal schwächer wird. Im Gegensatz dazu verändert das wenig magnetische Oxyhemoglobin das statische Magnetfeld nicht. Folglich kommt es zu weniger Magnetfeld-Inhomogenitäten, was wiederum mit einem stärkeren FMRT-Signal einhergeht. Insofern geht eine hohe Aktivität in bestimmten Hirnregionen mit einem O2-Überschuss einher, der wiederum zu einem stärkeren FMRT-Signal führt. Sie sehen, neuronale Aktivitätsunterschiede werden indirekt erfasst, indem man Veränderungen im Blutsauerstoffgehalt misst. Klammern Sie hierzu Abbildung 12.3 im gedruckten Buch. Abschnitt 12.2 Ausgewählte Befunde aus dem Bereich der sozialen Neurowissenschaften Wie eingangs erwähnt, befasst sich das Gebiet der Social Neuroscience mit den Themen der klassischen Sozialpsychologie. Die Tatsache, dass das gesamte Buch sozialpsychologische Aspekte behandelt, wie aber nur dieses eine Kapitel im neurowissenschaftlichen Bereich haben, macht deutlich, dass es unmöglich ist, in dieses Kapitel alle entsprechenden Befunde einzuarbeiten. Daher widmen wir uns nur ausgewählten Aspekten und bleiben dabei ganz eng an der Definition von klassischer Sozialpsychologie, nämlich dem Einfluss, den tatsächlich oder imaginiert anwesende Personen auf das Erleben und Verhalten von Individuen haben. Da wirkliches Verhalten mit FMRT schwer zu untersuchen ist, beschränken wir uns hauptsächlich auf das Erleben. Hierbei unterteilen wir in Selbst und Andere bzw. Interaktionen mit Anderen. Es geht also um die Wahrnehmung unserer eigenen Personen, die Wahrnehmung von anderen Personen sowie die Interaktion mit diesen. Eine strikte Trennung dieser Bereiche ist jedoch kaum möglich, schließlich erleben wir uns selbst innerhalb eines sozialen Kontextes, vergleichen uns mit Anderen bzw. erhalten dadurch ein Bild von uns selbst. Abschnitt 12.2.1 Das Selbst Kaum ein anderes Konstrukt ist vielschichtiger und wird häufiger beforscht als das Konstrukt des Selbst. Das Interesse an diesem Forschungsfeld liegt laut Leary und anderen darin begründet, dass die Repräsentation des eigenen Selbst eine Brücke zwischen der Umgebung eines Individuums und seinen individuellen Gedanken, Verhaltensweisen und Emotionen bildet. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass, insbesondere in den letzten Jahren, die Neurowissenschaften Interesse an diesem spannenden Themengebiet fanden. Wenn wir vom Konzept des Selbst aus neurowissenschaftlicher Perspektive sprechen, ist darunter kein einheitliches Konzept zu verstehen. Vielmehr werden innerhalb des Selbst verschiedene Prozesse unterschieden oder es wird nach inhaltlichen Bereichen differenziert. Beispielsweise anhand der zugrunde liegenden Stimulusmodalität, in Klammern z.B. verbale Aufgaben oder emotionale Bilder. Insgesamt haben die Neurowissenschaften dazu beigetragen, das Konzept des Selbst mit seinen unterschiedlichen selbstbezogenen Prozessen näher zu differenzieren. Nordhoff und Bernpol unterscheiden beispielsweise diverse Domänen, die sich auf unterschiedliche Teilaspekte des Selbst beziehen. Darunter fallen die Repräsentation von Stimuli als auf die eigene Person bezogen, das Monitoring bestimmter selbstbezogene Informationen, die Evaluation und Bewertung selbstbezogener Stimuli oder auch der Prozess der Selbstaufmerksamkeit, d.h. die Aufmerksamkeit und das Erkennen des eigenen Gesichts bzw. Körpers sowie interner Vorgänge. Aber auch Aspekte wie Agency, also das Gefühl, kausal in eine Handlung involviert zu sein, in Klammern z.B. ich selbst bin kausal für die Bewegung eines Objektes von A nach B verantwortlich, Ownership, die Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Umwelt als selbstbezogen oder das räumliche Selbst. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum werden unterschieden, um nur einige davon zu nennen. So vielschichtig wie das menschliche Selbst sind auch die Ergebnisse, die neurowissenschaftliche Untersuchungen dazu in den letzten Jahren hervorgebracht haben. Unabhängig davon, welcher Gliederung des Selbstmann nun folgt und an welchem spezifischen Prozess des Selbstmann interessiert ist. Allgemeinsam ist, dass Stimuli zur Untersuchung herangezogen werden, die als stark auf die eigene Person bezogen wahrgenommen werden, in Klammern z.B. Fotos der eigenen Personen im Vergleich zu Fotos bekannter oder fremder Personen. Man spricht in diesem Zusammenhang deshalb auch von selbstbezogener oder selbstrelevanter Informationsverarbeitung. Häufig wird in Untersuchungen die Verarbeitung selbstrelevanter Informationen mit einer Kontrollbedingung, wie etwa der Verarbeitung fremdbezogener Informationen verglichen. Dies kann sich beispielsweise auf verbale Aufgaben beziehen, bei denen Versuchspersonen mit Eigenschaftswörtern konfrontiert werden und bewerten sollen, inwiefern diese sie selbst, in Klammern selbstbezogen, oder andere Personen, in Klammern fremdbezogen, Kontrollbedingungen beschreiben. Aber auch emotional bedeutsame Bilder oder Gedächtnisaufgaben können herangezogen werden, um selbst- und nicht-selbstbezogene Verarbeitung miteinander zu vergleichen. Kortikale Mittellinienareale in Klammern CMS und die Verarbeitung selbstbezogener Informationen Überblicksarbeiten konnten zeigen, dass sich in Untersuchungen zu selbstbezogenen Prozessen, trotz einer enormen Fülle an Forschungsarbeiten, häufig die sogenannten kortikalen Mittellinienareale in Klammern Cortical Midline Structures CMS, siehe hier zur Abbildung 12.4 im gedruckten Buch, als besonders bedeutsam herauskristallisieren. Wie der Name bereits andeutet, werden hierzu jene Areale gezählt, die entlang der Mittellinien des menschlichen Gehirns angesiedelt sind und als eine anatomische und funktionelle Einheit betrachtet werden. Konkret zählen dazu der mediale orbitale präfrontale Kortex in Klammern MOPFC, der ventromediale präfrontale Kortex in Klammern DMPFC, der mediale parietale Kortex in Klammern MPC, der posteriore singuläre Kortex in Klammern PCC und der retrospleniale Kortex in Klammern RSC. Verarbeitung selbstbezogener Informationen in kortikalen Mittellinienarealen in Klammern CMS. Kelly et Ali führten in diesem Zusammenhang eine Untersuchung durch, in der Versuchspersonen verschiedene Eigenschaftswörter bewerten mussten. Die Versuchspersonen durchliefen dabei drei Bedingungen. Sie bewerteten in zufälliger Reihenfolge das jeweilige Eigenschaftswort im Hinblick darauf, inwiefern die Eigenschaft auf sie selbst, in Klammern Selbstreferenz, und auf den damaligen US-Präsidenten Bush, in Klammern Fremdreferenz, zutrifft. In einer weiteren Kontrollbedingung beurteilten die Versuchspersonen semantische Aspekte der Eigenschaftswörter, beispielsweise in Bezug auf den Schrifttyp, in Klammern Fallreferenz. Später verglichen die Autoren die Bedingungen Selbstreferenz versus Fremdreferenz sowie Selbstreferenz versus Fallreferenz. In beiden Vergleichen zeigte sich eine spezifische Aktivierung im MPFC. In einer ähnlichen aufgebauten Studie von Johnson et Ali wurden die Versuchspersonen mit Statements zu ihren, in Klammern möglichen, Fähigkeiten, Eigenschaften und Einstellungen konfrontiert. In Klammern zum Beispiel, ich vergesse wichtige Dinge oder ich bin ein guter Freund. In der Kontrollbedingung wurden Statements präsentiert, die allgemeines semantisches Wissen erforderten, in Klammern zum Beispiel, 10 Sekunden sind mehr als eine Minute. In beiden Fällen mussten die Versuchspersonen ihre Zustimmung oder Ablehnung angeben. Ein Vergleich beider Bedingungen ergab ebenfalls eine verstärkte Aktivierung im anterioren MPFC sowie im PCC in der selbstrelevanten Bedingung. Die Autoren konnten damit zeigen, dass sich die Verarbeitung selbstbezogener Informationen deutlich von der Verarbeitung anderer semantischer Informationen abgrenzen lässt und lieferten damit einen Hinweis darauf, dass es selbst tatsächlich eine abgrenzbare kognitive Struktur darstellt. Platek und Kemp, in Klammernvergleiche 2009, untersuchten einen bereits oben erwähnten wichtigen Aspekt des Selbst, die Erkennung des eigenen Gesichts. Zu diesem Zweck wurden den Versuchspersonen Bilder von Familienmitgliedern, Freunden, Fremden und sich selbst präsentiert, wobei die Aufgabe darin bestand, die Bilder durch Tastendruck einer dieser Personen zuzuordnen, in Klammern zum Beispiel einem Familienmitglied oder einem Fremden. Die Autoren konnten je nach Relevanz des Gesichts für die jeweilige Person unterschiedliche Aktivierungsmuster zeigen. Die Erkennung des eigenen Gesichts ging mit einer erhöhten Aktivierung in anterioren medialen Substraten, in Klammern ACC, MPFC einher, wobei das Erkennen von Familienmitgliedern und das Erkennen des eigenen Gesichts starke Parallelen in der Aktivierung hervorriefen. Je höher die Ähnlichkeit anderer Gesichter zu unseren eigenen, in Klammern was bei Familienmitgliedern wahrscheinlicher ist, desto größer auch die Schwierigkeit, das Gesicht genau zu identifizieren. So wundert es nicht, dass der ACC hier besonders aktiv war, dessen Aktivität häufig mit inneren Konflikten, Unsicherheit oder auch mit sozialen Dilemmata in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus spielt der ACC eine Rolle bei der Verarbeitung relevanter Stimuli. McRae und R.I. untersuchten die neuronalen Grundlagen eines weiteren wichtigen Selbstaspektes, jenes des Selbstwissens. Die Versuchspersonen mussten verschiedene Persönlichkeitseigenschaften dahingehend bewerten, in welchem Ausmaß die jeweilige Eigenschaft sie selbst beschrieb. Im Anschluss daran absolvierten die Versuchspersonen einen für sie überraschenden Gedächtnistest. Alle zuvor präsentierten Wörter wurden zusammen mit unbekannten Wörtern vorgegeben, wobei die Aufgabe darin bestand, anzugeben, ob das Wort bereits bekannt oder neu war. Wörter, die zuvor als selbstbezogen deklariert wurden, wurden besser erinnert als nicht-selbstbezogene Wörter, wobei sich darüber hinaus für richtig erinnerte selbstbezogene Eigenschaften differenzielle Aktivierungsmuster im MPFC, in Klammern, neben anderen Regionen, zeigten. Wir sehen also, dass sich in Untersuchungen zur Verarbeitung selbstbezogener Informationen eine bemerkenswerte Konsistenz in den Ergebnissen zeigt. Aber was bedeutet die Aktivierung in kortikalen Mittellinienarealen, in Klammern CMS, nun konkret? Diese Frage ging Nordhoff et Ali in einer Meta-Analyse nach. Studie Funktionale Spezialisierung der Aktivierung in kortikalen Mittellinienarealen, in Klammern, CMS. In Untersuchungen zu selbstbezogenen Prozessen stellt man sich häufig die Frage, inwieweit eine Aktivierung der CMS spezifisch für selbstbezogene Prozesse ist. Anders formuliert, stehen verschiedene Aktivierungsmuster innerhalb der CMS auch für verschiedene selbstbezogene Prozesse? Nordhoff et Ali interessierten sich zudem für die Frage, ob sich eine CMS-Aktivierung bei der Verarbeitung selbstbezogener Informationen über sämtliche inhaltliche Domäne hinwegfindet, inwiefern sie also als Aufgabenunabhängig zu verstehen ist. Zu diesem Zweck reanalysierten die Autoren 27 PET- und FMRT-Studien der letzten Jahre und bezogen dabei diverse inhaltliche Domänen ein. Sie analysierten beispielsweise Studien, in denen mit verbalen Aufgaben gearbeitet wurde, oder Studien, die sich auf die Bewertung emotionaler Bilder bzw. Bilder von Gesichtern bezogen. Eine Clusteranalyse, in Klammern Verfahren, zur Entdeckung bestimmter Strukturen bzw. Gruppen innerhalb eines Datensatzes über alle Studien ergab drei Cluster, die sich innerhalb der CMS anatomisch voneinander abgrenzen lassen. Ein Ventralis, in Klammern VMPFC, PACC, Dorsalis, in Klammern DMPFC, SACC und ein Posteriores Cluster, in Klammern PCC, Precuneus. In Klammern siehe hierzu Abbildung 12.5 im gedruckten Buch. Inwiefern sich diese Cluster auch funktional spezifischen Domänen, in Klammern z.B. verbale oder emotionale Domäne zuordnen lassen, prüften die Autoren in einem nächsten Schritt. Sie konnten zeigen, dass die gefundenen Cluster unabhängig von der inhaltlichen Domäne sind. In Klammern es spielt also keine Rolle, ob es sich z.B. um die Verarbeitung verbaler Informationen oder emotionaler Bilder handelt. Dies bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass eine Aktivierung der CMS bei der Verarbeitung selbstbezogener Stimuli auch funktional völlig unspezifisch ist. Was heißt das nun? Es zeigt sich zwar keinen Zusammenhang mit dem Inhalt des Stimuli, aber die einzelnen Cluster lassen sich spezifischen Prozessen zu ordnen, was die Verarbeitung selbstbezogener Informationen betrifft. Das ventrale Cluster scheint demzufolge dafür zuständig zu sein, externale oder internale Stimuli im Hinblick auf ihre Selbstbezogenheit einzuschätzen. Geht es also darum, Stimuli überhaupt als selbstbezogen wahrzunehmen, so werden Strukturen innerhalb dieses Clusters verstärkt aktiviert. Demgegenüber steht das dorsale Cluster. Dieses ist bei Prozessen aktiv, die sich auf die Evaluation selbstbezogener Stimuli beziehen, d.h. eine stark bewertende Dimension haben. Beispielhaft hierfür sind Aufgaben, bei denen man sich selbst bestimmte Eigenschaften zuschreiben soll. Anatomisch wird dieser Prozess durch das dorsale Cluster repräsentiert. Der dritte Prozess, den die Autoren mit dem posterioren Cluster in Verbindung bringen, bezieht sich schließlich darauf, aktuelle selbstbezogene Informationen mit bereits vergangener zu verknüpfen. Folglich geht es hierbei darum, neue selbstbezogene Informationen in den emotionalen und autobiografischen Kontext der eigenen Person einzuordnen. Studie Ende. Abgrenzung von Selbstrelevanz gegenüber emotionaler Valenz. Neben der funktionalen Spezialisierung der CMS-Aktivierung ist auch die Abgrenzung von Selbstbezogenheit oder Selbstrelevanz gegenüber emotionaler Valenz von Bedeutung. Eine Untersuchung, die sich mit der Verarbeitung selbstbezogener emotionaler Stimuli beschäftigt, ist jene von Fossati et al-Ali. Die Autoren verfolgten das Ziel, diejenigen neuronalen Regionen ausfindig zu machen, die spezifisch an der Verarbeitung selbstbezogener emotionaler Stimuli beteiligt sind und trugen damit ein Problem Rechnung, dass bei der Untersuchung selbstbezogener Information häufig auftritt. Der Tatsache, dass emotionale Valenz und Selbstbezogenheit konfundiert sind. Das heißt, häufig kann nicht eindeutig erklärt werden, auf welche der beiden konfundierenden Variablen, in Klammern emotionale Valenz, Selbstbezogenheit, der Effekt der spezifischen Aktivierung bei der Verarbeitung selbstbezogener Information tatsächlich zurückgeht. Oder, wie bei Morin et al-Ali formuliert, we have emotional reactions to information that is self-relevant. Information, die wir mit unserer eigenen Person in Verbindung bringen, löst demnach eher eine emotionale Reaktion aus als nicht selbstbezogene Information. Fossati et al-Ali konfrontierten ihre Teilnehmer unter drei verschiedenen Bedingungen mit Wörtern, die positive und negative Persönlichkeitseigenschaften widerspiegelten. Erstens, die Versuchspersonen beurteilten die Eigenschaften im Hinblick auf die eigene Person, in Klammern selbstbezogen, und zweitens in der Kontrollbedingung im Hinblick auf semantische Aspekte, in Klammern zum Beispiel Überprüfung, ob ein bestimmter Buchstabe enthalten ist. Drittens, zusätzlich bewerteten die Versuchspersonen die Eigenschaften in Bezug auf deren generelle Erwünschtheit. Speziell bei der selbstbezogenen Bewertung der Wörter fanden die Autoren eine verstärkte bilaterale, in Klammern beidseitige, Aktivierung des dorsalen medialen präfrontalen Kortex, in Klammern dmpfc. Die Aktivierung erwies sich als unabhängig von der Valenz der Wörter, also unabhängig davon, ob es sich um positive oder negative Wörter handelte. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Gusnard und Kollegen, die ebenfalls eine verstärkte Aktivierung entlang des dorsalen MPFC bei der Bewertung selbstbezogener affektiver Bilder finden konnten. Die Autoren liefern damit weitere Hinweise darauf, dass die Verarbeitung selbstbezogener Informationen, insbesondere die Bewertung von Informationen als relevant für die eigene Person, spezifische Aktivierung im Bereich des MPFC hervorruft, unabhängig von der emotionalen Valenz. Diese spiegelt sich in anderen Kortikalen, in Klammern etwa dem ventralen, anterioren, zingulären Kortex, VACC und subkortikalen Arealen wie der Insula oder der Amygdala wieder. Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, dass Informationen, die relevant für die eigene Person sind, spezielle Reaktionen im Gehirn hervorrufen. Darüber hinaus ist eine Unterscheidung in verschiedene selbstbezogene Prozesse möglich. Doch wie sieht es nun in Bezug auf die Wahrnehmung anderer Personen aus? Mit jenen Prozessen wollen wir uns in den folgenden Abschnitten befassen. Abschnitt 12.2.2 Soziale Wahrnehmung Nachdem wir uns nun mit dem Selbst bzw. der Wahrnehmung selbstbezogener Information Schrägstrich Stimuli auseinandergesetzt haben, stellt sich natürlich die Frage, wie wir andere Menschen wahrnehmen und welche neuronalen Prozesse damit verbunden sind. Hier ist zunächst zu sagen, dass viele Areale, die bei Aspekten des Selbst aktiv sind, auch bei der Wahrnehmung anderer Personen beteiligt sind. Studie Eigen- und Fremdperspektive Neuronale Unterschiede und neuronale Überlappung Vogelei et Ali konnten zeigen, dass das Einnehmen der eigenen Perspektive und das Einnehmen der Perspektive einer anderen Person teilweise zu einer gleichen neuronalen Aktivierung führen. Dazu präsentierten sie den Versuchspersonen, in Klammern neben der Kontrollbedingung, vier unterschiedliche Versionen von Kurzgeschichten mit der Vorgabe, dass entweder die eigene Perspektive, in Klammern z.B. Geschichte über eigenen Wochenendausflug, die Perspektive einer anderen Person, in Klammern z.B. derjenigen eines Räubers, der einen Laden überfällt, oder sowohl die eigene Perspektive als auch diejenige einer anderen Person, in Klammern z.B. derjenigen eines Räubers, der den eigenen Laden überfällt, eingenommen werden sollte. Während das Einnehmen der Fremdperspektive mit einer erhöhten Aktivität im Bereich des rechten anterioren zingulären Kortex, in Klammern ACC, sowie des linken temporopolaren Kortex einherging, zeigten sich für das Einnehmen der eigenen Perspektive, also für die Verarbeitung selbstrelevanter Informationen, andere Aktivitätsmuster. Es konnte eine verstärkte Aktivierung des rechten temporoparietalen Übergangs, in Klammern Temporoparietal Junction, TPJ, gemeinsam mit einer ebenfalls erhöhten Aktivierung im ACC, in Klammern hier jedoch bilateral, festgestellt werden. Zusätzlich zeigte sich in jener Bedingung, in der sowohl die eigene als auch die fremde Perspektive salient waren, eine verstärkte Aktivierung des rechten lateralen präfrontalen Kortex, in Klammern RLPFC. Studie Ende. Wie kann diese Überlappung der Aktivierung bei selbst- und fremdbezogener Aufmerksamkeit nun interpretiert werden? Hierzu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Vogelei et alii sind der Ansicht, dass die gleichzeitige Salienz beider Perspektiven zusätzliche aufmerksamkeitsrelevante Mechanismen erfordert, die typischerweise im rechten IPFC repräsentiert sind. Darüber hinaus findet sich eine verstärkte Aktivierung dieses Areals auch bei Aufgaben, die stark konfliktbehaftet sind und deshalb besonderes in Anführungszeichen Monitoring, in Klammern Überwachung, erfordern. Dagegen sind Nordhoff et alii der Meinung, dass auch das Einnehmen der Perspektive einer anderen Person bis zu einem gewissen Grad selbstbezogene Verarbeitung erfordert. Und zwar insofern, als die bloße Beobachtung oder Vorstellung einer anderen Person über einen mimikriähnlichen Prozess, in Klammern im Sinne von Nachahmung, dazu führt, dass sich die mentalen Zustände der Beobachtenden und der beobachteten Person annähern. Die neuronalen Befunde unterstützen damit die bereits erwähnte Schwierigkeit, beide Bereiche klar voneinander abzugrenzen. Soziale Wahrnehmung, in Klammern und weiterführend auch soziale Interaktion, ist nicht gänzlich vom eigenen Selbst zu trennen. Wir nehmen andere wahr, setzen diese Wahrnehmungen in Bezug zu uns selbst, stellen Vergleiche an etc. Oft sind damit auch emotionale Reaktionen verbunden. Im Bereich der sozialen Interaktion wird dies nochmal deutlicher. Schließlich interagieren wir mit anderen und treten als Individuum mit ihnen in Kontakt. Wir gehen auf sie ein, nehmen Dinge von ihnen an, werden beeinflusst und ja auch in gewisser Weise durch andere geformt. Insofern ist es nachvollziehbar, dass auch auf neuronaler Ebene Überschneidungen bzw. Ähnlichkeiten zwischen erster und dritter Person auftreten. Wenn wir uns im Folgenden mit sozialer Wahrnehmung beschäftigen, so ist sofort ein Schlagwort zentral. Soziale Kognition. Wie wir bereits wissen, fallen darunter alle Aspekte, die mit uns selbst, mit anderen Personen bzw. unserer Beziehung zu diesen zu tun haben. Wie wir über andere Menschen denken, welche Persönlichkeitseigenschaften, Absichten, Ziele, Gedanken etc. wir ihnen zuschreiben, wie wir zu diesem Wissen gelangen, die jeweiligen Informationen hier zu speichern, verarbeiten oder abrufen. Eine hilfreiche Einteilung ist hierbei die Unterscheidung in kognitive, in Klammern gedankliche und affektive, in Klammern gefühlsmäßige Prozesse bei der sozialen Wahrnehmung. Erkennen mentaler bzw. kognitiver Zustände anderer. Ein wichtiger Aspekt der sozialen Kognition ist das Erkennen mentaler Zustände anderer Menschen. Dies wird als Theory of Mind bezeichnet. Premack und Woodruff prägten diese Bezeichnung zunächst im Zusammenhang mit ihrer Forschung an Schimpansen. Aber auch auf den Menschen bezogen, versteht man darunter die Fähigkeit, eine Vorstellung über die Bewusstseinsvorgänge anderer Menschen zu entwickeln. Was könnte in der anderen Person vorgehen? Welche Gedanken, Gefühle, Absichten könnte sie haben? Den inneren Zustand des anderen zu kennen, ist unter anderem wichtig, um eine mögliche Handlung des anderen vorherzusagen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Freund sehr sensibel ist, so könnte ich aus einer sozialen Interaktion, in der er von anderen verbal angegriffen wurde, schließen, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nun verletzt ist. Da er zudem eher introvertiert ist, könnte ich vermuten, dass er sich nicht offen wehren, sondern eher zurückziehen und mit Schweigen reagieren wird. Diese Zuschreibung bzw. in Anführungszeichen Attribution internaler, in Klammern nach außen nicht immer sichtbarer, Zustände wird auch als Mentalisieren bezeichnet. Definition Theory of Mind, in Klammern T-O-M, beschreibt die Fähigkeit, die inneren Zustände einer anderen Person zu kennen bzw. nachvollziehen zu können. Den Prozess der Zuschreibung bestimmter Zustände nennt man auch Mentalisieren. Definition Ende. Überprüft wird die Theory of Mind klassischerweise mit dem False-Belief-Paradigma von Wimmer und Perner aus dem Jahre 1983. Eine bekannte Form hierbei ist beschrieben im Exkurs Sally-Anne-Aufgabe. Exkurs. Die Sally-Anne-Aufgabe. Eine Versuchsperson sieht, wie zwei Kinder, in Klammern Sally und Anne, in einem Raum sind und ein Spielzeug bei sich haben. Sally platziert dieses an einer bestimmten Stelle A und verlässt den Raum. Die Versuchsperson sieht nun, dass Anne das Spielzeug an einen anderen Ort legt. Als Sally wieder zurückkommt, wird die Versuchsperson gefragt, wo Sally nun wahrscheinlich nach ihrem Spielzeug suchen wird. Da Sally nichts von dem Ortswechsel weiß, wird sie glauben, das Spielzeug befinde sich noch an Stelle A, auch wenn dies natürlich nicht stimmt. Die Versuchsperson hat dagegen ein Informationsprivileg und weiß mehr als Sally. Die Frage ist, ob sie ihr eigenes Wissen auf Sally zuschreibt, also von sich auf andere schließt, oder ob sie fähig ist zu erkennen, dass andere Menschen auch andere Überzeugungen haben können, selbst wenn diese falsch sind. Dann klammern sie hierzu Abbildung 12.6 im gedruckten Buch. Exkursende Im Bereich der TOM sind zwei Gehirnareale zentral. Der temporoparietale Übergang, TPJ, und der mediale präfrontale Cortex, MPFC, in Klammern sie hierzu Abbildung 12.7 im gedruckten Buch. Ihr wählt auf, dass mit dem MPFC wieder ein Bereich der corticalen Midline Structures, in Klammern CMS, aktiviert ist, die auch mit dem Selbst in Zusammenhang stehen. Dies könnte daran liegen, dass Mentalisieren eine sehr anspruchsvolle bzw. eine sogenannte High-Level-Aufgabe ist, die besondere Anforderungen an die Aufmerksamkeit von Personen stellt. Typischerweise ist der MPFC an derartigen Aufgaben beteiligt. Es wird außerdem angenommen, dass der MPFC besonders bei überdauernden Zuschreibungen mentaler Zustände eine Rolle spielt, was in unserem Eingangsbeispiel bezüglich der Persönlichkeitseigenschaften, in Klammern der introvertierte Freund, der Fall wäre. Bei klassischen TOM-Aufgaben und damit beim Erkennen von Handlungsabsichten anderer ist vor allem der TPJ aktiviert. Personen, die hier Schädigungen aufweisen, sind auch in ihrer Fähigkeit zur kognitiven Perspektivenübernahme beeinträchtigt. Dies ist beispielsweise bei autistischen Patienten der Fall. Erkennen emotionaler Zustände anderer Zur sozialen Wahrnehmung gehört natürlich nicht nur das Erkennen mentaler Zustände anderer. Genauso wichtig ist es, die Gefühlszustände anderer beurteilen zu können. Denn auch diese Fähigkeit hilft uns dabei, soziale Situationen einordnen zu können bzw. mit anderen zu kommunizieren, auf sie einzugehen und ihre Handlungen vorherzusagen. Doch wie lässt sich dies neurowissenschaftlich untersuchen? Häufig greift man hierbei auf Studien zurück, bei denen Versuchspersonen Fotos von Gesichtern anderer Personen präsentiert werden. Anhand dieser Fotos sollen die jeweiligen Gesichtsausdrücke bzw. der emotionale Zustand der dargestellten Person beurteilt werden. Wie vertrauenserweckend ist beispielsweise ihr Gesicht? Wie ängstlich oder wie ärgerlich scheint die Person zu sein? Es ist mittlerweile gut belegt, dass bei der Wahrnehmung von Gesichtern ein ganz bestimmtes Hirnareal aktiviert ist. Das Fusiforme Gesichtsareal in Klammern Fusiform Face Area FFA Das FFA befindet sich im Gyros Fusiformis bzw. im Fusiformen Gyros in Klammern FG, der im Übergang zwischen Temporal- und Oxypitallappen liegt. Betrachten wir also das Gesicht einer Person im Gegensatz zu einem Objekt, so ist in diesem Areal eine verstärkte Aktivierung erkennbar. Wenn es jedoch um die Verarbeitung von emotional besetzten Gesichtsausdrücken bzw. emotionalen Stimuli im Allgemeinen geht, so ist eine weitere Hirnstruktur besonders wichtig, die Amygdala, auch Mandelkern genannt. Dies zeigt sich ganz eindrucksvoll in diversen Läsionsstudien. Ein berühmtes Beispiel ist dasjenige einer Frau, die in der Literatur unter SM bekannt ist. Bei ihr war die Amygdala beidseitig geschädigt. Dies hatte zur Folge, dass sie Emotionen bei anderen nur schlecht wahrnehmen konnte. So stufte sie das Ausmaß an Angst, Ärger oder Überraschung in den gezeigten Gesichtern im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen als wesentlich geringer ein. Die Amygdala ist besonders bei der Verarbeitung negativer Stimuli aktiv, die mit Angst, Furcht oder Bedrohung in Verbindung stehen. Interessant aber ist, dass die Amygdala im Gegensatz zum Fusiformen Gyros bei ängstlichen Gesichtsausdrücken unabhängig davon aktiviert ist, ob der Reiz zuvor als wichtig oder unwichtig beschrieben wurde. Die Amygdala ist also selbst dann beteiligt, wenn unsere Aufmerksamkeit nur gering ist. Gemäß zahlreicher Befunde ist die Amygdala als wichtige, affektive, in Klammern gefühlsbezogene Region anzusehen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Amygdala auch bei kognitiven Funktionen, wie zum Beispiel dem assoziativen Lernen, beteiligt ist. Abschnitt 12.2.3 Ausgewählte Bereiche der sozialen Wahrnehmung Zu wissen, wie wir uns selbst bzw. grundsätzlich andere Personen wahrnehmen, ist sehr schön und gut. Aber welche Konsequenzen hat dies für unser Verhalten? Und nehmen wir tatsächlich alle Menschen gleich wahr oder machen wir da Unterschiede? Denken Sie an die Stichworte wie soziale Kategorisierung, In- und Outgroup-Bias, Stereotype und Vorurteile, Pro-Sozialität oder Empathie, die uns bereits in den anderen Kapiteln begegnet sind. Diese Phänomene lassen sich auch auf neuronaler Ebene nachweisen. Im Folgenden möchten wir Ihnen daher einige Befunde zu einseitiger Wahrnehmung und damit verbunden auch unterschiedlichem Verhalten gegenüber unterschiedlichen Personen vorstellen. Vorurteile und Stereotype Eine der ersten Untersuchungen, die implizite Vorurteile mittels FMRT zu untersuchen versuchte, ist jene von Phelps et alii, die einen Zusammenhang zwischen der Stärke der kortikalen Aktivität und dem Ausmaß impliziter Vorurteile fanden. Studie Die Rolle der Amygdala bei impliziten Vorurteilen Phelps et alii maßen die Gehirnaktivität ihrer, in Klammern hellhäutigen, Versuchspersonen, während diese Bilder von Gesichtern hell- und dunkelhäutiger Menschen beobachteten. Die Autoren konnten eine tendenziell stärkere Aktivierung der Amygdala bei der Betrachtung dunkelhäutiger Gesichter feststellen. Wie bereits erwähnt, ist die Amygdala an der Verarbeitung emotionaler Stimuli, insbesondere von Furcht oder Bedrohung, beteiligt. Die Aktivierung war umso stärker, je größer die impliziten Vorurteile, in Klammern gemessen mittels impliziten Assoziationstests, IAT, der Versuchspersonen waren. Die Autoren lieferten damit erste Hinweise für eine Beteiligung der Amygdala bei impliziten Vorurteilen, was seither in zahlreichen Studien repliziert werden konnte, so beispielsweise von Cunningham et alii. Sie zeigten ihren weißen Versuchspersonen ebenfalls Bilder von dunkel- und hellhäutigen Personen und variierten dabei die Dauer, mit der die Bilder präsentiert wurden, entweder für eine sehr kurze Zeitdauer, in Klammern subliminal, das heißt unterhalb der Bewusstseinsschwelle, 30 Millisekunden oder für eine längere Zeitdauer, in Klammern 525 Millisekunden. Wie schon in Studien zuvor, konnten die Autoren eine verstärkte Aktivierung der Amygdala bei der Betrachtung von Bildern dunkelhäutiger Personen finden, aber interessanterweise nur dann, wenn die Bilder subliminal, also unter der Bewusstseinsschwelle, präsentiert wurden. Bei einer längeren Darbietung reduzierte sich dieser Unterschied deutlich zugunsten einer stärkeren Aktivierung im präfrontalen Kortex, in Klammern PFC, sowie im anterioren, zingulären Kortex, in Klammern ACC. Außerdem war das Ausmaß dieses Unterschiedes davon abhängig, wie stark die implizit gemessenen Vorurteile der Versuchspersonen ausgeprägt waren. Studie Ende Woran liegt es nun, dass die Aktivierung der Amygdala und damit die emotionale Reaktion ausgerechnet dann stärker ausgeprägt waren, wenn die Versuchspersonen die Bilder nicht bewusst wahrnahmen. Die Autoren gehen davon aus, dass die Aktivierung der Amygdala während der sehr kurzen Darbietung eine unmittelbare und unkontrollierte Reaktion darstellt, während bei einer langen Darbietung und, damit verbunden, einer bewussten Verarbeitung der Bilder vorwiegende Areale aktiviert werden, die mit Inhibition, Konflikt und Kontrolle assoziiert sind, in Klammern PFC, ACC. Die Versuchspersonen haben also scheinbar versucht, die, in Klammern sozial unerwünschte, vorurteilsbehaftete Reaktion, gegenüber Gesichtern dunkelhäutiger Personen zu kontrollieren bzw. zu unterdrücken. Wie sieht es aber nun aus, wenn nicht Vorurteile, sondern Stereotype untersucht werden? Zeigen sich hierfür vergleichbare Ergebnisse? Vorweg sei gesagt, dass weit weniger Forschung zu diesem Bereich existiert. Amodio und Divine gehen aber dennoch davon aus, dass Vorurteile und Stereotype zwei voneinander unabhängige und unterscheidbare Prozesse darstellen. Implizite Stereotype basieren ihrer Ansicht nach auf der Repräsentation konzeptuellen Wissens und sind vorwiegend in kortikalen Regionen angesiedelt, in Klammern im Gegensatz zu impliziten Vorurteilen, die subkortikalen Arealen, z.B. der Amygdala, zugeschrieben werden. Folglich sind implizite Vorurteile eher als evaluativ-affektive Prozesse zu betrachten, repräsentiert durch eine verstärkte Aktivierung der Amygdala, während implizite Stereotype eher kognitive Prozesse darstellen, was emotionale Reaktionen jedoch nicht ausschließt. Quadflieg et alii untersuchten die neuronalen Korrelate impliziter Stereotype und ließen ihre Versuchspersonen dazu in unterschiedlichen Durchgängen beurteilen, ob bestimmte Verhaltensweisen bevorzugt von einem bestimmten Akteur ausgeführt werden. In Klammern z.B. wird eine bestimmte Verhaltensweise eher von Frauen oder Männern gezeigt. Und ob sie an einem bestimmten Ort, in Klammern z.B. wird eine bestimmte Verhaltensweise eher drinnen oder draußen gezeigt, stattfinden. Im Gegensatz zur Beispielstudie ging es hierbei um geschlechtsspezifische Stereotype. Die Autoren werteten die Ergebnisse getrennt für die beiden Bedingungen Akteur vs. Ort aus und filterten zusätzlich die Bedingungen heraus, in denen Stereotype abgefragt wurden und verglichen sie mit allen Bedingungen. Hier zeigte sich, dass Geschlechtsstereotype mit Aktivität in Gehirnregionen assoziiert sind, die bei der Repräsentation von Handlungswissen, in Klammern z.B. linker temporaler Gyrus, linker supramarginaler Gyrus, sowie bei Bewertungsprozessen, in Klammern z.B. VMPFC am Mygdala, beteiligt sind. Es zeigen sich also vorwiegend kortikale Aktivierungen, die mit kognitiven Prozessen in Verbindung stehen, was die Abgrenzung gegenüber Vorurteilen unterstützt. Welche Auswirkungen kann nun eine verzerrte Wahrnehmung für unser Ausmaß an Empathie bzw. unsere Bereitschaft zu prosozialem Verhalten haben? Hierzu sei vorweggenommen, dass es schwierig ist, prosoziales Verhalten mittels FMRT zu messen. Die Handlungsmöglichkeiten einer Versuchsperson sind hier natürlich stark eingeschränkt. Wie soll sie auch im Scanner liegend einer anderen Person helfen? In der Forschung versucht man daher, bestimmte Komponenten prosozialen Verhaltens zu erfassen und deren neuronale Korrelate zu bestimmen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Empathie-Altruismus-Hypothese. Diese beschreibt Empathie als eine notwendige Voraussetzung für Hilfeleistung. Unabhängig davon, ob man dieser Hypothese nun Glauben schenkt oder nicht, stellt das Konstrukt der Empathie bereits eine wichtige Komponente von prosozialem Verhalten dar. Entsprechend häufig ist sie in den FMRT-Untersuchungen untersucht worden. Um die neuronalen Befunde hierzu besser verstehen zu können, ist es jedoch notwendig, zunächst einige grundlegende Aspekte zum Thema Empathie zu klären. Grundlagen zur Empathie Die Arbeiten im Bereich Empathie sind zum einen wesentlich für den neurowissenschaftlichen Bereich des pro- und antisozialen Verhaltens, zum anderen aber auch für das gesamte Fach Social Neuroscience. Dies liegt vor allem auch daran, dass Empathie per Definition um sehr vielschichtig ist und daher auch ganz unterschiedliche inhaltliche Aspekte beziehungsweise psychologische Funktionen umfasst. Allgemein gesprochen versteht man unter Empathie die Fähigkeit, einen Einblick in die Gefühle und Gedanken anderer Menschen zu haben, und zwar aufgrund von Beobachtung, eigener Gedächtnisleistung, gesammeltem Wissen und Prozessen der Schlussfolgernds. Man geht davon aus, dass sich Empathie aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Zwar unterscheiden sich die vielen verschiedenen Auffassungen von Empathie darin, welches diese Komponenten sein sollen, dennoch lässt sich häufig die Einteilung in eine kognitive, affektive und motorische Komponente finden. Kognitive Empathie meint dabei hauptsächlich zu wissen, was die andere Person fühlt, beziehungsweise was in dieser vorgeht. Es geht also um die internalen Zustände anderer Menschen, was sich mit der Definition zur Theory of Mind deckt, die einen Teilaspekt von Empathie darstellt. Unter emotionaler Empathie versteht man die Fähigkeit, nachzuempfinden, was der andere fühlt und möglicherweise auch dessen Emotionen zu teilen. Hierunter fallen Begriffe wie Mitgefühl oder Anteilnahme. Schließlich wird mit der motorischen Empathie der Aspekt der Nachahmung aufgenommen. Vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Babys oft anfangen zu weinen, wenn sie ein anderes Baby schreien hören. Oder Sie haben bei sich selbst gemerkt, dass ihr Gesicht schmerzverzerrt ist, obwohl Sie nur Ihrem Freund zuhören, der Ihnen haargenau von seiner Knieoperation berichtet. In beiden Fällen werden die eigenen motorischen Antworten an diejenigen des anderen angepasst, was häufig auch als Motor-Mimicry bzw. Facial Empathy, wenn es um den Gesichtsausdruck geht, bezeichnet wird. Definition Empathie ist die Fähigkeit, sich in den gefühlsmäßigen und gedanklichen Zustand einer anderen Person einzufühlen bzw. diesen verstehen und nachvollziehen zu können. Zugleich besteht aber eine Grenze zu anderen Personen, d.h. es kann zwischen eigener und anderer Person unterschieden werden, in Klammern Detachment. Empathie setzt sich dabei aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Häufig wird hierbei nach kognitiver, emotionaler und motorischer, in Klammern mimischer, Empathie unterschieden. Definition Ende Eingeschränkte Empathie und Prosozialität Wir wissen, dass das Ausmaß an Empathie stark davon abhängen kann, auf welche Person sich die empathische Antwort bezieht. Dies spiegelt sich auch auf neuronaler Ebene wider. So fanden Mathur, Harada, Lipke und Chiao ein spezielles Aktivitätsmuster bei Empathie gegenüber Mitgliedern der Eigengruppe. Dieses unterschied sich von dem Aktivitätsmuster, das typischerweise bei Empathie zu beobachten ist, in Klammern ohne eine Trennung in Eigen- und Fremdgruppe. Empathie steht häufig in Verbindung mit einer Aktivierung des anterioren zingulären Cortex, in Klammern ACC, der anterioren Insula, in Klammern AI und Teilen des Cerebellums bzw. Kleinherns. Diese Regionen werden vorwiegend der affektiven Komponente von Empathie zugeteilt. Nun fanden Mathur et al.i. jedoch, dass beim Betrachten von Bildern, die Menschen in schmerzvollen Situationen zeigten, zusätzlich noch eine weitere Region aktiv war, wenn es sich speziell um Empathie gegenüber Mitgliedern der Eigengruppe, in Klammern hier, gleiche ethnische Herkunft handelte. Der mediale präfrontale Cortex, in Klammern MPFC. Interessant war, dass das Ausmaß der Aktivierung im MPFC in Verbindung zum In-Group-Bias, in Klammern Ausmaß, in dem die In-Group gegenüber der Out-Group bevorzugt wird, stand. Je stärker die Aktivität im MPFC war, desto ausgeprägter war auch das Hilfeverhalten gegenüber der In-Group im Gegensatz zur Out-Group. Und Klammern sie hierzu Abbildung 12.7 im gedruckten Buch. Ein weiterer Beleg für personenabhängige Empathie auf neuronaler Ebene liefert folgende Studie. Studie Empathie in Abhängigkeit von wahrgenommener Fairness In der Untersuchung von Singer et al. sollten die Versuchspersonen zunächst eine Version des Gefangenen-Dilemmas spielen. Hierbei konnten die beiden beteiligten Spieler entweder durch Kooperation versuchen, einen möglichst hohen Geldbetrag zu erhalten, oder aber sie verrieten sich gegenseitig, was dann aber auch mit einem geringeren finanziellen Betrag verbunden war. Die Versuchspersonen spielten dabei mit einem Konföderierten, das heißt einem Eingeweihten des Versuchsleiters. Es wurde variiert, ob sich der Konföderierte fair in Klammern hohe Angebote oder unfair in Klammern niedrigere Angebote verhielt. Ein Manipulationscheck stellte sicher, dass die Versuchspersonen den geizigen Spieler tatsächlich auch als unfair einstuften bzw. den großzügigen als fair. Nach dem Spiel kam es dann zur eigentlichen FMRT-Messung, bei der untersucht werden sollte, ob es Unterschiede in der empathischen Antwort gegenüber den beiden Konföderierten gab. Gemessen wurde dabei Empathie bzw. Schmerz, das heißt die empathische Antwort gegenüber einer Person, die einen sensorischen Schmerzreiz erfährt. Dazu wurde sowohl den Versuchspersonen als auch den beiden Konföderierten an der Hand ein elektrischer Reiz, in Klammern entweder stark oder schwach, zugefügt. Vor jedem Durchgang wurde den Versuchspersonen angezeigt, dem der Schmerz zugefügt wurde, entweder ihr selbst, dem fairen oder dem unfairen Konföderierten. Die Ergebnisse zeigten, dass die für schmerzbezogene Empathie typischen Areale aktiviert waren, in Klammern anteriore insula ACC, wenn der faire Spieler den elektrischen Impuls erhielt. Diese Aktivierung und somit die empathische Reaktion wurde jedoch stark reduziert, in Klammern nur bei männlichen Teilnehmern, wenn die Versuchspersonen zusahen, wie dem unfairen Spieler Schmerz zugefügt wurde. Hier kam es stattdessen zu einer Aktivität im Nucleus Akumbens, einer Region, die zum Belohnungskreislauf gehört. Interessanterweise war diese Aktivierung begleitet von dem Wunsch, sich an dem unfairen Spielpartner zu rächen, was nach dem Experiment mittels Fragebogen erfasst wurde. Studie Ende Diese Studie macht deutlich, dass unser Ausmaß an Empathie modulierbar ist und stark davon abhängt, wie wir andere Menschen wahrnehmen bzw. wie wir deren Sozialverhalten bewerten. Wahrgenommene Fairness erhöhte also das empathische Empfinden, was sich in einer verstärkten Aktivierung der anterioren Insula sowie des anterioren Zingulums zeigt. Dagegen lehnen wir unfaire Personen ab und ordnen sie einer symbolischen Outgroup zu. In diesem Fall reduzieren sich die Aktivität in den empathiebezogenen Regionen und klammern sie hierzu Abbildung 12.8 im gedruckten Buch. An dieser Stelle wird außerdem die Rolle des Nucleus Akumbens wichtig. Diese Kernstruktur ist ein wichtiger Bestandteil des Belohnungssystems und stark an emotionalen Lernprozessen und klammern zum Beispiel operante Konditionierung, dem Ausdruck von Motivation und Vorlieben sowie bei der Ausbildung und Aufrechterhaltung von Sucht beteiligt. Dies liegt unter anderem daran, dass sich im Nucleus Akumbens viele Dopamin-D2-Rezeptoren befinden, die bei der synaptischen Übertragung vieler Drogen in Klammern Amphetamine, Kokain, Opiate etc. zentral sind. Grundsätzlich ist die Stimulation von D2-Rezeptoren auch für ein Glücksgefühl verantwortlich. Welche Bedeutung hat die Aktivität im Nucleus Akumbens nun in der dargestellten Studie? Die Autoren vermuten, dass wir, in Klammern zumindest die männlichen Personen, uns möglicherweise freuen beziehungsweise es als eine Genugtuung oder Belohnung erleben, wenn eine Person, die sich zuvor unfair verhalten hat, in irgendeiner Weise einen Nachteil erfährt. Wie sich die Empfindung von Empathie auf nachfolgendes Verhalten auswirken kann, zeigte eine aktuelle Studie von Hain, Silani, Preuschow, Betzen und Singer. Die Autoren untersuchten die neuronalen Korrelate potenziellen Hilfeverhaltens gegenüber der Eigen- und Fremdgruppe. Dabei sahen Fußballfans, wie entweder einem Fan der eigenen oder einem Fan einer anderen Mannschaft Schmerz zugefügt wurde. Sie hätten die Möglichkeit, diesem zu helfen, indem sie den Schmerz an dessen Stelle auf sich nahmen. In Klammern nun wurde ihnen der Schmerzreiz zugefügt. Nicht überraschend war, dass Mitgliedern der Eigengruppe, in Klammern Fans der Lieblingsmannschaft, häufiger geholfen wurde. Interessant war allerdings, dass dieses Helfen mit einer signifikant stärkeren Aktivierung der anterioren Insula, in Klammern Empathieregion, einherging. Dagegen ging dem Nicht-Helfen eines Mitglieds der Fremdgruppe eine Aktivierung im Nucleus Akumbens voraus, ein Klammern Teil des Belohnungsnetzwerks. Die Befunde bezüglich der Nucleus Akumbens Aktivierung beider Studien decken sich also und unterstützen die Hypothese, dass wir so etwas wie Schadenfreude empfinden, wenn wir Mitglieder der Fremdgruppe leiden sehen. Allerdings muss eine Aktivierung des Nucleus Akumbens nicht zwangsläufig mit Belohnung im, in Anführungszeichen, negativen Sinne, in Klammern Schadenfreude, nicht helfen verbunden sein. Belohnungszentren können umgekehrt auch aktiviert sein, wenn wir zum Beispiel ein Foto von unserem Partner sehen oder einer Mutter Fotos von ihrem Kind gezeigt werden, also bei partnerschaftlicher und mütterlicher Liebe. Gleiches gilt für den Bereich Freundschaft. Bartels und Seki postulieren sogar, dass in diesem Fall Aktivität in Gehirnregionen unterdrückt wird, die mit negativen Emotionen und sozialen Urteilen über die Person in Verbindung stehen. Folglich spiegelt sich die Enge einer Beziehung in einem ganz bestimmten neuronalen Aktivitätsmuster wieder. Wir sehen also, dass sich Verhaltensdaten wie etwa gruppenabhängige Personenwahrnehmung und damit verbundene eingeschränkte Hilfeleistung auch in den hirnphysiologischen Korrelaten ausdrücken. Validität von FMRT-Studien im Bereich Pro-Sozialität Wie bereits angedeutet, besteht die Schwierigkeit darin, wirkliches Verhalten mittels FMRT zu erfassen. Wir wissen beispielsweise nicht sicher, ob eine Aktivierung in empathiebezogenen Arealen tatsächlich auch zu einem Einschreiten in einer konkreten Situation führen würde. Reicht das Empfinden von Empathie beziehungsweise eine Aktivierung in entsprechenden Arealen also aus, um nachfolgendes Hilfeverhalten vorhersagen zu können? Wie Sie bereits aus Kapitel 4 wissen, wird diese Frage auch innerhalb der klassischen Sozialpsychologie nach wie vor stark diskutiert. Laut Betzen ist ein hohes Ausmaß an Empathie hinreichend für späteres Hilfeverhalten, was zunächst dafür spricht, dass auch eine Aktivierung in empathiebezogenen Arealen zu prosozialem Verhalten führen könnte. Aber Hilfeleistung kann beispielsweise auch aufgrund von egoistischen Kosten Nutzenüberlegungen oder evolutionspsychologischen Motiven erfolgen. In diesem Fall wäre eine empathiebezogene Aktivierung der anterioren Insula oder des ACC eher unwahrscheinlich, auch wenn eine Hilfeleistung grundsätzlich möglich wäre. Um diesem Problem wirksam begegnen zu können, sollten Studien daher so konzipiert sein, dass sie auch tatsächliches Hilfeverhalten erfassen. Sie müssen valide sein. Die Entwicklung derartiger Studien steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Dennoch findet man vereinzelt Beispiele, die mitunter sehr kreativ sind. So etwa die Studie von Maston, Morelli und Eisenberger, die versuchten Empathie bei sozialem Schmerz beziehungsweise sozialem Ausschluss, in Klammern nicht wie meist sensorischem Schmerz, auf neuronaler Ebene zu messen und mit nachfolgendem prosozialen Verhalten in Verbindung zu bringen. Dies ermöglichten sie, indem die Versuchspersonen zunächst den sozialen Ausschluss eines Opfers bei einem Beispiel beobachteten und anschließend die Möglichkeit hatten, diesem per Schreiben eines Briefes zu in Anführungszeichen helfen. Das Ergebnis war zum einen, dass die klassischen Gehirnareale für Empathie zwar aktiviert waren, aber zusätzlich um kognitive Regionen erweitert wurden, die mit Mentalisieren in Verbindung stehen, in Klammern Bereiche des MPFC und der PCC. Das bedeutet, dass mit sozialem Schmerz möglicherweise eher die kognitive Komponente von Empathie erfasst wird, was wiederum verdeutlicht, wie vielschichtig dieses Konstrukt ist. Zum anderen konnte gezeigt werden, dass die Aktivität der anterioren Insula und des MPFC in direkten Zusammenhang mit nachfolgendem Hilfeverhalten gegenüber dem Opfer stand. Abschnitt 12.3 Abschließende Bemerkungen Die Befunde im Bereich prosozialen Verhaltens verdeutlichen sehr anschaulich, worin wesentliche Aufgaben der sozialen Neurowissenschaften liegen. Einerseits nämlich in der Operationalisierung bestimmter Konstrukte, verbunden mit Fragen nach Reliabilität und Validität, andererseits in der Erklärung von aktuellen Forschungsfragen aus der klassischen Sozialpsychologie. Zukünftige neurowissenschaftliche Forschung sollte also versuchen, neuronale Aktivität mit möglichst verhaltensnahen Daten zu verbinden. Darüber hinaus gilt es, diejenigen Bereiche der klassischen Sozialpsychologie verstärkt herauszugreifen, bei denen man mit der üblichen Methodik nicht mehr weiterkommt. Wie eingangs beschrieben, sollte das Ziel der sozialen Neurowissenschaften nicht ausschließlich im sogenannten Mapping bestehen, d.h. in einer Auflistung, welche Gehirnareale bei welchen Aufgaben aktiv sind. Vielmehr sollte es auch darum gehen, durch die spezifische Methodik der sozialen Neurowissenschaften eine weitere Herangehensweise zur Klärung von Forschungsfragen zu haben. Nur so können Effekte auf unterschiedlichsten Untersuchungsebenen, in Klammern verhaltensbezogen, gefühlsmäßig, neuronal etc. gezeigt und repliziert werden. Testergebnisse aus verschiedenen Disziplinen können einander ergänzen und vielleicht sogar in eine Theorie integriert werden. Insofern dienen die Methoden der sozialen Neurowissenschaften dazu, ein umfassendes Bild innerhalb der sozialpsychologischen Forschungsthemen zu bekommen. Und getreu dem Motto einer umfassenden Betrachtungsweise haben daher auch wir versucht, Ihnen mit diesem Kapitel einen kleinen Einblick in das sehr große Gebiet Social Neuroscience zu geben.